Guten Morgen! Gott segne euch, ihr Wundervollen. Ich warte kurz, bis ein paar Leute rein sind. Es ist viel zu früh. Es ist noch viel zu früh. Dr. Scheer Abu Hamid wartet ein bisschen, bis die Aufrufzahlen hoch. Ich bringe dir deutschen Pass. Du brauchst mir nicht deutschen Pass zu bringen. Dr. Scheer Abu Hamid hat schon längst den deutschen Pass. Schon vor 20 Jahren, 22 Jahren. Immer Frech der Junge, natürlich. Wir müssen natürlich auch ein sogenanntes gepflegtes Äußeres an den Tag legen. Pflege hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht an den Herrn glauben sollte. Pflege muss immer sein. Ja, ein Mann und eine Frau sollten sich täglich pflegen. Und den Heiligen Geist, der in euch lebt. Im Tempel Gottes immer pflegen. Was war gestern mit deinem Leicht? Einfach weg. Ja, ich hatte keinen Nerven, herrlich. Die ganze Zeit hat's gehakt. Und der Empfang war natürlich so schlecht, da hab ich gedacht, ne, aber ich hab Bock mehr. Einfach kein Nerven. Wann endlich Tabak. Ja, bald. Demnächst. Der wird so reinhauen, der Tabak, dass der Rauch aus deinen Ohren rauskommt. Das wird richtig dampfen. Dampflok. Eine Dampflokmaschine kriegst du dann. Ja, wie andere BMW Dreierfahrer mit integrierter Dönerhalterung werde ich dann mein Fahrzeug präsentieren mit integrierter Shisha. Bah. Da können die Leute ihren Tabak auswählen drauf, tun Kohle und dann gib ihm, ne. Ist dein anderer Account nicht schon wieder frei? Ja, aber erst um 14.47 Uhr. Auf die Minute, genau. So sind die, Alexa. Alexa, antworte. Ruf TikTok an und sag denen, die sollen Dr. Schäfer aboamir schon mal früher. Früher schon mal reinlassen. Dr. Schäfer aboamir möchte Hetzoologie betreiben. Und zwar bei den, bei vielen, vielen Leuten. Nicht nur bei 100, sondern bei 700.000 und so. Ich hab dir immer geschrieben, du hast nicht abgeschrieben. Ja, das bringt nichts, glaube ich. Das bringt einfach nichts. Leute, habt ihr das mitbekommen? Die Claudia Roth will so eine Inschrift so wegstreichen lassen, in dem ein ganz spezieller Satz dort eingraviert wurde, der besagt, dass sich in dem Namen Jesu Christi alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind. Ihr habt das mitbekommen. Guck mal hier, was die BILD berichtet. Achtung, guckt euch das mal an. Hört mal, hört mal. Absolut krank. Diese Worte aus der Bibel stehen, wie Sie hier sehen, an der Kuppel vom Berliner Stadtschloss. Also diese Worte stehen an der Kuppel des Berliner Stadtschloss. Und das ist schon aus dem wievielten Jahrhundert von irgendeinem Kaiser oder was dahin gemacht worden. Und das ist auch noch der Vers, der eindeutig beweist, dass Jesus Christus der Allmächtige Gott ist. Weil nur unsere Knie werden sich ja vor Gott beugen und nicht einfach vor einem Menschen zerquatscht. Somit beweist derjenige, der das dahin getan hat oder hingeschrieben hat, dieser Kaiser, dass er genau wusste, wer der Herr Jesus Christus ist. Das ist nämlich aus Philippa 2, Vers 6 bis 11 einer meiner Lieblingsversen aus der Bibel. Diese christlichen Worte hält die Kulturbeauftragte Claudia Roth für nicht weltoffen. Für nicht weltoffen. Das hält sie nicht für weltoffen, aber dass der Islam sagt, dass alle, die glauben, dass Jesus Christus Gott ist oder an den dreieinigen Gott ist, dass man ihnen hier eine Nackentherapie verpassen sollte. Das ist dann natürlich vollkommen in Ordnung. Suche 47 Vers 4. Und wenn ihr auf die Ungläubigen stoßt, dann herunter mit dem Augen, bis ihr ein Gemetzel angerichtet habt. Das ist dann natürlich richtig. Das ist dann natürlich gut. Das ist dann weltoffen. Das nennt dann Claudia Roth weltoffen. Hören wir weiter. 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 Deswegen will sie die Bibelworte mit anderen Texten überschreiben. Gleichzeitig ruft seit ein paar Tagen in Köln der Muezin. Scheinheilig. Ja. Nicht weltoffen. Ist das zu fassen? Der Muezin ruft dann den ganzen Tag die Leute zum Gebet und verflucht uns in ihren Gebeten. Und habt ihr nicht gesehen. Das ist so krank. Deshalb unangemessen. Ein Bibeltext. Christliche Worte über den Dächern Berlins, der deutschen Hauptstadt. Die Bundesbeauftragte für Kultur Claudia Roth will jetzt einen Bibeltext. Claudia Roth, die Bundesbeauftragte für innere Angelegenheiten. Verschwinden lassen. An der Kuppel vom Berliner Stadtschloss sind Zitate aus der Bibel zu sehen. Das ist so krank, ey. Ja, natürlich, wenn Satanisten auf einmal dann sich da dran stoßen, so einen Anstoß daran finden, dass das gegen ihre, ja das drückt in ihrem Kopf. Das ist das. Die können das nicht ertragen, dass sich in den Namen Jesu Christi alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde sind. Verschwinden lassen. An der Kuppel vom Berliner Stadtschloss sind Zitate aus der Bibel zu sehen. Die Grünen-Politikerin findet diese nicht weltoffen. Nicht weltoffen. Die Bibelzitate wurden von König Friedrich Wilhelm IV. ausgewählt. König Friedrich IV. wurden sie auserwählt. Ja, so sieht es aus. Und das ist einer der stärksten Beweise auch, dass Jesus Christus der Allmächtige Gott ist. Guck mal. Wörtlich heißt es dort, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Immer wieder betonte Claudio. Natürlich stört das die Teufelin hier. Versteht ihr? Ist doch klar. Sie möchte das nicht hören, dass in dem Namen Jesu Christi sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind. Ja? Das nennt sie dann nicht weltoffen. Ja, das stört sie. Das ist dieser Dämon, der dann da drin ist, der sich dann da drin stört. Nein, das geht so nicht. Wir müssen das auf jeden Fall ändern. Das ist nicht weltoffen. Das könnte die anderen Religionsgemeinschaften stören, aber dass der Koran aufruft, Christen in eine Nackentherapie zu verpassen. Das ist dann natürlich vollkommen in Ordnung. Guckt euch diese Heuschelei an. Heuschelei vom Feinsten. Rot, die Bibelworte und das goldene Kreuz auf der Kuppel widersprechen der Weltoffenheit, die das Humboldt-Forum auszeichne. Da will ich ran. Da will ich ran. In Berlin lässt Claudia Roth also eine christliche Inschrift auf dem wiederaufgebauten Stadtschloss. So, Ehre Gottes des Vaters. Wahnsinn, ne? Danke. Unglaublich, ne? Sie versuchen nach und nach, auch in den Schulen, habt ihr das ja mitbekommen, ne? Dass dort Kreuze abgehangen werden und Jesus als der Retter so abgeschafft wird und sowas. Absolut geisteskrank. Leute, genau, Tipico spielen. Hier. Wir müssen wieder reinhauen, ihr Lieben. Wir sind zwar noch nicht so viele. Ich habe einen Shadow Bun, deswegen sehen das nicht so viele. Das ist so schlimm, was TikTok macht, ne? Die versuchen, mich mit allen Mitteln aufzuhalten. Wenn die mich nicht schon sperren können, dann halten die mich so, ähm, ja, mit Shadow Bun auf. Aber ob die mich aufhalten oder nicht, das ist kein Problem. Ihr wisst ja, der Herr Jesus Christus bleibt trotzdem der Sieger. Egal, was ist. Am Ende wird der Herr Jesus Christus trotzdem Siege. Aber er hat schon gewonnen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Toreidee, die verloren gehen. Uns, die wir daran glauben, es ist eine Gotteskraft. 1. Korinther 1,18. Aber auch Shadow Bun. Okay. Ja, ich weiß nicht wieder, was das hier ist mit TikTok, ne? Sobald du einmal etwas sagst, die dich gesperrt haben, kriegen das auf einmal die anderen nicht mehr mit, wenn du live bist, ne? Die wollen dich dann, ne? So ein bisschen dämpfen mit deiner Reichweite. Danke. Danke. Wo hast du dein Wissen? Aus der Bibel. Wo hast du dein Wissen? Ja, Lesen, Bibel lesen. Da kriegst du dein Wissen. Du brauchst einen dritten Account. Ja. Sobald einer gesperrt wird und ich sehe das, mach ich sofort den nächsten, den dritten. Ja. Ja, komm ihr Lieben, wir müssen tippen, damit wir wenigstens hier vorankommen. Ja, diese Leute, ne? Wie Claudia Roth und diese ganze Elite, denen stört das extrem, dass es sowas gibt, ne? Deswegen versuchen die schon bei den Kleinsten anzufangen mit diesem ganzen Gender-Zeugs, damit sie verwirrt werden und nicht wissen auf einmal, was für ein Geschlecht sie haben und so. Ihr seht ja aber den ganzen Chaos. Die erste schwul-lesbische Kita, die eröffnet wurde. Ich schätze sowas niemals für Möglichkeiten, dass sowas mal hier in Deutschland so eingeführt wird, ne? Das ist heftig. Dass man den Kindern so sagt, sie können sich ihr Geschlecht aussuchen. Dass man denen Pubertätsblocker gibt, ne? Absolut heftig, ey. Absolut heftig. Wer mir gesagt hätte, dass das sowas hier möglich wäre, ich hätte gesagt, du hast ja nicht mehr alle. Aber da seht ihr mal, wie Saat hat immer mehr und mehr seine Macht präsentiert, ne? Und die ganze Gesellschaft durchseucht. Ihr kennt ja dieses berühmte Video von dieser Kundgebung in Puppertal, wo die Leute auf einmal sagen, was sie sind. Die eine sagt auf einmal, ja, ich gehöre zu einem Rudel und bin ein Fuchs. Und in diesem Fuchs bin ich 13 Jahre alt und das ist Wahnsinn. Oder ich heiße Zoas und bin eine Elfe und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier los ist, ey. Ich bin ein Fuchs, sag dir, ey. Das ist so krank. Warte mal, ich guck mal, wie ich das finde. Ich bin ein Fuchs. Ich bin... Ja, genau, hier. Ich bin ein Fuchs, 17 Jahre alt. Hört mal! Ich bin ein Feder. Ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Und in dem bin ich momentan vier Monate alt. Ich bin Zoll, ich bin 90... Oder... Aber ich bin... Ich bin eigentlich 17 Jahre alt und bin ein Fuchs. Und... Was ist das? Warte, hör mal. Ich bin Feder. Ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Und in dem bin ich momentan vier Monate alt. Was ist das hier? Ich bin Zoll, ich bin 19 Jahre alt und meine Pronomen sind types. Ich bin Milo. Ich geh mit allen Pronomen... Und ich bin 13 Jahre alt. Ja, ich bin da, äh, Felix, äh, ähm, der Felix. Der Salter von einem Rudel und bin dann der Javiaro Kappi. Der Felix ist ein, äh, der Felix ist Papa von einem Rudel. Das ist so Wahnsinn, ne? Wenn sie dann auf einmal mit so Ketten, äh, so die Leute sich dann als so Hunde dann so auf dem Boden so rumlaufen und die dann von irgendjemandem so angekettet so wie so ein Hundeführer so durch die Gegend schleifen, ne? So Gastiget mit Menschen. Was hier ab, merkt ihr, das ist schon wieder wie Sodom und Gomorra, ne? Absolut Wahnsinn, ey. Sodom und Gomorra kommt wieder zurück, guck mal, hör mal weiter. Ich hab fünf Namen, ich benutze Gabriel, Luca, Buck, Max und Fall. Ich hab auch fünf Namen, ich bin Dr. Scherer, ich bin Abo-Hetzerei. Ich bin Hetzmehl. Ich bin Ex-Muslim. Ich bin Aminovic. Ich bin Amirik. Ich bin Aminov. Sieben Namen hab ich sogar. Ist das nicht heftig? Abends definier ich mich als Transmensch. Morgens bin ich wieder der harte, starke Herkules. Ich weiß nicht, was hier los ist. Das ist der absolute Wahnsinn, ey. Ah ja, zwischendurch bin ich noch Jeside. Und auch Aramea. Was weiß ich noch? Armenier. Die Zirbeldrüse ist der stört, aber ehrlich, ey. Bruder, ich bin schon als kleines Kind getauft und kann ich mich noch mal taufen lassen? Ja, natürlich, du musst dich bewusst für die Taufe entscheiden. Als kleines Kind hattest du ja gar keine Möglichkeit, dich zu entscheiden. Also, nochmal dich taufen lassen. Aber du weißt, die Taufe rettet dich. Das ist kein Muss, um gerettet zu werden. Das ist ein Bekenntnis vor den Menschen, dass du dich zum Herrn Jesus Christus bekennst. Und mit ihm in den Tod gegangen bist und mit ihm auferstanden bist. Ich bin Nina, ich bin 19 Jahre alt und komme hier aus Wuppertal und ich bin lesbisch. Also, ich bin Feder, ich bin eigentlich 17 Jahre alt. Was hier los ist, das kann sich keiner vorstellen. Sag mal, ich bin... Ich bin Nina, ich bin Nina, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Feder, ich bin eigentlich... Absolut heftig. Absolut wahnsinnig. Oh, und war da! Wallahi, wie viele haben zum Beispiel auch hübsche Frauen, aber diese Frauen gehen nicht fremd. Oder sie treffen sich mit fremden Männern. Wenn sie auch nicht fremden, aber sie treffen sich mit fremden Männern. Oder sie schreiben mit fremden Männern. Oder sie hat nicht nur Auge für ihn. Schaut mal, wie Allah a.s.w. die Paradiesjunkfrauen beschreibt. Es gibt doch wunderschöne, großäugige Paradiesjunkfrauen, die in ihren Zelten zurückbleiben. Das heißt, sie bleiben nur dort. Maschallah. Sie verlassen nicht ihr Haus. Sie warten auf dich. Ja, sie warten auf dich. Ja, sie warten auf dich. Ja, wo hast du? Erster Spruch, den du wirst. Nein. Ja, nur Auge! Das ist das, was Allah a.s.w. beschrieben hat. Er sagt, Er sagt, Nie zuvor wurden diese Paradiesjunkfrauen weder von Menschen noch von Jinn berührt. Siehst du, er sagt berührt, aber das eigentliche Wort ist entjungfert. Noch nie wurden sie entjungfert, weder von Menschen noch von Jinn. Und das ist in Zuge 55, Vers 56. Ja? J mit der Hunda, das bedeutet entjungfern. Also so auseinandernehmen. Wo ist Mariam? Wo ist Schwester Mariam? Die kann das für uns vorlesen. Die ist noch nicht da, aber die Kopie stimmt gleich. Weder von Menschen noch von Jinn. Das heißt, Allah gibt dir das exklusivste. Und im Paradies haben sie vollkommen gereinigte Frauen. Das heißt, diese Frauen sind keine Frauen, die unangenehme Gerüche haben. Es gibt Frauen, die sind vielleicht schön, aber die haben zum Beispiel so ein Schweißdrüsenproblem. Kennt ihr dieses? Es gibt Leute, der kann sogar in die Autowaschanlage gehen und sich waschen. Aber es bringt nichts. Warum? Weil er hat eine Krankheit. Und der Schweißgeruch ist so extrem, dass du das wirklich nicht auffällst. Ich selber habe manche Leute gerochen. Du wirst am liebsten auf dem Maße. Deswegen, das kann sein. Aber im Paradies haben die Frauen keinen Geruch am Körper. Und sie haben keinen Mundgeruch. Und sie sind gereinigt. Gereinigt bedeutet, sie haben keine Angelegenheiten wie Mundgeruch, keine Menstruation oder andere Dinge, die ein Mann davon abhält, dass er sich ihnen nicht nennt. All das gibt es in ein Gender nicht. Allah hat sie gereinigt für die Paradies gewonnen. Subhanahu wa ta'ala. Und schaut sie... Dass sie das aber auch nicht in Frage stellen und herausfinden wollen, woher dieses... Woher das kommt mit diesen 72 Jungfrauen. Jungfrauen im Paradies und so, ne? Das ist das heftig. Die glauben daran, ohne zu hinterfragen. Genau wie ein Scheer in Amerika gesagt hat, meint er, Wir folgen Mohammed blind. Wir folgen ihm blind. Auch wenn er so zum Beispiel den Hadithen gelogen hat. Egal, trotzdem weiter folgen. Unglaublich, ne? Sehr verführerisch, ne? Für die Männer. Die wollen dann so üppige Frauen mit schwellenden Brüsten da, ne? Die kommen dann so mit diesen Ghetto-Bunnys, ne? Wie in diesen Hip-Hop-Videos. Die machen einen Twerk, wenn ich Twerkdez. Ist das krank. Wunderschön, Sie sind. So berichtet einer zu dem Malik, radiyallahu anhu, war da. Er sagte, Kale Rasulullah, Sallallahu alayhi wa sallam, Lahu anna im Wa'atan min nisai ahli al-jannati tala'at, ilan ardi la'adra'at ma' bennehuma, wala mela'at ma' bennehuma rieha. Er sagte, wenn eine Frau vom Paradies, von oben herab schaut, auf die Dunya. Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Er sagt mir, wo ist al-jannati? Wo ist al-jannati? Wo? Ja, nee. Im? Im Himmel. Im? Im Himmel. Wie die Salaf sagt. Sie schaut von oben herab auf die Dunya. Und wenn sie von oben herab schaut auf die Dunya, dann füllt sie die gesamte Erde und Himmel und was dazwischen ist, mit Licht. Was? Und sie füllt zwischen Himmel und Erde einen wunderschönen Geruch. Allahu Ek. In einer anderen, wie die Frau, wenn eine der jungen Frauen, Paradiesjumfrauen, ihren Zeigefinger in die Dunya eintaucht, dann wird das Mond und Sonnen nicht ersetzt. Was sie für Fähigkeiten haben. Das Mond und... Was diese Paradiesjumfrauen für Fähigkeiten haben. Sie bieten dir nicht nur Platz für dein P-I-N-I-S, der so dick gemacht wird wie eine Palme. Nein! Sie können sogar so göttliche Fähigkeiten haben, diese Kreaturen da. Ist das zu fassen? Mashallah, kein Mundgeruch. Ja, aber ehrlich? Habt ihr manche Leute gesehen, die strahlen? So kann man das eigentlich genutzt, sie anzuschauen. Aber ist das dasselbe? Das ist eine ganz, ganz andere Sache, liebe Geschwister. Er sagte, a.s.w. in einer anderen Überlieferung. Er sagte, diese Frau, Paradiesjumfrau, trägt 70 Kleider. Wer sagt mir, warum trägt sie 70 Kleider? Warum trägt die Paradiesjumfrau 70 Kleider? Also die hat dann 70 Kleider an, diese Paradiesjumfrau. Ja, warum denn? Ein Mann, der sich mit den Frauen auskennt? Bitteschön. Wenn man sich anschaut, kriegt der andere das. Und es sieht sich so an, wie ersetzt sie nun ihre Haare. Jameel, Allahumma veli. Sie hat zwar 70 Kleider an. Ibn Khayyim, rahimullah ta'ala, sagt, es fällt ihr gar nicht schwer, diese 70 Kleider zu tragen. Das ist genau so, als wenn sie Haare auf den Kopf haben. Merkt sie das, dass sie Haare auf den Kopf haben? Nein. Und in jedem Moment, wo der Mann sie anschaut und wegschaut und nochmal hinschaut, sieht er sie in einem neuen Kleid. Allahumma veli. Sie sind die Kette, diese Magier, die dann die ganze Zeit in zwei Sekunden ihre Klamotten tauschen, und du das nicht so bemerkst. Zack, zack. Ist das heftig, ey. Kennt ihr das ja, wenn die so Magier, die dann so mit ihrer Assistentin, dann machen die einmal so, und dann zack, haben die ein nächstes Kleid an. Zack, nächstes Kleid, nächstes Kleid. Heftig, ne. Dann kann ich ja auch hier eine von Dunja nehmen. Dann brauchst du nicht diese Paradiesfrauen. Hier die Frauen haben das auch drauf. Hör mal, hier kommst du rein in deine Wohnung, die Frau kommt dir entgegen, du riechst dann von draußen den Knoblauchgeruch, die Jogginghose eine Woche an, da kleben noch irgendwelche Knoblauchpresse, und dann ist vom Kindesau noch dran, dann macht die Hoppel, damit die Farbe auch nicht ganz so hell ist. Ja, so entgegen sie dir. Das ist nicht der Fall in meinen Jander, liebe Geschwister, sondern du siehst sie immer bei einem neuen Outfit. Und das ist das Wunderschöne. Das ist sehr wunderschön, ja. Das ist ein erwachsener Mann, der sowas dann glaubt, diese Fantasie-Zeugs. Und dann bringt er das den anderen Leuten ja bei. Anstatt auf die Idee zu kommen, er hatte mal, ich muss mal herausfinden, woher dieser Ursprung dieser 72 Jungfrauen ist, wer hatte überhaupt diese Idee? Und dann würde er herausfinden, dass die Perser mit sowas schon ankamen. Dass der Mohammed das einfach von den Persern übernommen hat, in allen persischen Religionen und Traditionen und sowas. Und wenn wir auf einmal die solche Wikinger-Frage, die sich so als Wikinger outen, die an Valhalla glauben, ihr kennt das ja, Valhalla, dieses Himmelreich, wo dann die Menschen hinkommen, wo jeden Tag gesoffen wird und, ne, und angefangen wird dann diese essexuellen Fantasien dann dort auszuleben. Das hört sich ganz danach an, wie so ein Wikinger-Himmel. Bäche voll mit Alkohol, also Bäche voll mit Wein, köstlich für die Trinkenden, sagt der Allah. Ja? Kleine Knaben, die dich bedienen. Und du die kleinen Knaben dann auch, dementsprechend dann, äh, auch bedienen darfst. Absolut. 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 Was haben wir denn hier noch? Ah, der Fall Asia Bibi, die Arme, ne? Das ist Asia. Das ist Asia Bibi. Ihre Todesstrafe wurde soeben aufgehoben. Das hat dann nicht zu Feiern geführt, sondern zu Wut, Empörung und Massenprotesten in ganz Pakistan. Das ist across Pakistan. Unglaublich, diese Frau, diese Asia Bibi wurde irgendwie beschuldigt, den Koran irgendwie zu verunglimpfen, also verunglimpfen oder was. Oder den Propheten. Und daraufhin sollte sie dann getötet werden, aber die Todesstrafe wurde aufgehoben und die Leute gingen dann auf die Straße, um dagegen zu protestieren. Nein, sie soll getötet werden. Wie die Meute damals mit dem Herrn Jesus Christus. Muslime sind nichts anderes als Pharisäer. Sie haben einen mörderischen Geist in sich. Merkt ihr? Vor neun Jahren war Asia draußen, um Früchte zu pflücken. Es war ein heißer Tag und sie trank etwas Wasser. Das hat bereits ausgereicht, um sie ein Jahrzehnt in Einzelhaft zu stecken und zum Tode zu verurteilen. Doch der wahre Grund lautet, dass Asia eine Christin ist. Andere Frauen, die damals dabei waren, sagten, Asia habe die Tasse berührt. Darum hätten sie nicht mehr daraus trinken können. Asia wurde geschlagen und wegen Blasphemie beschuldigt. Das Urteil wurde nun verworfen. Islamisten fordern nun religiöse Gerechtigkeit. Dies ist ein sehr trauriger Moment. Wir sind geschockt, dass Asia Bibi freigelassen wird. Wir fordern... Dieser Muslim sagt so, wir sind geschockt, dass diese Frau freikommt. Wir wollen auf jeden Fall, dass sie nach islamischen Rechtern bestraft wird und so. Für was? Was hat diese arme Frau denn getan? Weil sie Christin ist. Merkt ihr? Und sie haben sie einfach beschuldigt. Wisst ihr noch den Hadis, den ich euch gezeigt habe? Wenn der Muslim sogar die Schnauze von seiner eigenen Frau voll hat, kann er einfach diese Frau dann umlegen und behaupten, die hätte den Propheten beleidigt. Ohne Zeugen, ohne nichts. Allein die Zeugenaussage eines Mannes reicht vollkommen aus. Ja, wenn diese Frau ihm so sehr auf die Nerven geht und er auf einmal die Fassung verliert und diese Frau dann tötet und er selber dann von dem... Also das Gesetz wird ja dann vorgeschrieben, dass er dann getötet wird aufgrund des Mordes an der Frau. Aber wenn er sagt, ja diese Frau hat Mohammed beleidigt und hat Blasphemie betrieben, dann gibt es für ihn keine Strafe. Wahnsinn, ne? Welcher Hadis ist das? Hat denn jemand Parade oder muss ich mal eben suchen oder was? oder was hat sie weiss nicht tun oder was? Ich habe einen Eindruck? Ich habe ihn nicht nur als Haus, aber ich kann da und weiß es nicht. Und ich kann das Schlauze haben, dass er nur einen Eindruck hat. Ich kann mich nicht selbst auf, weil ich meine Erείigung zwei Worte verhalten. Und ich kann das Schlauze haben, dass mich nicht nur, auch schon wieder rausgezogen hat und ich empfüreый. Also das ist ein Geräuschen habe. Und das so sehr klar finde ich imimi von Verlangen, Und da habe ich das Hksack. Okay, die. Untertitelung des ZDF, 2020 Alexa, antworte, schreib da, pind das mal bitte an. Sunan Abidawut 4361. Sunan Abidawut 4361. Was klappert denn? Hier klappert gar nichts. Doch, klappert, jetzt besser. Ja, okay. Habt ihr das gerade mitbekommen? Dass der blinde Mann eine Sklavin hatte, die schlecht über den Propheten geredet hat. Er dann einen Dolchnam oder so eine Schaufel oder was auf den Bauch der Frau drückte und sie da umgebracht hat. Und dann kam ein Kind zwischen den Beinen hervor, Blut überströmt. Und der Mohammed hat dann gesagt, wer hat diese Frau umgebracht? Und dann stand dieser blinde Mann auf und setzte sich vor den Propheten und hat ihm das erklärt. Und dann sagt er, anstatt diesen Mann dann zur Rechenschaft zu ziehen, dann sagt er einfach, oh Leute, hört hier hin. Für ihr Blut ist kein Geld zu bezahlen. Es ist kein Blutkett zu bezahlen für ihr Blut, dass sie den Mohammed beleidigt hat. Wahnsinn, ne? Mein Gott, was verklappert denn? Besser? Hier ist alles ruhig. Wo ist diese Alexa? Antwortet schon wieder. Alexa, Antwort, wo bist du? Dankeschön, Mann. Also, okay. Ja gut, dann schreibe ich das selber auf. Sunan. Habi. Garut. 4, 3, 6, 1. 4, 3, 6, 1. Hier, ihr Lieben. Kommentar fixieren. Da habt ihr es. Seht ihr das? Wenn ihr das eingibt, kommt ihr zu dem Hadith. Und der Hadith ist Sahih. Also korrekt. Authentisch. Dieser angestrengte Blick. Ja, ich muss mich auch mal ein bisschen anstrengen. Ja, ich muss sowohl hier drauf achten, als auch da gucken, hier machen. Ja, super. Ich bin hier richtig am Multitasking. Alles am machen. Ja, und wie ihr seht, die arme Asia Bibi wurde dann beschuldigt. Der Blasphemie. Oh, danke dir, Soja. Galaxy. Danke, Semmel. Danke. Ähm. Bello, danke dir. Und das Heftige ist, die beschuldigen dich einfach dann wegen sowas. Und dann werden die dich auch anklagen und dich umbringen. Wahnsinn. Ganz schnell geht das im Islam. Die Regierung auf, diese Entscheidung wieder zu ändern. Pakistan ist ein religiös-konservatives Land. Es gibt in etwa 2,5 Millionen Christen. Das ist eine Minderheit von nur 1,6 Prozent der Bevölkerung. Um die islamische Vorherrschaft zu schützen, wurden im 19. Jahrhundert Blasphemie-Gesetze eingeführt. Sie gehören zu den strengsten in der islamischen Welt. Die Beleidigung des Glaubens kann zu Gefängnis und sogar zum Tod führen. Es gibt auch strenge Strafen für alle, die Asia Bibi unterstützen. Der Gouverneur von Punjab, Salman Tassir, wurde 2011 von seinem eigenen Bodyguard getötet, weil er diese Gesetze reformieren wollte. Aha, seht ihr, warum der Islam nicht reformierbar ist? Die Muslime werden dich töten, wenn du versuchst, die Religion zu erneuern. So wahnsinnig ist das Ganze. Sobald du versuchst, als Muslim, er selber ist ja Muslim, sobald du versuchst, diese Gesetze zu ändern und die Scharia so ein bisschen anders auszulegen und so, bist du dran, die werden dich töten. Seht ihr, wenn der Islam in der Dominanz ist, in der dominierenden Zahl sind, was sie auf einmal machen, und dann sehen wir einen Islam, wo sie die Minderheit haben, wo sie erstmal noch locker sind, aber trotzdem nicht verfolgen, sogar hier. Das haben wir an meinem Beispiel ja am besten gesehen, dass sie nicht zögern, auch mich kalt zu machen. Hier sogar, wo der deutsche Staat das Sagen hat. Krass, ne? Uns Minister wurde ebenfalls getötet, nachdem er Asia Bibis Entlassung gefordert hatte. Wegen ihrer Unterstützung der Hinrichtung begann die rechte islamistische Partei, TLP, zu wachsen. Sie rief zu Massenprotesten auf, sollte das Blasphemie-Gesetz angerührt werden. Selbst das oberste Gericht habe selber den Tod verdient, weil es das Urteil verworfen habe. Das Oberhaupt der TLP, Mohammed Afzal Qadri, hat geurteilt, dass der oberste Richter und alle, die die Freilassung Asias angeordnet haben, den Tod verdienen. Wahnsinn, ne? Also diese Frau hat nichts getan. Die Leute, die dann dafür sind, dass sie freigelassen wird, sollten auch getötet werden. Guck dir das mal an, wenn man sich für sie einsetzt. Absolut krank. Dieser Verstand ist komplett ausgeschaltet. Merkt ihr das? Wenn Religion auf einmal deinen kompletten Verstand benebelt und du gar keinen Gerechtigkeitssinn mehr hast, sondern nur noch Tod, 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 einfach blind verfolgst. Kein Gerechtigkeitssinn mehr. Was sagt der Herr Jesus Christus? Ungerechte werden das Reich Gottes niemals erben. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du diese Worte gesagt hast. Weil solche Ungerechten, wie diese sind, haben das Reich Gottes niemals verdient. Und deswegen beten wir jetzt auch. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich jetzt zu dir beten darf, dass ich dir meinen allertiefsten Dank ausspreche, was du für uns am Kreuz getan hast, für jede einzelne Person, die hier gerade drin ist, auch für die gesamte Menschheit. Dass jeder, der hier drin ist, dein Werk am Kreuz annimmt, Herr, und sich vor der ewigen Strafe schützt, Herr Jesus Christus, du siehst, was unsere Geschwister in den islamischen Ländern durchmachen, welches Leid sie durchmachen, Herr, weil sie an deinen Namen glauben. Sie werden mit allen Sachen konfrontiert, beschuldigt und der Blasphemie beschuldigt, Herr, weil diese Religion namens Islam ihre Schreckensherrschaft verbreitet, Herr Jesus Christus. Aber wir wissen ja, wer den Islam ins Leben gerufen hat. Das ist der Widersacher, Herr, der auch Lügen gegen dich verbreitet, Herr Jesus Christus, dass du nicht der Sohn Gottes wärst, dass du nicht Gott im Fleisch wärst, Herr Jesus Christus. Hab Dank, dass wir dich erkannt haben, Herr, und dir nachfolgen, Herr. Wir wollen täglich unser Kreuz auf uns nehmen und bitten dich, dass du uns segnest, behütest und beschützt, Herr, und auch unsere Geschwister in den islamischen Ländern, dass du ihnen beistehst bei all ihren Angelegenheiten und all ihren Problemen, Herr Jesus Christus. Aber du sagtest ja, dass sie es hundertfältig zurückbekommen, wenn sie ihr Leben für dich lassen, Herr Jesus. Und deine Worte sind Wahrheit, denn du bist die Wahrheit entfessert, Herr Jesus Christus. Segne jeden Einzelnen, der hier drin ist, ob ein Nachfolger von dir oder ein Muslim oder auch ein Athen ist egal. Herr, führe du uns wahrhaftig in dein Himmelreich und lasse uns zu denen gehören, die fest an deinen Namen glauben und nicht zurückweichen. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ja, das ist echt heftig mit dem Islam. Ja, es macht einen Traum, weil die Hände so gebunden sind. Man kann nicht einfach in diese Länder reisen, diese Leute vor die Wahl stellen und sagen, wenn ihr nicht damit aufhört, diese Ungerechtigkeit an den Tag zu legen, dann werdet ihr an einen Ort gebracht, wo ihr diese Sachen ausnehmen könnt und von diesem Ort werdet ihr auch nicht mehr wegkommen. Es wird also, wenn es nach meiner Vorstellung gehen würde, würde ich denen so einen Ort geben, wo das abgezaunt ist, wo sie den ganzen Tag Nackentherapie machen können mit ihren eigenen Leuten, aber die anderen in Ruhe lassen. Versteht ihr? Gebt denen allen, alle Muslime, die Scharia wollen, gebt denen einen Ort, da können sie miteinander leben und ihre Scharia die ganze Zeit vollziehen. Aber bitte nicht hier in Europa oder auf der ganzen Welt. Nein, bitte nicht. Ganz einfach. Danke. Wie, wie heftig, ey. Wie heftig. Diese arme Frau wird einfach beschuldigt, da irgendetwas getan zu haben, obwohl sie es nicht getan hat. Ja, Australien, da sagst du es, ey. Da ist genug Platz. Da kannst du zwei Milliarden Menschen an einen Ort bringen, ey. Eigener Planet. Auch nicht schlecht. Ja, die haben ja herausgefunden, dass auf dem Mars Wasser ist. Jetzt brauchen wir nur noch diesen Elon Musk, oder wie der heißt, dieser Hochgrad-Satanist, der Raketen entwirft, damit man so Space Shuttle in den, jetzt zum Mars fliegen kann, mit Lichtgeschwindigkeit. Und das Projekt nach vorne getrieben wird und hier angefangen wird die Leute und die Leute dann dahin gebracht werden. Wahnsinn, ne? Jesus the way. Hör mal weiter, ihr Lieben, ihr wundervoll, ihr gesegnet ist allerhöchst. Verliert das Vertrauen in die Regierung. Sie haben das Gefühl, dass das System nicht effizient ist, wenn es um solche Probleme und um Gerechtigkeit geht. Solche Sub-Hierarchien gibt es auch in anderen Bereichen. Dort hat der Mob schon Menschen getötet. Unglaublich, ne? Das betrifft jedoch nicht nur dieses eine Gesetz. Es geht um das Misstrauen in das System. Darum protestieren die Menschen gegen die Gerichte und gegen die Vollzugsbehörden. Das Blasphemie-Gesetz hat dem allerdings den Weg geebnet. Und diese Regierung hat sicherlich diese Verurteilung gefordert. Die Forderungen nach Bibi's Verurteilung werden lauter. Es werden jedoch auch Asylangebote aus dem Ausland erwartet. Habt ihr das auch gesehen in Afghanistan, was sie mit der Frau gemacht haben? Die wurde beschuldigt, irgendwas mit dem Koran gemacht zu haben. Die haben die so zusammengeschlagen und einfach totgeprügelt. Die ganzen Einheimischen dort, die ganzen Muslime, haben so auf diese Frau eingeschlagen, diese Geisteskrankerin, dass sie innerlich gestorben ist. Durch innere Verblutung. Die sah ja voll zerrumpiert aus, ne? Absolut krank. Und diese Leute mit dem Gedankengut sind ja zu zigtausenden hier. Die haben ja alle dieses Gedankengut da drin. Sobald man was gegen den Islam sagt, Mohammed, den Islam entlarvt als eine falsche Religion, da bist du schon dran. Er soll es nachgedeckt werden. Ja. Katastrophe. Deswegen, wenn jemand mir sagt, dass ich das für Fame machen würde, der gehört wahrlich in die Irrenanstalt. Glaubt es mir. Wenn das jemand für Fame macht, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Wer diese Arbeit macht, für Fame. Wer gegen den Islam ausspricht, für Fame. Ich muss nur den ganzen Tag lachen, wenn jemand damit kommt. Du machst das für Fame. Ich schaue dich immer wieder über die Wunder im Koran. Und mit Wunder meine ich Fehler. Fehler, die offensichtlich nur 90% aller Muslime nicht bemerken oder überlesen. Oder gar nicht lesen. Keine Ahnung. Denn viele brauchen hier es gerne. Sehr geehrte Zuschauer, wie haben die frühen Juden und Christen den Mohammeden wahrgenommen? Warte mal. Christen, den Propheten, der Muslime und seine Anhänger, die als Sarazinen bezeichnet wurden, wahrgenommen. In der Doktrina Jakobi aus dem Jahre 634 n. Chr. nur zwei Jahre nach dem Tode Mohammeds wurde ein Christ gefragt, Was kannst du mir über den Propheten sagen, der bei den Sarazinen aufgetaucht ist? Stark stöhnend antwortete er, Er ist falsch, denn die Propheten kommen nicht bewaffnet mit einem Schwert. An einer anderen Stelle wird ein Mann namens Abraham gebeten, mehr über den sogenannten Propheten in Erfahrung zu bringen. Er sagte, So stellte ich Nachforschungen an und hörte von denen, die ihn, das heißt den Propheten Mohammed, trafen, dass keine Wahrheit in dem sogenannten Propheten zu finden sei. Keine Wahrheit befindet sich in Mohammed. So haben die ihn wahrgenommen. Wahnsinn, ne? Nur das Blutvergießen nur das Blutvergießen der Menschen in einem ostsyrischen Manuskript aus dem 7. Jahrhundert Ja Mohammed, sagst du doch selber, ich wurde angewiesen, die Menschheit zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Kommen sie dieser Forderung nach, so ist ihr Leben und ihr Besitz von mir sicher. Also mit anderen Worten, konvertiere zum Islam oder ich nehme dir alles weg und töte dich. So einfach. Entweder du konvertierst, bist ein guter Muslim oder wir kommen und nehmen dir alles weg und töten dich. Das ist das Islam. Von Nanesho, dem Exeget, gestorben 600 n. Chr. lesen wir, als Abdelmalik bin Marwan, König der Araber, in das Land von Shinar kam, ging Nanesho zu ihm, um ihn zu treffen und gemäß des Brauchs zu grüßen. Er, also Abdelmalik, fragte ihn, was denkst du, Katholikos, über die Religion der Araber? Nanesho antwortete rasch, es ist eine Religion, die mit dem Schwert errichtet wurde und nicht ein durch Wunder bezeugter Glaube wie der christliche Glaube und das alte Gesetz. Seht ihr? Nicht durch ein Wunder bezeugter Glaube, sondern Mohammed hat seinen Islam mit dem Schwert durchgesetzt. der hat die ganzen jüdischen Stämme ausgelöscht, hat die Juden und Christen aus ihren Wohnstädten vertrieben, hat Menschen zum Islam gezwungen. Das ist die traurige und bittere Realität. Das ist die Geschichte des Islams. Die ganzen Länder wurden gewaltsam übernommen, mein Land ist durch die Islamisierung gegangen, Tunesien, Marokko, Algerien ist islamisiert worden, Afghanistan ist islamisiert worden, die ganzen Länder, Syrien, Irak, Pakistan, Sudan, 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 absolut geisteskrank. Ja, und Europa wäre ja heute eine muslimische Nation, wenn es nicht die Kreuzritter wären, die da zwischengegangen sind, damals. Sonst wäre heute Europa eine islamische Nation. Es waren also die Kreuzritter, die die Mujahedin zurückgedrängt haben. Ne? 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 Und bis heute ist das immer noch so. Wacht auf. Sie versuchen es ja, ihr wisst ja, die Muslime versuchen es ja immer wieder und immer wieder mit Eroberung, aber sie sind schwach. Sie haben keine wahre militärische Macht, noch könnten sie es mit einem westlichen Land aufnehmen. Wenn Amerika wollte, dann könnte es jedes islamische Land in zwei Sekunden pulverisieren. Das ist gar kein Thema. Ja, die ganzen NATO-Staaten würden sich dann zusammentun und jedes islamische Land dem Erdboden gleich machen. Was soll denn ein islamisches Land denn machen? In fünf Minuten wäre das Ganze ja geschehen, Invasoren wären reingekommen, die ganzen Leute wären dann eingesammelt oder eventuell getötet worden und das Land würde übernommen werden. Versteht ihr? Und deswegen gibt es dann auch diesen sogenannten Geburten-Dschihad, weil sie wissen, dass sie nicht stark genug sind, nehmen sie sich bis zu vier Frauen, so wie Allah ihnen das gesagt hat und machen dann den Geburten-Dschihad. Dschihad-Nikah. So ist das. Wenn ihr euch nur damit auseinandersetzt, mit Dschihad-Nikah, dann wisst ihr, was der Islam ist. So heftig. Ja, die versuchen durch Einwanderung und Zuwachs, Nachwuchs, die Gesellschaft zu islamisieren. ist das Mose. Empört befahl der König ihn, die Zunge herauszuschneiden, aber Freunde vermittelten für ihn und er wurde unversehrt fortgeschickt. Der König aber befahl, dass er nie wieder in seiner Anwesenheit erscheinen solle. Mohammed und seine Mannen wurden also so wahrgenommen, wie ihn auch die islamischen Überlieferungen beschreiben, in denen wir lesen, dass Mohammed über sich selbst gesagt haben soll, ich wurde vor dem jüngsten Gericht mit dem Schwert geschickt. Seht ihr? Miss Allah, der Erhabene, der keinen Teilhaber hat, alleine angebetet wird und meine Versorgung liegt im Schatten meines Schweres und die Erniedrigung und Unterwerfung trifft den, der meiner Anweisung zuwiderhandelt. Also jedes Land, dass Mohammed nicht, also nicht Mohammed als Propheten sieht, muss bekämpft werden. So heftig ist das und das werden die wahren Nachfolger des Islams werden das durchsetzen, die Mohammed lieben. Ja, wenn Mohammed diese Aussprüche getätigt hat und gesagt hat, die Versorgung liegt im Schatten meines Schweres und jeder, der nicht mit mir einverstanden ist und mit den Gesetzen Allahs, den werden wir bekämpfen. So krass ist das. Ephronius, der Patriarch von Jerusalem, ist mit seinem Todesjahr 639 nach Christus ein sehr früher Zeitzeuge, von dem noch einige Schriften überliefert sind. In einem erhaltenen Predigtext lesen wir, warum greifen uns die Truppen der Sarazenen an, damit sind die Araber und Muslime gemeint. Warum gibt es so viele Zerstörungen und Plünderungen? Warum gibt es unaufhörlich menschliches Blutvergießen? Warum verschlingen die Vögel des Himmels menschliche Körper? Warum werden Kirchen niedergerissen? Warum wird das Kreuz lächerlich gemacht? Warum wird Christus, der doch der Spender aller guten Dinge und der Träger unserer Freuden ist, von heidnischen Mündern gelästert, sodass er gerechterweise zu uns ruft, wegen euch wird bei den Heiden mein Name gelästert. Und das ist das Schlimmste aller entsetzlichen Dinge, die uns geschehen. Das ist es, weshalb die rachsüchtigen und gotthassenden Sarazenen die Orte überrennen, die ihnen verboten sind, Städte plündern, Felder verwüsten, Börfer niederbrennen, die heiligen Kirchen in Brand setzen, die heiligen Klöster umstürzen, mehr noch, sie wenden sich mehr und mehr gegen uns und ihre Lästerung gegen Christus, die Kirche und ihre niederträchtigen Gotteslästerungen werden immer mehr. Diese Gotteskrieger prahlen damit, dass sie über alle herrschen, beharrlich nachahmend ihren Führer, der der Teufel ist. Wir sehen, wie Sophronius selbst geißelnd die Sünden der Christen für dieses Joch verantwortlich macht und will sie zur geistigen Umkehr bewegen. Wie die Muslime, die sich in Jerusalem eingerichtet haben, mit den übrig gebliebenen Christen und der Freiheit, ihre heiligen Städte zu besuchen, umgegangen sind, lesen wir in den folgenden Zeilen. Wie einst die Philister, so hat nun die Armee der gottlosen Sarazenen das göttliche Bethlehem erobert und unsere Überfahrt dorthin versperrt. Sie drohen mit Gemetzel und Zerstörung, wenn wir diese heilige Stadt verlassen und es wagen, uns unserem geliebten und heiligen Bethlehem zu nähern. Mit diesen Einblicken in frühchristliche Schriften über den Islam verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen. Heftig, ne? So haben die ersten Christen und Juden Mohammed so wahrgenommen, ne? Als einen blutrünstigen Menschen, der mit dem Schwert sein gesamtes Leben finanziert, sozusagen, ne? Ja, es gibt ja eine ganze Suche, im Koran ist ja die Suche 8, Al-Anfal, die Beute, ja? Ihr wisst ja, wer Beute macht, Räuber machen Beute. Ein Fünfte der Beute gehört immer Mohammed, das ist so wie eine GmbH. Er schickt also seine Leute los und die Leute erbeuten dann etwas und er bekommt immer ein Fünfte dieser Gesamtbeute. Die schönsten Frauen, die besten Schätze, alles gehört ihm. Absolut krank, absolut krank. Daran merkt man schon, wie er den Islam als eine Art GmbH benutzt hat, um an Dinge ranzukommen. Und Allah war dann halt seine Erfindung, um sein göttliches Dasein, also sein Prophetentum zu rechtfertigen mit diesem ganzen Wahnsinn. Das, siedsend , Achso, ja, das ist auch gut. Mit der Taqiyah, wie der Barit oder so. Liebe Zuschauer, viele kennen bereits das Konzept der Taqiyah als eine Erlaubnis zur zweckdienlichen Lüge. Es geht aber noch weiter mit dem Konzept Al-Narit oder auch Al-Tawriya. Genau, also es gibt ja diese Konzepte der Lügerei im Islam. Solange sich Muslime in einer Minderheit befinden, können sie ihren Glauben verleugnen und das wahre Gesicht des Islams verstellen. Absolut krank. Absolut krank. Also die lügen und betrügen und verstellen das wahre Gesicht des Islams, bis sie an ihr Ziel kommen und dann ihr wahres Gesicht zeigen. So wie sie im Iran getan haben und auch andere Länder, wo sie einmarschiert sind. Im Islam wurde im Islamischen Recht eine unerschöpfliche Quelle erschlossen, um mit ein wenig Geschick in jeder Situation richtig zu lügen. In jedem Rechtswerk zur islamischen Rechtstheorie über die Jahrhunderte hinweg gab und gibt es ein Kapitel mit der Überschrift Al-Maharit. Al-Maharit. Als Beispiel sei hier das Buch Al-Ivqar von dem schäfaitischen Gelehrten An-Nawawi genannt. Es geht hier also nicht um spekulative Interpretationen von einzelnen Hadithen und Koranversen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Es handelt sich bei Al-Maharit um eine Kunst der Lüge, die fest verankert ist in der islamischen Rechtstheorie, ironischerweise im Rechtsbereich des guten Charakters. An-Nawawi macht darauf aufmerksam, dass die glatte Lüge verboten ist und es daher wichtig sei, Al-Maharit anzuwenden. Aber was genau ist Marit? Und wie kann man es alternativ zur Lüge nutzen? Al-Maharit betreibt man, wenn man etwas bewusst so sagt, dass der Hörer das Gesagte missversteht. Man nutzt also Mehrdeutlichkeiten der Sprache aus. Ein Beispiel. Ich werde gefragt, ob ich Geld habe. Ich antworte, ich habe keinen Cent in meiner Tasche. Ich meine hier eine Cent-Münze. Bei Euroscheine habe ich natürlich viele dabei. Der Fragende versteht durch meine Antwort, dass ich gar kein Geld hätte. Ja, ich habe den, der hier rumtrollt, habe ich schon längst beseitigt. Der Mehmet hat ein Stumpfschaltpaket bekommen. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Wer will noch hier rumtrollen? Meldet euch bei Dr. Sherabu Amir, der bekommt das nicht. Hallo. Hallo. We want to learn here something, not to troll. Stumpfschaltpaket, gratis. Natürlich, gratis. Wenn das was kosten würde, dann würden die sich ja nicht melden. Ihr seid ja 5,20, einer meiner Lieblingsstellen. Ja, wehe euch, die ihr Finsternis zu Licht erklärt und Licht zu Finsternis. Die ihr Gutes, Böse redet und Böses gut. Richtig? Richtig? Ja? Richtig? Richtig. Dr. Sherabu Amir, du bist wieder am Arbeiten. Gehirn ist am Arbeiten. Ach, wie gesegnet. Ja? Ach, wie sieht es? Ja? Vielen Dank. 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 Leute, ihr müsst den Stream teilen, damit die Leute das mitbekommen. Drückt bitte hier auf dieses Teilen und dann teilt das mal bitte, damit die Leute aufmerksam werden, dass ich da hier live bin. Das wäre nett. Teilen, teilen und nicht verpeilen. Ihr soll teilen und nicht verpeilen. Ach ja. As-salamu alaykum, mein Lieber, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich danke dir. Ja, das ist für mich einer der härtesten Sätze. Bruder, du weißt, ich bin auch ein Fahrer und ich lebe in Bagdad. Ich war drei Wochen eingesperrt. Ich war drei Wochen eingesperrt. Drei Wochen warst du eingesperrt? Ich war drei Wochen im August eingesperrt. Ich wurde erwischt beim evangelisieren. Niemand wollte sich bekehren bei uns in Bagdad. Heftig. Bei Muharram, weißt du, die Shia haben Muharram aktuell, weißt du. Ja. Und es ist bald zu Ende und ich wurde erwischt. Die haben mich eingesperrt. Vor drei Wochen, da habe ich mein Handy entzogen. Haben die dein Handy kontrolliert? Ja. Nein. Nein. Die haben das nicht gemacht. Und die haben Angst, Bruder, die haben Angst, weil die haben Angst, die Muslime haben keine Stabilität in sich, die zerfallen schnell, weil nicht die Wahrheit in ihnen ist. Ja. Verstehst du? Ja. Die Wahrheit zerfällt schnell, weil es gibt keine Wahrheit im Islam. Wenn es eine Wahrheit gibt, dann gäbe es auch eine Freiheit, in einem islamischen Land von Jesus Christus zu erzählen. Amen. Es gibt diese Freiheit. Nein. Es gibt nur Terror. Nur Terror und Leid. Genau. Und genauso, wie Muhammad, wie Muhammad, aleyhis salatu was salam, sallallahu alaihi was salam, befuhlen hat, er hat befuhlen, sallallahu alaihi was salam, Rasulullah Muhammad, qatiluhum yu'azibahum Allah beeydikum. Bekämpft sie, bis Allah sie quält in euren Händen und eure Brüste heilt. Das ist, das ist, so hat der Prophet, sallallahu alaihi was salam, Allahumma salli ala muhammad wa ahli muhammad, er hat gesagt, tütet sie, quältet sie. Ja, das ist doch Liebe. Warum beschwerst du dich über so eine Liebe? Hallo? Das ist wundervolle Liebe, die du gespürt hast. Natürlich, natürlich. Schau, der Islam ist eine Rahmah. Eine Rahmah, dass sie dir mit einem Saftenschwert den Kopf abtrennen. Das ist ihre Rahmah. Genau. Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Ich bin auch ein Fahrer. Ich habe auch nicht viel Zeit manchmal. Mein nächster Kunde wartet. Bis der Amir kommt, möchte ich euch sagen, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns befohlen hat. Hütet die Ungläubigen. Quälet die Ungläubigen. Quälet, ne? Ich wollte, ich wollte die Zuschauer ein bisschen, ein bisschen, äh, Informationen geben. Mein lieber, mein lieber, Habib, was sagst du zu den, diese Muslime, die lügen und sagen, nein, man soll nicht die Ungläubigen, mit Christen sind nicht Ungläubige gemeint. Ihr seid 78 da. Kennst du diese Betrüger, die so sagen? Ja, es gibt, es gibt aktuell Muslime, die nenne ich Al-Khajlanin, die, 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 die geschämten, die schämen sich. Es gibt jetzt aktuell Muslime, wenn du fragst, bist du Sunni oder Shiri, der sagt nur Muslim, weil wenn du Shia sagt, dann gibt es viele Probleme. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn der Sunni, äh, wenn der Sunni sagt, dann gibt es viele Probleme. Die, die, die schämen sich zu sagen, wir sind Sunni. Die schämen sich, die sagen nur Muslim. Das heißt, der Islam zerfällt langsam und es gibt jetzt eine neue, äh, mh, wie soll ich das nennen? Bist du dabei? Es gibt aktuell eine neue Reihe, neue Gruppen von Muslimen, die sich schämen und sitzen auf einer Bank, sozusagen. Äh, 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 diese Bank heißt, äh, geschämt, geschämte Bank oder, 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 ja, also Al-Khajlanin. Al-Khajlanin, das heißt, die, die sich schämen. Es gibt viele Muslime, die sich jetzt schämen. Und langsam werden sie Mia und Mia und Mia und Mia und Mia und irgendwann werden ihre Kinder und Enkelkinder auf die Welt kommen und sagen, wir sind von diesen Muslimen, die sich schämen. Ganz einfach. Der Islam ist zerfallen und die Sunna ist am Ende, weil alles ist jetzt offensichtlich, alles ist sichtbar, alles sieht man, alles liest man über die Sunna und über die Shia und langsam wird alles zerfallen und zerfallen und zerfallen und die nächsten Generationen werden das auch natürlich Mia sagen und irgendwann, der Islam ist am Ende. Punkt. Und keine Wahrheit wird versteckt werden, sondern jede Wahrheit, jeder Dieb, jeder Dieb, jeder Räuber, jeder Überfaller wird irgendwann erwischt und seine Wahrheit kommt ans Tageslicht und werden die anderen wissen und die werden natürlich diesen Menschen kennen und sagen, ja so war das, so ist das. Und dann sind einfach die nächsten, die nächsten Generationen, muslimische Generationen, die sich richtig schämen werden über Sunna und Shia und so weiter. Die werden sagen, nur Muslim, aber ohne Hadith, ohne Sahih Muslim, ohne Sahih Bukhari. Und es werden manche geben, auch irgendwann in den nächsten Jahren, wir sind Muslim, aber ohne Koran, weil Koran wurde verfälscht. Es gibt kein richtiger Koran, aber wir sind trotzdem Muslim. Es werden diese auch Gruppierungen geben und das ist wunderbar. So sagte Herr Jesus Christus. Wenn die Wahrheit nicht in sich ist, dann wird sie verfallen. Genau, Punkt, Ende. Und ich freue mich, ich war im Gefängnis, ich freue mich, ich war im Gefängnis, okay. Je mehr ich im Gefängnis bin, je mehr ich verfolgt bin, ich mache weiter. Ja, Amen. Weil das treibt mich einfach nach vorne. Kein Problem. Wunderbar. Drei Wochen im Gefängnis, ich habe keine Stimme mehr, ich wurde gefoltert, das kann ich nicht erzählen jetzt, weil es ist zu viel. Aber ich werde weitermachen und der Islam zerfällt und es gibt viele Sunniten, die schämen sich zu sagen, ich bin Sunni. Sie sagen, wir sind Muslim, weil wenn sie sagen Sunni, das bedeutet Sahih Muslim, Sahih Bukhari und Sunniten Nabi sallallahu alaihi. Und das ist alles unverschämt, das ist alles Lügerei, Liberei, Sextreiberei mit Kindern und es gibt keine Sunni hier fast. In den nächsten zehn Jahren werden die Muslime sagen, wir sind nur Muslim, Sahih Muslim, Sahih Bukhari wird nicht mehr anerkannt. Aber das ist der Zerfall. Der hat angefangen und wir werden weitermachen, bis ich sterbe. Gefängnis, kein Problem, aber ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Ich gehe zu Jesus Christus, den König, alle, die ich hingehe. Amen. Wundervoll. Gott segne dich weiterhin, ja. Halt immer an dem Handy Jesus Christus fest, ne. Amen. Ich muss dich verlassen, wenn mein nächster Kunde wartet. Okay, alles klar. Du kannst immer wieder hier reinkommen und uns von deinen Sachen erzählen. Gott segne dich und deine Arbeit. Amen. Ich weiß. Okay, mach's gut. Ciao. Ciao. Heftig, was er durchmacht, ne. Wahnsinn, ihr Lieben. Ein bisschen unser Mund aufmachen, egal was es... Hashtag. Das war's für heute. 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 Ja, okay. Ja, okay. Das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute. Genau. Also, also, hat er, Und, and, andré, und, und, andréf YEAH, jahre alt ja er hielt noch dutzende frauen als gefangene und er ließ noch hat er gemeint ich habe alles mitgeschrieben was er erzählt hat er ließ von glauben abgefallene kreuzweise hand und fuß abhaken ja natürlich weil sie das kamel urin den nicht geschmeckt hat und die schäfer umgebracht hat war mit wechsel seit ich die hände und füße von diesen leuten abgeschlagen und mit reizen nägeln die augen von ihnen zugemacht und die liste ist noch lang was hat er noch gemacht seine kritiker und die dichter hat er ermorden lassen und er hat noch gefördert diese mörder einfach eine große belohnung in jener seite bei allah wenn die das tun so was hat er noch erzählt also die intoleranz gegen nicht gläubige dort toleranz und friede sind für den islam die mittel da man im krieg als list einsetzen kann in vielen islamischen staaten müssen die christen und andersgläubige eine zusätzliche steuer zahlen genau also der fang ist ja genau war um hana sarid und da fang ist ja genau das hat er noch frauen im islam also das ist auch sehr sehr wichtig mohammed ja was ich sagen also mohammed sich hätte was hat gesagt mein vater hier man durch das also die unterdrückung der frau wurde im islam gesetzlich festgelegt siehst du genau da sind wir anhand eines ganz einfachen beispiels radija radija war eine mächtige frau eine kauf frau die männer als mitarbeiter hatte und mohammed war einer ihrer männer einer ihre männer hätte mehrere männer richtig richtig also die frau intellektuell und religiös die war minder erschaffen die war immer so weniger als der mann wert ist weniger wert und die frau war bei mohammed in seiner hinsicht war die frau eine quelle der bosheit das heißt die ganze ganze himmel ich meine die hölle ist nur voll mit frauen ja du kennst du den hadith als der mohammed gesagt hat wenn ihr wissen wollt woher das böse kommt da hatte sein finger auf euch das haus gezeigt dass das der frauen auf von euch das haus kommt ich glaube so war das muss man mal gucken genau und die sind halt wie sind die meistens einfach von ihnen die wenn in der hölle landen so ist die frau mohammed bestimmt durch surah 4 an isär 3 dass die männer bis zu vier frauen die ihnen gefallen heiraten können und um diese bestimmung zu verstärken fördert er dann glauben dass er ein dummensein mehrere frauen zu heiraten die denken das ist so gottes wort so was unheilig ist bis zu vier frauen zu nehmen unendlich viele sex-sklavinnen und so ne das ist es unverschämt so was zu behaupten unverschämt ja das ist so das ist so eine beleidigung für gottes heiligkeit der koran ist eigentlich eine beleidigung gegenüber gott merkst du ja richtig also die frau die unterjochung der frau selbst noch im jener seid ihr habt ja auch gar keine rechte auch im jener seid mein schwesterherz kannst du bitte mal sahih albukhari 50 94 aufschlagen und uns das bitte vorlesen moment ich bin gleich da ich muss noch google öffnen ja 50 94 50 94 nein ja mein lieber gott ich weiß jetzt was ist auf mich gerade wartet ja 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 Okay. Okay, die arabische Übersetzung, was haben die da für Arabisch? Ich gucke mal, ob das überhaupt einstimmt. Auf Deutsch. Also, Mohammed sagte, das böse Omen, was was mentioned before the prophet, also wurde dem Propheten gesagt. Der Prophet sagte, if there is evil omen, warte, einen Moment. Ja, habe ich, genau. Evil omen, das böse Omen, ist bei der Frau in ihrem Haus. Ja. Ein böses Omen wurde bereits vor dem Propheten erwähnt. Der Prophet sagte, wenn irgendetwas ein böses Omen ist, dann im Haus bei der Frau und beim Pferd. Und beim Pferd, genau. Genau. Für Dari, für den Mann, ist das richtig. Genau. Wie der Mohammed die Frauen gehasst hat, das ist so krass, ne? Er hat nur gesagt, weißt du was, die Muslimen sagen, nein, Mohammed hat doch gesagt, dass das Paradies unter den Füßen der Frauen liegt. Ja, ja, genau, ja. Ja, ja, natürlich, klar. Weißt du, was damit gemeint ist? Man muss die Frau gut behandeln und so, ja, im Sinne von, dass der Mann die Frau einfach nur versorgt mit Essen und Kleidung. Das war's. Mehr hat der Mann nicht nur die Verpflichtung zu der Frau. Gar nichts. Die Frau hat die übelste Verpflichtung gegenüber dem Mann. Und die Eintrittskarte ins Himmelreich für die Frau ist die Zufriedenheit des Mannes. Das kannst du jeden Gelehrten fragen. Der wird dir das bestätigen, was ich sage. Mohammed war frauenfeindlich, Nummer eins. Da steht, dass die Frau hier ist ein böses Omen. Und die ganze Hölle ist nur mit Frauen besetzt. Also die wird nur mit Frauen besetzt, die ganze Hölle. Ja, so sieht es aus. Warte, in her mind. Ja, liebe Muslime. Und ihr sagt noch, immer noch, dass es halt, Islam ist friedlich und wundervoll und schön und wacht auf, wacht auf in euren Träumen. Guck mal, die Beschreibung des Paradies in den Surah 78, in Nebe 56. An Naba. Naba, genau, Naba. Das sehr deutlich zeigt, verheißt den Männer gleichhaltige Huris mit schwellenden Brüsten und einem Becher Wein. Die Surah al-Wakia verspricht Gärten der Wonne und großäugige Huris, also Huris, Al-Huris, haben sich zur Verfügung. In ihrer Schönheit dem wohlwarsten Perlen gleicht. All dies zeigt, dass es für gläubige Musliminnen selbst im erpräumsten Paradies kaum Ruhe und Glück geben wird. Sie werden ihre Innenmänner vielmehr in den Armen der Huris vorfinden. Aha, wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Also die Frau hat auch im Paradies so viele Rechte wie der Mann. Merkt ihr das auch? Ihr muslimische Frauen, ihr wollt einfach so leben, unterdrückt, hier in dieser Welt und später in jener Zeit. Ja, ihr Lieben, und die Liste ist sehr, sehr lang. Man kann seinen Mund fusselig reden und man ist einfach nicht fertig. Weißt du, einfach ekelerregen alles. Ekelhaft, was Mohammed von sich ausgibt. Ekelhaft. Ja. Das ist das Krasse. Und als Frau ist das natürlich nochmal eine Stufe heftiger. Ja, natürlich. Hallo, moin, grüß dich. Grüß dich, Gottsegel von der Familie. Hallo, Gottsegel. Hallo. Hallo, grüß Gott, sag ich mal so. Sag mal, Ex-Muslim, eine Frage bitte. Ja. Du schießt ja immer gegen Moslems, ne? Ja, gegen Moslems. Gegen das Koran. Islam. Islam, okay. Sag mal, könntest du bitte eine Wärmung machen? Wärmung? Ja. Ja. Bestellte Brüste? Bitte? Bestellte Brüste im Himmelreich? Nein. Bin ich nicht. Nicht, nicht, Hamdallah. Nicht, Hamdallah. Es kann ja sein, dass die Freunde mich auch erkennen oder durch meine Stimme wissen, wer ich bin. Aber ist ja auch egal. Sag mal, ich habe eine Frage. Und zwar, die Moslems beten ja immer, ne? Ja. Das heißt, bevor die beten, die müssen sich immer waschen. Ja. So. Es gibt welche muslimische Frauen, man wollte die Hallo sagen, die geben die Hand nicht. Weißt du das ja, ne? Ja. Die sagen, wir sind getauft ein auf denen, ne? Ja. Aber das zählt gar nicht. Weißt du das endlich? Die muslimischen Männer und Frauen. Das zählt gar nicht. Die beten, die tun, alles machen. Die machen das alles umsonst. Ja. Weißt du warum? Also, wieso? Weil sie den ganzen anderen Gott anbeten. Nein. Weil die Gott anbeten oder wie auch. Ist doch egal, wenn die anbeten. So, ein Beispielsweise. Ein Beispielsweise. Stell dir mal vor, die Muslime beten und stell dir mal vor, die Muslime beten, einfach insgeheim den Volk lassen. Sie wissen es gar nicht. Die wissen das gar nicht. Die wissen das gar nicht, dass es auch gar nicht zählt. Weil die Muslime, die in Europa wohnen, sage ich mal so, ne? Es gibt auch diese Geldscheine. 5-Euro-Scheine, 10-Euro-Scheine, 20-Euro-Scheine. Je nachdem, egal was die Scheine hier in Deutschland oder in Europa existiert. So, auf jedes Bild, ja? Ne, auf jedes Schein ist ein Bild vom Teufel. Weißt du das? Das heißt, wenn die beten, wenn die das Geld anfassen, die fassen automatisch den Teufel an. Okay. Was ich jetzt meine, zum Beispiel, ich habe gebetet, ich habe alles halal, halal, ich darf nichts anfassen. So, und dann fasse ich automatisch das Geld an, weil ich muss ja einkaufen, ich muss ja das, was ich... Das heißt, wenn du betest, du darfst dann halt nicht auf Scheitern ein Bild machen, oder nicht? Das heißt, was ich meine? Ja, das sind natürlich Dinge, die im übertragenen Sinne jetzt für den Preis, für den Bund, der wir jetzt in den Ausbau machen, wenn die Geldscheine anfassen. Die beziehen sich halt darauf, wenn du zum Gebet kommst, dass du einmal so eine Wassung machst, oder was, so eine Gebetswassung. Nein, was ich jetzt... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Guck mal. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also du meinst, dass sie sagen, die sind halt, natürlich, wenn sie sich waschen, die sind jetzt sozusagen rein, aber wenn sie jetzt dieses dreckiges Geld anfassen, dann ist es auch quasi automatisch, sind die auch unrein durch dieses dreckiges Geld. Das heißt, weil es ist Teufelzeichen drin und so weiter und so fort. Genau. Also das heißt, die... Ja. Aber mein Lieber, das ist genau, das ist die pure Heuchlerei. Wenn ich das richtig verstanden habe. Guck mal, die sagen, es ist alles Haram, alles Haram. Okay. Aber in andere Seite, die gehen und die kaufen sich Nike-Schuhe, teure Uhren, Parfüm, Parfüm ist Haram sowieso. Und die machen alles, was eigentlich die wirklichen Leute hier machen, machen die das auch. Aber dann gehen die nach Hause und beten fünfmal. Das ist die pure Heuchlerei. Verstehst du, Schmeine? Die pure Doppelmoral. Die Mädchen, die muslimischen Mädchen tragen die... Ja, ich weiß, was du meinst, aber wisst ihr, was ich damit meine? Das heißt, die beten und dann fassen die Koran an und alles so. Und dann ist eigentlich halt... Aber... Verstehst du, mein Lieber? Das ist, was ich meine, was mich... Ja, wir hören dich. Ich hab kein Netz, scheiße. Ja, dein Netz ist nicht so gut. Was? Ja, ich bin auch selber am fahren, so wie Exmo-Slam. Ich bin auch... Ich hoffe, ich werde dich irgendwann mal eines Tages abschleppen, Exmo-Slam. Was willst du? Hört ihr mich? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, eines Tages werde ich dich abschleppen. Ich arbeite als Abschlepper. Ja, kann sein. Vielleicht ruf ich dich dann. Da kannst du mich abschleppen. Aber Doktor Schild, aber mir weiß ich nicht, was du helfen. Das sehe ich dich. Da sage ich dir ein paar geheime Sachen. Ja, danke dir. Hast du noch irgendwas zu fragen? Warte. Nee, meine Frage ist, wie gesagt, also die Beten, die tun, die machen alles, alles, aber die dürfen das Bild auch, die dürfen das Scheitern nicht einfassen, sozusagen, weißt du? Aber Scheitern ist auf das Geld drauf, ich höre so. Das heißt, jeder muss essen, trinken, das heißt, die passen automatisch. Aber egal, wie lange die Beten, egal was sie tun, egal was die machen, die fassen jeden Tag das Geld an. Weißt du, ich meine? Du siehst ja, mein Lieber, dass die, bevor die beten, sie sich waschen und dann aber auch kein Geld mehr anfassen. Aber danach ist ja das Gebet verrichtet. Danach, wenn sie natürlich die Dinge wieder anfassen und wenn sie wieder beten, wenn sie sich wieder waschen, das ist jetzt bekloppte da dran. Das Einzige, was sie nicht waschen können, ist das hier. Und das kann nur der Herr Jesus Christus. Und das kannst du in Jeremia 2, 22 lesen. Denn die Schuld bleibt vor dem Herrn bestehen, egal mit was für einer Seife, wenn du dich weißt, ob du rein sein willst. Nein, das ist es, was zählt. Das kannst du nicht waschen. Das könnt ihr alle selber nachlesen, Jeremia 2, 22. Die können sich tausendmal am Tag waschen. Es bringt nichts. Wenn das Herz schwarz und fester, dann bringt nichts. Bester Manja, ich schlag mal bitte Kitabel Moratas auf. Das ist das. Und lieg mal bitte vor uns vor, Jeremia 2, 22. Okay, ich danke dir. Jeremia. 2, 22. Ich muss mich mal aufmachen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Okay, ciao. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Boah, endlich wieder Ruhe. Ah ja. Es ist laut, ey. So, ich hab's. Und wenn du dich gleich mit lau gewüchtest und nimmst viel Seife dazu, so gleißt doch deine Untungen, desto mehr von mir, spricht der Herr. Du hast meine Übertragungen in einem Bündlein versiegelt und meine Misstat zusammengefasst. Ja, der Herr sagt, deine Taten bleiben trotzdem von mir bestehen. Genau, wenn du dich sprichst und alles Mögliche. Weil das Herz muss gereinigt werden. Ja, die können das nicht verstehen. Ja, die können das nicht verstehen. Also, der Herz ist schwarz und finster, voller Hass. Und dann waschen sie sich tausendmal am Tag. Es bringt nichts. Aber dann gehen die nach dem Gebet raus und dann sind sie halt, ja, ungeduldig mit Menschen, lügen weiter, haben Hass in ihren Herzen. Was bringt das, wenn du von innen, von innen nicht gereinigt bist? Ja, das ist das, ne? Sie wollen es partout nicht verstehen. Deswegen, als ich noch Muslim war und im islamischen Unterricht teilgenommen habe, Mariam, da hat mir jemand, hat mir übersetzt über, also der konnte nur Arabisch, dieser Maulana. Ja. Und dann hat der Typ, der neben mir saß, hat mir das übersetzt und hat mir so erklärt, so, wenn du gebetest, Amir, und deine Fußspitze falsch setzt, dann ist dein Gebet ungültig. Ich so, in meinem Inneren dachte ich mir, was, ist das denn bitte, wie meine Fußspitze falsch setzen? Und dann ist das Gebet ungültig. Also Gott macht sich Gedanken, wie ich meine Fußspitze setze? Was ist das für ein Glaube, Mann? Das ist sowas für ein Sitz. Ja. Das ist das Zwangsstörung. Ich sage mal vor, die Muslime wissen gar nicht, dass sie jeden Tag falsch beten. Millionen von falschen Gebeten, weil die Fußspitze nicht so gesetzt ist, damit Allah das gefällt. Das ist das Krankes, Mann. Zwangsstörung ist das, genau. Man wird einfach sozusagen krank, also vor Sorge, weil man dann das falsch macht und dies falsch macht. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Hier hat einer das richtig erkannt, weil man dann keine Ballerina mehr ist. Ja, genau, wenn die war. Einfach keine Ballerina mehr, weil die Fußspitze dann kaputt ist. Mein Gott, das ist, das ist, das ist, ich verstehe das nicht, das ist wirklich, liebe Leute, wirklich, das ist heftig, heftig. Ja, deswegen, Maria, ich war sehr schockiert, als dieser Bruder, mein damaliger Bruder dann im Glauben mir das erklärt hat. Und ich mir dachte, das kann doch keine Religion von Gott sein. Gott macht sich Gedanken darüber, wie ich meine Fußspitze setze. Damit stelle ich ihn zufrieden mit meiner Fußspitze? Oder möchte ich eine lebendige Beziehung zu meinem Schöpfer aufbauen? Ja, das heißt, dieser Allah ist ein Quäler. Der will dich einfach quälen. Der hat dich hier auf der Welt gesetzt, damit er dich quält. So ist das. Maria, kennst du das, Sorge 69, Vers 32, dass Allah das gesamte Eis der Erde nimmt, daraus einen Ring formt und in den Hintern der Menschen reinschiebt und aus der Nase wieder rauskommt? Ich habe das schon mal gehört, ja, in Tunesien, ja, ich weiß. Oh, ich weiß, ich weiß, ich habe schon mal gehört. Das sind eigentlich Märchengeschichten, ne? Allah ist sowieso Märchengeschichten, aber Allah ist somit der größte Savist überhaupt. Ja, natürlich. Der feinigt dein Anus, sozusagen. Das gibt es nicht wirklich. Das gibt es nicht wirklich, ehrlich. Ja, das ist nicht normal. Ich sage immer, ihr Muslime, ihr müsst schon aufwachen, weil es wird zu spät. Die Uhr tickt. Die Uhr tickt. Ich rufe alle Muslime, sagt einfach Nein zum Islam. Sagt einfach Nein zu eurer Entwenschlichung. Also, die haben uns Entwenschlichung. Sagt Nein zum Schienenbein und küsst keinen Stein. Genau so ist es. Sagt Nein. Sagt Nein zu der Entwenschlichung. Nein. Ja, mein Lieber, und die Liste ist so lang, so lang, warum man Ex-Muslim wird. Es ist nicht einfach nur so ohne Grund. Grundlos ist das nicht. Nein, das ist nicht grundlos, ne? Ja. Ich komme jetzt gleich wieder. Ja. Du kannst den Leuten ein wenig von Jesus Christus erzählen. Amen. Wie wundervoll unser Herr und Gott ist. Amen. 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 Amen, ihr Lieben. Amen, ihr Lieben. Der Herr Jesus Christus ist sehr, 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 sehr barmherzig zu uns. Es gibt nichts Schöneres, ihr Lieben. Wir danken dem Herr Jesus Christus, dass wir ihn kennen, dass er uns auserwählt hat, seine Kinder zu sein, zu dürfen, dass wir seine Kinder sein, dass er uns mit voller Liebe und Barmherzigkeit um uns kümmert und liebt. Und das ist ein sehr großer Segen von ihm. Großer Segen, ihr Lieben. Genau, er liebt uns, er ging an euch, an uns, genau, an Kreuz für uns und damit wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Amen. Amen. Amen, Jesus the Wave. Vielen Dank. Wie lange bin ich Christus? Es ist eine sehr lange Geschichte. Ich bin schon eigentlich mein Leben lang Christus gewesen, durch meine Familie, mein Vater, mein Vater war sehr langer Christ, also Ex-Muslim, genau, vor 40 Jahren hat sich konvertiert zum Christentum, hat selbst recherchiert, da hat Jesus Christus alleine gesucht und gefunden. Jesus hat ihn gerufen bei seinem Namen und die ganze Familie natürlich war auch Muslim, aber durch mein Vater, die letzten Jahre haben alle den Herrn Jesus angenommen, also meine Onkels, Tanten, also die väterliche Seite, haben auch den Christus genommen, meine Oma, also die hat auch den Christus genommen, die wurde getauft vor drei Tagen, bevor sie gestorben ist, hat sie mein Vater getauft, das war jetzt vor zwei Jahren ungefähr. Ja, aber nur meine mütterliche Seite ist halt, die sind immer noch sehr, sehr stur, also im Herzen und im Kopf immer noch, genau. Die wollen natürlich noch nichts wissen, aber wir geben immer noch nicht die Hoffnung auf und durch unsere Werke und Taten zeigen wir denen, dass es halt der richtige Weg ist, ist das der Herr Jesus Christus und gibt keinen anderen richtigen Weg, außer der Herr Jesus Christus. Und natürlich, wir haben auch nie aufgehört zu beten für die. Aber die ganze Familie von meinem Vater, durch ihn sind alle fast Christ, Gott sei Dank. Obwohl die früher meinen Vater verspottet haben und gehasst haben, weil er seine Glaube geändert hat, aber wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, mein Vater hat immer weiter so gemacht und hat immer den Herrn vertraut und hat seine Gebete erhöht. Und die ganze Familie ist Vater als Christ geworden. Halleluja, der Herr ist groß, der Herr ist barmherzig, der Herr kümmert sich immer um uns, ihr Leben, ihr Lieben. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Amen. Seele, vergib nicht, was der dir Gutes getan hat. Amen, ihr Lieben. Man könnte immer wieder staunen über Gottes Wort. Amen. Der Name, der überall steht, Mariam. Ja, der Name, lobe den Herrn der Welt. Jesuah, Al-Masih. Jesuah, Al-Masih, Al-Hai. Jesuah, Al-Hai. Al-Haiat, 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 Al-Haiat. Amen, Amen. Amen, Amen. Wir loben den Herrn für seine Güte, für seine Liebe, für alles, was uns hier, auf dieser Welt gegeben hat. Mariam, wenn zum Beispiel die Muslime zu dir sagen, ja, wo sagt denn Jesus, es ist Gott, dann kannst du ganz leicht durch die 99 Namen Allahs denen das zeigen, weil kein Geschöpf der Welt sich einfach die Namen Allahs geben darf. Das heißt, die Asma'i Al-Hasna, man nennt sie die Asma'i Al-Hasna. Genau, die schönsten Namen Allahs, ja. Mhm, Asma'i Al-Hasna, genau. Asma'i Al-Hasna, ja, genau. 99, ja. Und der Allah hat 99 Namen und einer davon ist Al-Ba'ez. Was bedeutet nochmal Al-Ba'ez? Al-Ba'ez, das heißt, wie soll ich das ausdrücken, so Al-... Die Auferstehung? Al-Ba'ez, also der hat verschiedene Bedeutungen, also ich muss das eigentlich im Kontext verstehen. Es kann auch... Kannst du mal Lor al-Arabiyah mal nachschlagen, was das Wort Al-Ba'ez bedeutet? Ja, aber das hat verschiedene, ja. Al-Ba'ez, das heißt, der kann auch der Gesangte, das heißt, oder der schickt halt irgendwas, also der, was soll ich, warte mal, Al-Ba'ez, ich sagte ja, Moment... Der, der jemanden sendet, anwalt, gibt es eine Stelle im Neuen Testament, wo der Herr Jesus Christus sagt, dass er jemanden senden wird? Äh, in der Bibel? Ja, richtig, der Herr Jesus Christus sagt ja zu den Jüngern, ich werde hingehen und euch einen anderen Beistand senden, den Tröster, den Heiligen Geist, der in euch bleibt. Genau. Den, den ich senden werde. Genau, und er meint den Heiligen Geist, aber er meint nicht Mohammed. Nein, nein, natürlich nicht, die Muslime sind ja heftig in der Auslegung. Aber die Muslime sagen das immer, die nehmen das auch als eine faule Ausrede. Ja. Ich habe das immer gehört. Einer der Namen Allahs ist Malik el-Muluk. Malik el-Muluk, das heißt, das ist der Besitzer von allen, hier, was man hier in sich vorstellt. Der König aller Könige. Der König aller König. Genau, der Besitzer und der König aller Könige. Ja. Was sagt der Herr Jesus Christus über sich selbst in Offenbarung 19, 16? Er ist der König aller Könige. Er ist der König aller Könige. Er trägt auf seinem Gewand ein Gürtel mit der Aufschrift, König der Könige und Herr aller Herren. Amen. 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 Der Herr Jesus Christus ist Al-Haq. Al-Haq. Der Name Allahs ist Al-Haq, die Wahrheit. Mhm. Die Wahrheit. Mein normales serbisches Wesen darf sich ja Al-Haq nennen. Ist der Wahnsinn. Natürlich. Er beantwortet, die Wahrheit zu sein. Es gibt keine andere Wahrheit. Der Herr Jesus ist Al-Haq. In Johannes 14, 6. Amen. Genau so ist er. Allahs Name ist Al-Haq. Das Leben. Und der Jesus Christus sagt ja, ich bin das Leben. Er sagt eigentlich zu den Muslimen, ich bin Allah. Ich bin euer Gott, Muslimen. Jesus sagt, anhuwa al-Haq wa al-Tariq wa al-Haq. Man yu'min bi, fata kunu lahul hayatul abadiyya. Also deutlicher als das gibt's nicht. Ich bin, er hat gesagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Jemand hat geschrieben, Matthäus, muss mal lesen, Matthäus 6, 5. Matthäus 6, 5. Matthäus 6, 5. Kannst du, Matthäus 6, 5, vorlesen, was die Christen sagen, wie andere beten, wie zum Beispiel Islam? Okay. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken. Damit sie gesehen werden von den Leuten. Genau, gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Halleluja, wie schön ist das Wort von Jesus Christus. Herr Dönig, der Jesus Christus sagt, ihr Heuchler hört auf, in den Ecken der Straßen zu beten, um dass die Leute euch sehen. Und wer macht das als einziger? Das sind die Muslime, die da in den Straßenecken am Beten sind. Aber die Juden machen es auch. Aber ganz besonders die Muslime, die beten den Bus. So zeigt es allen so. Und dann beten die in den Straßen und sowas, um ihre Frömmigkeit zu zeigen. Die haben es von ihrem Lohn erhalten, hat der Jesus Christus gesagt. Die haben es von ihrem Lohn erhalten. So sieht es aus. Amen. Ja, da siehst du mal, anhand dieser 99 Namen Allahs, der Herr Jesus Christus gibt sich jeden Einzelnen von ihnen. Jeden Einzelnen Namen gibt sich der Herr Jesus. Ja, die Muslime belügen sich selber. Die sagen, wo sei Jesus, ist Gott. Die wollen das explizit hören. Aber das sind immer die trainierten Aussprüche von anderen Dauergandisten, die sie dann selbst benutzen. Ja, natürlich stimmt. Wo sei Jesus, ist Gott, betet mich an. Geht's ja immer. Wo sei Jesus, ist Gott, betet mich an. Ja, sag dir nicht, wer mich ehrt, der ehrt den Vater. Betet der Vater nicht den Sohn an? Wenn also der Vater den Sohn anbetet, wer sind wir, dass wir nicht den Sohn anbeten? Amen. Richtig. Wenn der Vater den Sohn verherrlicht, wer sind dann wir, dass wir nicht den Sohn verherrlichen und ihn anbeten? Das ist doch Quatsch. Amen. Natürlich. Wie verrückt muss man sein, Mann? Also die leben in einer großen Lüge und die glauben an diese Lüge. Die tun sich festhalten an dieser Lüge noch. Das ist das Schlimmste noch daran. Das ist heftig. Der Herr Jesus Christus sagt, ich habe deinen Namen hier auf der Erde verherrlicht, Vater. Und nun verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Der Vater hat den Sohn immer verherrlicht. Verherrlicht ist anbeten. Amen, Amen, Amen. Meine Wörter sind wahrhaftig, genau. Wer den Sohn nicht ehrt, Mariam? Mhm. Was dann? Wer den Sohn nicht ehrt, der... Wer den Sohn nicht ehrt, der... Moment. Der ehrt den Vater nicht. Der ehrt auch den Vater nicht. Genau, genau. Und wer den Sohn ehrt, der ehrt auch den Vater. Ganz einfach. Also die Anbetung, Lobpreis, alles. Wenn wir den Sohn Gottes anbeten, der Sohn Gottes, der Gott selbst, und ihm die Ehre geben, so geben wir Gott dem Vater die Ehre. Ja, natürlich, weil der Vater ist der Sohn und der Sohn ist der Vater. Die sind eins. Was sagt der Vater, als diese Stimme aus dem Himmel kam? Dies ist mein geliebter Sohn, an den ich gefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Amen, genau. Und wenn der Herr etwas sagt, dann hören wir da drauf, oder? Ja, als Jesus Christus getauft wurde von Johannes. Genau, richtig. Dies ist mein geliebter Sohn. Amen. So, genau. Ebt mit dem Weg des Herrn. Er kommt in der Wüstensteppe zu seinem Volk. Wahnsinn, ne? Ja, das ist... Der Herr Jesus Christus, wirklich, der ist die Wahrheit. Der ist die Wahrheit und das Leben. Wer sowas verleugnet, der hat verloren für immer und ewig. Er hat dir die Chance gegeben, dein Leben, deine Seele zu erretten, bevor es zu spät ist. Und du willst diese Rettung nicht akzeptieren. Also ich finde es einfach sehr arrogant von vielen Menschen, weil deine Rettung hat dir der Herr Jesus gegeben als Geschenk. Als Geschenk. Und du willst das nicht annehmen. Das ist sehr arrogant, wie der Satan. Iblis, Satan, ist arrogant. Genau so. Und warum ist er vom Himmel weggestoßen? Weil er wegen seiner Arroganz... So sieht's aus. So sieht's aus. So sieht's aus. Und er will sich erhöhen über den... Über Gott will er sich erhöhen, ne? Genau. Ja, Satan, Jesaja 4, 12. Ich will mich gleich machen, dem Allerhöchsten. Mich über seinem Thron erheben. Amen. Ja, richtig. So war das auch. Eine Stimme ruft in der Wüste. So sieht's aus. Malachi 3, 1. Diesmal vor, Mariam. Malachi? Ja, Malachi. Kapitel 3, Vers 1. 1, Vers 1. Vers 1, okay. So. Hier, ich sende meinen Boden und er wird den Weg für mir bereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel... Siehst du, Gott spricht. Ich sende meinen Boden und er wird den Weg für mir bereiten. Was ist passiert? Lies mal Matthäus 3, 3. Ne, Misha 3, 3. Misha 3, 3. Misha 3, 3. Ne, Matthäus 3, 3. Entschuldige, Matthäus 3, 3. Matthäus 3, 3. Ja. Ja. Na, die ist dein, dein Gott. Ich weiß nicht. Ich habe mich das Gefühl. Ja. Matthäus 3,3, also ich habe es, warum zeigt das mir hier nicht so richtig, Matthäus 3,3? Was steht denn da? Es steht, es kommt nichts, Hoffnung für alle, Matthäus 3. Johannes der Täufer ruft, kehrt um zu Gott, Matthäus 3, Hoffnung für alle. In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, an den jüdischen Wüsten zu predigen. Er rief, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nah. Über Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja gesagt, jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Und dann sagte Johannes der Täufer, ich bin nicht mal wert, seine Schnüre zuzumachen. Genau, richtig. Nicht mal wert, seine Schnüre zuzumachen. Ja, das habe ich auch verrabischt, natürlich, habe ich auch gelesen. Genau, ich bin nicht würdig, seine Schnüre zuzumachen. Ja, Gott selber kam auf die Erde, in menschlicher Form. Amen. So sieht es aus. Ja, wenn man sich mit Prophetien aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament dann auseinandersetzt, wird man merken, wer der Herr Jesus Christus ist. Amen. Er ist das Manna aus dem Himmel, das Brot aus dem Himmel. Sehr schön. Jesaja 9,5. Sehr gut, genau. Jesaja 9,5 ist auch einer der wichtigsten Stellen. Das ganze Buch, was meint ihr, warum der Herr Jesus Christus die Jesaja-Schriftrollen finden hat lassen? Weil es all die Prophezeiungen auf Gott selbst ist, der sich ankündigt, Mensch zu werden. Ja, richtig. Jesaja, der Prophet Jesaja hat fast nichts anderes gemacht, als Prophezeiungen zu geben auf Gott selbst, dass er zu seinem Volk kommt. Wahnsinn, ne? Ja, natürlich. Damit auch der Islam, damit auch der Islam und die Muslime ein für allemal dann der Mund geschlossen wird. Dass Gott ein Clown wäre, der nicht in der Lage wäre, sein Wort zur Verwaltung zu beschützen, ist unglaublich. Versteht das? Denn uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Fenstens. Das ist Friedens, Friedens, Entschuldigung, Friedens. Amen, Amen, Amen. So sieht es aus. Ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nannte seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, starker Gott ist El Gibor, El Gibor, starker Gott, ewig Vater, Frieden, Fürst. Genau, Frieden, das ist Frieden, für Gott. Amen. Amen. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf den Thron David herrscht er über sein Reich, er festigt und schützt es durch Recht und Gerechtigkeit. Jetzt und für alle Zeiten der leidenschaftliche Eifer des Herrn, des Heere wird das vollbringen. Amen und Halleluja. Ja, es wird Zeit, ein Stumpfschaltpaket zu liefern. Ja, wer ist denn hier die ganze Zeit am Durchsehen schon wieder? Wer möchte ein Stumpfschaltpaket? Hallo. Please, raise your hands up. Albatul. Albatul. Hier, ein Schier. Albatul. Albatul. Hände hoch. Amir, nehmen die Muslime eigentlich Judas Iscariot als Vorbilder? Natürlich. Sie haben den Herrn Jesus Christus auch verraten und folgen einer Religion, die schlimmer nicht sein könnte. Richtig, genau. Albatul. Melde dich. Ich melde dich. Melde dich. Bitte melde, ich vermisse dich. Wo bist du, Albatul? Albatuli. Warte, ich finde den nicht sein. Albatul finde ich jetzt. Nein, finde ich es nicht. Keine. Er hat grünes Herz, ja. Marc, glaube ich, ist Albatul getauft. Marc, glaube ich, ist Albatul getauft, genau. Ja, also nochmal darauf zurückzukommen. Die Verzeihung aus dem alten Testament sind so phänomenal. Und der Roger Liby hat auch sehr, sehr gute Videos dazu gemacht. Genau, vielen liken, ihr Lieben, nicht vergessen. Genau, likey, likey machen. Mhm. Dr. Scherer, aber mir muss hier nach vorne kommen. Wie sieht das aus? Ab 14.47 Uhr ist mein Hauptakon wieder freigeschaltet. Ah, halleluja. Halleluja. Aber wieder für zwei Tage und dann bin ich wieder gesperrt. Ah, jajajaja, damit du siehst, wie die Muslimen, na, schön arbeiten, ne, im Hintergrund. Ja, die Muslime kommen dann ganz viele rein und melden das immer, ne, das ist heftig. Ja, klar. Aber die haben noch nicht mehr den Mut, hier reinzukommen und den Mund aufzumachen, ne? Ja, das ist das, ne. Man muss dann auch bereit sein, sich Dinge gefallen zu lassen, aber auch Dinge auf einmal aus den islamischen Schriften an den Kopf geknallt zu bekommen, die sehr unschön sind, ne? Ja. Aber man muss hier reinkommen auch mit täglichen Belegen und Beweisen. Aber die meisten, die haben ja nichts, die kennen ja den Koran selbst nichts, also was da drin steht, die haben gar keine Ahnung. Und deswegen, mit was für Wissen wollen sie hier hochkommen und debattieren? Mit was für Wissen? Nichts. Ja, das ist dann einfach nur etwas Schönreden, ne, und versuchen, die islamischen Schriften zu retten, obwohl da nichts zu retten gibt. Genau. Ganz, ganz schlimm. So, Leute, alles mal drei jetzt. So, alles. Wir müssen wieder reinhauen. Eins, zwei, drei, jetzt alle. Jetzt alle mal drei. Alle mal drei. Alle mal drei, jetzt. Ich küsse dein Herz, ich küsse auch dein Herz. Valentin. Sehr schön, ihr Lieben. Warte mal, ich muss mal ganz kurz noch was gucken. Wo war das nochmal? Hier waren einige so gute Prophezeiungen. In einem Video zusammengestellt, genau. Oh je, der Marmari, der ist auch heftig, ne? Ja. 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 Ich habe einen Aufstieg zu tun. Du musst nachdenken mit der Wahrheit. Stopp mit der Wahrheit aus deinen Häusern. Let God speak through you. Let God reveal the Wahrheit. For he is the Wahrheit. To you and to the whole world. Let God speak. All you need to do is bow your head before him. Enough of you. Say, Lord, it is all about you. Nothing about me. Jesus Christ is God. Amen. Marmari is really, what do I say? He has a very beautiful, strong personality. He has no fear of anyone. He has no fear of the church. He stands for his words. For me, he is really top. You have to be careful. That good and bad are bad. You have to be careful. 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 That's not good. You have to be careful. And if someone asks a preacher to vote, any parties to vote or any president, then it's something that's not true. You have to be careful. 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 God's. Yeah, exactly. And we leave. Yeah, exactly. weil der lebt ja auch glaube ich in amerika und ja erlebt in australien australien oder soja untereinander ganz unterschiedlich sind aber wo sie sich einig sind ist jesus christus ist nicht gott diese sekte über die sektoren die zeugen jehovas und so weiter christliche wissenschaft sie behaupten alle jesus christus ist nicht von ewigkeit hier also es gibt ja viele ich hatte das ja selber erlebt gab ich war in einer brüdergemeinde und da war die der gemeindeleiter dieser gemeinde die geführt hat ja nicht mal die gottheit ist denn jesus geglaubt da muss da habe ich ihn gefragt wo sagt jesus ist gott leute der fehlt eine gemeinde das ist krank da meine ich so das kann doch nicht ein ernst sein du sagst ja genau den gleichen du sagst ja genau den gleichen satz wie muslime und zeugen jehovas und so wo sagt jesus ist gott willst du mich veräppeln da habe ich denn alles gezeigt hat das immer noch geleugnet krank das fundament vom christentum basiert auf das wo eben dass jesus gott ist und wenn das nicht genau wahr ist dann ist das macht keinen sinn mehr dann das macht keinen sinn die gottheit des jesus beginnt mit dem neuen test weiter und im internet wo man sich immer mehr lehrer siehst du immer mehr die versuchen leute zu beeinflussen mit dieser falschen lehre und gleich zu beginn schlagen wir auf johannes 1 lese diverse 1 bis 3 und da sehen wir wie auf dem skript angegeben erster titel jesus christus ist ewig kein ewig anfang ein anfang johannes 1 vers 1 im anfang war das wort das wort war bei gott und das wort war gott bei gott und das wort war mit der und man sich ja genau so anisse 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 171 genau mhm ich hab's so Zahra. was steht da jesus christus ist das wort von allah genau da steht jesus christus ist sein wort und sein geist genau der ist der einzige das wort von allah ist und sein geist da steht hier eine übersetzung der messias jesus ist der sohn der marie und nur allah gesandter und sein wort der heilige geist in zwei klammern heftig na ja die geben das auch selbst zu die aber die sagen der heilige geist ist gebril obwohl sie keine beweis haben im koran dafür die behaupten das einfach das sind einfach nur blöde behauptungen das ist keine aber worauf ich hinaus will maria du weißt ja dass das wort von gott immer in ewigkeit mit gott ist sein wort ist ja nicht unabhängig von ihm sein wort ist immer mit dabei und durch das wort er schaffte ja alles gut war ja gut das wort ist ewig und er war schon das wort am anfang und das wort war bei gott und das wort war deswegen hat der schreiber des korans die ein riesen fehler gemacht jesus als das wort von allah zu bezeichnen ist das wort von allah ewig oder erschaffen wird natürlich sagen ewig genau das ist es ewig jesus christus das wort von allah und somit ewig und selbst gott denn so heißt johannes 1 vers 1 im anfang war das wort das wort war bei gott und das wort war gott und das wort war gleich und wohnt unter uns so sieht es aus genau und riesen fehler man kann es jeder jeder mensch hier auf der erde der arabisch kann er kann das genauso übersetzen es ist wirklich es fördert kein doktorat oder so versteht kalimat allah was heißt das sein wort und sein geistes das ist also wirklich jeder da habe ich kann er kann das genauso übersetzen das ist auch die dreieinigkeit im koran allah jesus und das und der geist richtig haben wir wirklich also okay haben wir weiteres heute gesagt dieses war im anfang bei gott alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins das geworden ist hier wird jesus christus genannt das wort warum werde ich noch ausführlicher erklären man sieht das sehr gut aus vers 14 dass damit jesus christus gemeint ist dort heißt es und das wort wurde fleisch das heißt wurde mensch und wohnt unter uns und wir haben seine herrlichkeit angeschaut eine herrlichkeit als eines eingeborenen vom vater voller gnade und wahrheit jesus christus wird also das wort genannt in johannes 1 1 und in vers 3 wird diesen vers habe ich gerade direkt nach der elferfelder auf dem blatt zitiert da wird gesagt dass er der schöpfer aller dinge ist alles wurde durch dasselbe durch das wort alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines das geworden ist man fragt sich warum so kompliziert formuliert wenn man das johannesevangelium liest merkt man die sprache ist eigentlich ganz einfach johannes benutzt in seinem evangelium übrigens nur 800 wörter sehr wenig also ein ganz einfacher eingeschränkter wortschatz und trotzdem hier so kompliziert warum es ist aus diesem grund damit man das nicht drehen kann wenn nur stehen würde alles wurde durch dasselbe ich habe noch eine andere übersetzungsmöglichkeit hinzugefügt alles kann durch dasselbe ins dasein dann würde jemand sagen ja gut das wort alles meint in der sprache nicht immer alles zum beispiel in römer 3 22 23 steht es ist kein unterschied alle haben gesündigt ja aber die wieder macht ihr ganz klar dass jesus christus nie gesündigt hat der herr jesus war ja als vollkommener mensch auf dieser erde erkannte keine sünde weiß was das heißt das ist so heilig so unfassbar der jesus der keine sünde kannte wurde für unsere sünde gemacht wahnsinn wie hoch ist das maria wenn du das nur immer vorstellst dass der jesus christus gar keine sünde kannte er weiß gar nicht was sünde ist das ist unbeschreiblich dass es rein rein wir wir waren eigentlich dreckig wir waren sünde er hat alles auf sich genommen kann man jemand anderes folgen als jesus christus nie im leben anderen menschen sollte man wollen außer jesus nie im leben ich sag wer nicht hier der jesus christus folgt der ist einfach verrückt der ist nicht bei sinne der hat nicht alle tassen im schrank er ist verloren verloren ja du hast das jetzt natürlich ein bisschen hart ausgedrückt aber im übertragenen sinne hast du natürlich recht weil wenn du nach nach vollkommenheit suchst nach heiligkeit nach gerechtigkeit und du irgendjemand anderes folgst und nicht siehst dass der jesus christus sündlos war dann bist du wirklich das was maria gerade gesagt hat wird mir leid für den ausdruck nach vollkommenheit suchst und jemanden zum vorbild geben willst der wirklich gar keine sünde kannte dann ist der jesus christus ja das wunderschönste was es überhaupt gibt ja das meine ich halt also ich bin halt so ausdruck und das ist ebenso in der sprache drückt man sich aus in der umgangssprache oft nicht in mathematischer weise zum beispiel wenn die frau sagt also du machst das dauernd immer wieder und ziemlich oft so ist die sprache aber wenn es eben ganz mathematisch ja genau isaq hat recht isaq 0 2 alle like in zwei minuten sehr gut alle jetzt zwei minuten jetzt nur leike leike machen damit wir weiter nach vorankommen jeder jeder von uns sollte jetzt einmal leike leike für zwei minuten machen gott segne euch und eure wundervollen finger die ihr tippt und immer weitermacht und ja dass wir nach vorne marschieren wie so eine ja das ist das der herr ist langmütig gegen jedermann und will nicht dass die menschen verloren gehen daher lässt er uns noch so viel zeit und raum zur buße weil er nicht will dass ein mensch verloren geht guck mal die gnade des herrn wir hätten schon längst die fassung verloren bei dem wahnsinn was hier auf dieser welt passiert aber gott ist so langmütig und so gerecht dass er uns so sehr liebt dass er immer noch wartet bis er zur endrückung ansetzt ich kann nur staunen mariam staunen wie der herr langmütig ist ja langmütig genau hat viel geduld mit seinen menschen hier hat viel geduld noch viel geduld er gibt ihnen die chance jeden die chance nach sie aber jetzt wie das nach oben glättert die leikzahl jawohl so ist gut alles in die waagschale werfen ehrlich wir haben jetzt weiß noch mal ja da haben wir die geschwister 2,2 millionen likes so muss das sein die lieben es muss überall die reichweite genau ein großer reichweite erreichen der jesus christus muss hier auf die land also hier auf die tiktok karte geholt werden damit alle leute hören wer der hier jesus christus wissen amen 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 so das habe jede sprache auch möglichkeiten und darum sagt johannes nicht alles wurde nur noch dasselbe denn sonst soll geholfen sagen. Alles bedeutet eben nicht immer, vollkommen alles. Es ist schon so, Jesus Christus hat alles erschaffen, aber davor war er die erste Schöpfung von Jehova. Also er kam zuerst ins Dasein durch Jehova, damit meinen sie den Vater, und dann habe er alles erschaffen. Aber hier steht, alles kam durch dasselbe ins Dasein. Und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Damit wird klar, es gibt absolut keine Ausnahme, auch nicht eine einzige Ausnahme von etwas, das zuerst nicht existierte, und dann in die Existenz kam. Und darum hat Johannes das so formuliert. Vor vielen Jahren hatte ich einen Nachbarn, der war ein Führer der Zeugen Jehovas, in der Stadt, wo wir damals wohnten, und als ich das gemerkt habe, dass er da bei dieser Sekte ist, habe ich ein Gespräch mit ihm geführt. Und habe ihn auf diesen Vers hingewiesen. Er ist dann jeweils wieder ins Nachbarzimmer gegangen, in seine Bibliothek mit vielen Zeugen Jehovas Büchern, und hat da eine Erklärung gesucht, hat nichts gefunden. Nichts. Wollte er über Vers 2 sprechen. Er sagt, nein, wir sprechen jetzt über Vers 3. Da steht es. Er hat alles erschaffen, und es gibt auch nicht etwas, was jemals erschaffen wurde und ins Dasein kam, das nicht durch ihn, ins Dasein kam. Genau so sieht es aus. Er hat wirklich nichts gefunden. So, ich schieße es. Es ist alles entstanden. Nach zwei Stunden hat er gesagt, ich muss jetzt das Gespräch abbrechen, sonst, äh, ich habe Angst, dass ich vom Glauben wegkomme. Aber den Glauben meint er natürlich nicht den biblischen Glauben, sondern Glauben der Zeugen Jehovas. Aber nochmal erzähle ich das. So sind sie. So sind die Zeugen Jehovas. Habt ihr das selbst schon mal mitbekommen? Wenn ihr zu ihnen hingeht und mit ihnen redet über die Gottheit des Seinen Jesus Christus und ihnen zeigt aus dem Alten Testament, dass Jesus Christus selbst Jehova ist, da packen die ihre Sachen und dann hauen die ab. Weil die nicht abfallen wollen, weil die Zeugen Jehovas sind. Das ist so unglaublich. Ja, das ist ja auch natürlich Wachsinn da, was sie da sagen, ja. Ey, jedes Mal, jedes Mal, wenn ich mit denen rede, das ist unglaublich, ey. Die packen ihre ganzen Sachen, die stehen da immer an der Straße mit ihrem Wachtturm und sowas. Die wollen, die weiß ich nicht. Dann gehe ich daher, am ewigsten Gehen und sage ich so, warum behaupten sie, dass Jesus Christus der Erzengelbischer ist? Dann kommen wir so ins Gespräch, dann sage ich zu denen, ja, aber gucken Sie mal, der Herr Jesus, also der Jehova, den Sie ja die ganze Zeit anbieten, ist mein Herr Jesus Christus. Wenn er selbst, in Jesaja 44, 6, ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und dann zeige ich ihm Offenbarung 1, 18, wo der Herr Jesus Christus sagt, siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin der Erste und der Letzte. Ja, ich bin der Einfrau und der Einfrau und der Einfrau. Dann bitte ich noch einmal, ob Sie langsam ihre Kraft abwachen und abwachen. Ich verstehe das nicht, wirklich. Da hat es in so viele, also in der Veroffenbarung, in der Frühe auch, die haben auch in dem Alten Testament auch über Jesus gesprochen, dass er natürlich derjenige, der da kommt, einfach die Menschheit rettet, er rettet. Das ist der, genau. Der Retter, genau. Der Retter, genau. Es gibt keinen anderen Retter als den Gott selbst. Und Jesus Christus ist selber Gott, weil er ist der Retter. Ganz einfach. Richtig. So, hören wir weiter. Einfach um zu zeigen, wie scharf und zweischneidig das Schwert des Wortes Gottes ist. Dieser Vers ist so eindeutig, so klar, so mathematisch, dass, eben, jeder merkt, das Wort alles in diesem Vers fließt jedes Ding ein und kein Ding aus. Und Johannes benutzt das Neutron, alles, nicht alle, sondern alles, weil das Neutron ein Generikum ist, das wirklich alles Mögliche an Personen und Dingen zusammenfasst. Und damit ist klar, wenn also auch nicht ein, mit etwas, was existiert und eben vorher nicht existiert hat, sondern ins Dasein gekommen ist, wenn gar nichts, auch nicht eines, ins Dasein gekommen ist ohne Jesus Christus, dann ist er selber ewig. So sieht's aus. Jesus kippt ewig und hat keinen Anfang. Der Gottesname im hebräischen Alten Testament, da kommt etwa fast 7000 Mal vor, ist J-H-W-H auf hebräisch. Und dieses Wort, also dieser Eigenname Gottes, bedeutet der Ewigseiende, der Unwandelbar. Also der, der nie ins Dasein kam, sondern immer war. Und damit macht Johannes klar, in Johannes 1, Vers 3, Jesus Christus ist J-H-W-H-E, der Ewigseiende, der einfach ist und nie ins Dasein gekommen ist. Aber selber die Quelle der Ursprung ist von allem, was je ins Dasein gekommen ist. Amen. Amen. Wunderschön. Eigennig ist der Italien von Klaas. Eigennig ist das alles klar. Mit einem Pferd, es ist alles klar. In der Zeit ist es so, dass ganz viele Sekt... Wahnsinn, ne? Wunderschön. Das ist so krass, ne? Wer mir sagt, dass Jesus Christus nicht behauptet hat, Gott zu sein, der hat sie wirklich nicht mehr alle. Weil er hat eindeutig behauptet, Gott zu sein. Richtig. Das war... Marianne. Ja? Lies mal bitte für uns Johannes 5, Vers, Abvers 10. Johannes 5, Abvers 10, ne? Okay. So. Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Aha. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes, des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen... Wen sollen wir bitten? Wen sollen wir bitten? Den Sohn, also Gott. Wir sollen den Sohn bitten. Eigentlich sollen wir ja Gott bitten. Also behauptet Jesus Christus ja hier, Gott zu sein. Wir sollen ja nur Gott um etwas bitten, oder nicht? Richtig. Weiter, Mariam, weiter. Genau. Und da steht... Und wenn wir wissen, dass er uns hört, warum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbitten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott will ihm das Leben geben, denen die nicht sündigen zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen... Wir wissen... Wir wissen... Wir wissen... Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Sondern wer aus Gott geboren ist... Wo bist du denn? 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 Mariam, wo bist du? In 1. Johannes oder wo bist du? Nein, ich habe gesagt, Johannesbrief. Johannes 5, Vers 10. Johannes 5, Vers 10. Das habe ich auch geschrieben. Johannes Evangelium. Johannes Evangelium. Johannes Evangelium. Kapitel 5, Vers 10. Ja. Habe ich geschrieben, das kam auch das da. Aber ich gucke mal nochmal. Einfach nur Johannes 5. Einfach nur Johannes 5. Habe ich. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wer mein Wort hört... Amir, du hängst an mir. Amir, hörstu mig? Hvað er það? Hvað er það? Amir, du hängst an mir. Hörtti mig? Ja, jetzt. Okay, Mariam, lies vor. Johannes 5. Ab, Vers 10. Mhm. Moment, Amir, bei mir gerade, ich habe ein Problem hier. Ich stippe immer Johannes 5, dann kommt was anderes. Warte, warte. Warte. Ich muss nur einen besseren Empfang finden, weil ich merke gerade, das Internet spint gerade rum. Ja, wir hören dich nicht so richtig, Amir, du hängst immer. Ja, ich sehe das selber, das Internet ist ein bisschen schwach. Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Hast du es, Mariam? Ja, ich habe es. Am Anfang war das Wort und das Wort. Okay. Genau, das war das. Aber bei 10 hast du gesagt, oder? Johannes Evangelium, Kapitel 5. Warte bitte, Mariam, ich lasse das mal abspielen. Warte ganz kurz. Bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor. Die Muslime reißen ja dank vier Vogeln, ihren Guru, reißen ja Johannes 5, Vers 30 aus dem Kontext. Der Kontext beginnt aber ab Vers 10. Da kommt das Gespräch mit den Juden und wo der Herr Jesus Christus beansprucht hat, Gott selber zu sein. Guck mal hier. Der reißt alles aus dem Kontext, der Typ. Der ist da, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Tage lang, blind, gelähmt und verschüttelt. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit liegt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Ach, Herr, entgegnete der Kranke. Ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schlimmer als ich. Da forderte ihn Jesus auf. Steh auf. Steh auf. Nimm deine Matte und geh. In demselben Augenblick war der Mann gehalten. Im selben Augenblick war der Mann gehalten. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Wie wundervoll bist du, Herr. Das geschah an einem Sabbat. Einige führende Juden, die den Geheilten sahen, fielten ihm vor. Heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer war das? Wer hat dir so etwas befohlen? Wer hat dir so etwas befohlen, an Sabbat zu heilen? Doch das wusste der Mann nicht. Denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder ungemerkt verlässt. Ist der Empfang gut? Könnt ihr das gut hören? Ja, ja. Okay, alles klar. Schleiter traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt endlich gesund. Sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den führenden Juden und berichtete, was es Jesus war, den gesund gemacht hatte. Von da an lauerten sie Jesus auf, weil er sogar am Sabbat krank geheilte. Weil er am Sabbat krank geheilte. Aber Jesus sagte ihnen, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken und ich folge nur seinem Einspruch. Nach dieser Antwort waren sie erst recht entschlossen, ihn umzukriegen. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, sondern sogar Gott seinen Vater genannt. Und sich dadurch Gott gleichgestellt. Das ist es, was Pierre Vogel, der Guru der Muslime, wo diese ganzen verrückten Leute da von ihm diese Argumentation nehmen und nicht wissen, dass die Christen sich am besten auskennen. Aber der Typ ja noch nie die Bibel gelesen hat. Der reiht alles aus dem Kontext. Der holt einen Vers und dann sagt er, seht ihr, Jesus sagt, er ist nicht Gott. Richtig. Aber die Juden haben, der hat selber behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Und hat Gott seinen Vater genannt und sich somit Gott gleich gemacht. Die Juden haben es doch verstanden. Guck jetzt. Auf diese Entschuldigung der führenden Juden entgegnete Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er dem Vater tut. Seht ihr? Und das reißt ja aus dem Kontext. Und was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Ihr werdet staunen. So wie der Vater Tote aufgeregt und ihm ein neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben. Wem er will. Die Juden Gottes hat Macht, sein eigener Wille, Tote lebendig zu machen, wen er will. Habt ihr gesehen? Ja. Wenn Gott spricht mit seiner vollsten Autorität, Jesus Christus ist Gott. Er macht genau die Dinge, die Gott tut. Also der Vater. Versteht ihr? Und somit macht sich Jesus Christus Gott gleich. Sie verstehen aber nicht die Menschwerdung. Er redet manchmal als Mensch, aber auch immer zwischendurch als Gott. Das ist dieses 100% Mensch, 100% Gott im Herrn Jesus Christus, die erfüllt werden. Diese beiden Komponenten. Die einander verschlecken. Durch die Entäußerung Gottes, als der Herr Jesus Christus sein göttliches Kleid auszog und Mensch wurde, hat er auch die menschlichen Attribute angenommen. Und die Muslime berufen sich nur auf diese menschliche Seite des Herrn Jesus Christus, aber lassen die göttliche außer Acht. Das ist das Wahnsinn. Und dann reißen die alles aus dem Kontext und lesen nicht ein paar Verse vorher, damit sie den Kontext dieser Geschichte überhaupt verstehen. Wahnsinn. Genau. Sie sind die besten aus dem Kontext reißen, sind die Muslime selber. Richtig. Wahnsinn, ne? Möge Allah dich recht leiten. Ja, genau. Möge Allahs Schienenbein dir noch ein paar Low-Kicks geben. Das ist am besten. Ehrlich. Unglaublich. Möge Allahs zwei rechten Hände dir einen Handshake machen. Er schreibt gerade, wie kann Jesus Gott sein, obwohl er ein Mensch ist. Das haben wir gerade jetzt erklärt. Siehst du, wir sprechen darüber. Siehst du, wir reden darüber und sie fragen trotzdem das Gleiche. Hast du gesehen, Marianne? Mit euren eigenen Augen. Habt ihr das gesehen? Ja. Die Ignoranz. Ignoranz und sein Herz ist versiegelt, weil der hat das gerade gehört, die Wahrheit. Aber der will das nicht anerkennen. Der will das nicht akzeptieren. Das ist so krass. Das ist heftig. Das ist heftig. Das kannst du keinem erzählen, was hier abgeht. Ne? Also der Herr Jesus Christus nennt Gott seinen Vater und macht sich somit Gott gleich. Und die Juden haben verstanden, welchen Anspruch er, also beansprucht zu sein. Und sie ihn wegen Gotteslästerung ans Kreuz schlagen ließen. Aber dann kommt ein Muslim und sagt, Jesus hat nie überhaupt behauptet, Gott zu sein. Ich sage dir, mein Lieber, wie heißt er nochmal? Umar ibn Khattab. Also, er sagt im Islam, im Koran steht, Was bedeutet das Wort Gottes und sein Geist. Okay. Hast du es verstanden? Wenn du auf Arabisch also lesen kannst, ist es so. Und Jesus sagt, also in Johannes 1,3, er sagt, dass das Fleisch wurde Gott. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Es kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchten kann, kam in die Welt. Er war in die Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in seinem Eigentum, aber die seinen Namen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben. Und das Wort ist Fleisch geworden. Das heißt, das Wort war schon von Anfang an gewesen. Das kann das Wort nur Gott sein. Und hier, da steht im Koran, das Isabnu Mariam, das Wort Gottes. Das heißt, automatisch, wenn ich das auch so verstehe, dumm verstehe, dass das Wort Gottes, Isabnu Mariam, ist Gott. Verstehst du, mein Lieber? Das Problem, du musst nur dein Herz öffnen. Also, man muss nicht immer mit Verstand, immer alles eins plus eins verstehen. Rational. Man muss das Herz öffnen. Und dann wird der Heilige Geist dich erleuchten. Ja, wie gesagt, vertraue nicht den Muslimen. Sie erkennen sich überhaupt gar nicht aus mit der Bibel. Sie lesen die Bibel einfach nur oberflächlich oder gehen sich ernähren von irgendwelchen völlig verrückten, ja. Ihr wisst schon was. Die sind komplett zu, natürlich. Die wollen nichts wissen von der Wahrheit. Johannes 1,14 und das Wort ist Fleisch geworden. Und er hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater. Voll Gnade und Wahrheit. Amen. Amen. Also, ich sage, du siehst du. es hat sie gesagt Muslime haben nicht Trinität, sondern fünf Nität, Mohammed Schienbein, drei Augen zwei rechte Hände Stein aber das kannst du laut sagen Wahnsinn Wahnsinn und die beten noch diesen Stein in Kabah das ist doch ein Stein und die nehmen Steine und sozusagen die tun auch den Scheitern der Satan auch noch steinigen ob der Satan jetzt steht so als Person und wartet auf die damit sie ihn steinigen wie blöd ist das denn? und die drängen sie sich und die machen sich kaputt und wer wirft den ersten Stein? wir reden gerade über Kabah dass die sich aufdrehen ob der wartet auf die so persönlich und wartet auf die damit sie ihn steinigen unglaublich was meint der Teufel die armen Seelen auslacht Wahnsinn hast du das schon mal gesehen wenn die Leute da vor diesem Stein da stehen und Steine auf diesen Dings werfen ja da gibt es so ein Video wie so ein Opa so sagt ja dann wirft den Stein ja ich habe mich tot gelacht ehrlich ich habe mich tot gelacht wer kennt dieses Video ihr Lieben? ich kenne das manche haben dort dieses Ding wo als wir Kinder hatten wo man damit diese Steine damit wirft wie heißt das diese haben wir selbst gebastelt so ein Zeug so mit Gummiband und du nimmst den Stein drin und dann du du kannst damit so gut zielen und einer hat Steinschleuder 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 ja und einer hat so einen Steinschleuder und er hat damit den Teufel sozusagen Satan damit das ist das ist so heftig so blöd so blöd ja ja das ist echt krank das ist wirklich krank ja da gibt es ja auch noch ein anderes Video wie so wie so ein älterer Muslim seine Frau ist so irgendwie dämonisch besessen dann nimmt er so eine so eine Kinderpistole und macht oh mein Gott wie kann man so blöd wie kann man so blöd sein ich bin fast gestorben vor Lachen ich lag auf Boden ich sag das kann nicht mehr wahr sein die sind so arm die sind so arm also die sind selig arm selig arm verloren wir müssen für sie beten wir müssen für sie beten ja wir müssen wirklich für sie beten mariam beten wer ist da für sie denn herr lieber jesus christus wir danken dir eigentlich für diesen wunderschönen Tag mit unseren lieben Geschwister und wir danken dir trotzdem trotz alles ähm auch wenn äh auch wenn die Muslime hier sind und 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 dabei sind wir beten für sie wir wir hassen sie nicht im gegenteil lieber jesus gib uns noch mehr Liebe und noch mehr barmherzigkeit gegen äh diese menschen weil wir wissen dass diese menschen verloren sind ohne dich herr jesus christus die sind verloren für immer und ewig bitte herr jesus christus wir beten dass du deren Augen und Herzen öffnest für die Wahrheit dass das dass sie dich dann endlich erkennen deine Güte deine barmherzigkeit endlich erkennen vom fensternis zum licht wie wunderschön ist das hier der herr jesus christus du hast uns verspricht das ewige Leben amen jesus christus wir beten für diesen wirklich verlorenen seelen bitte herr jesus christus nimm sie denn zu dir und zeig dir wie du wie groß du bist und wie herrlich du bist herr jesus christus wir bitten dich lieber herr jesus erhöre uns erhöre unsere gebete liebe jesus christus wir sind dir sehr sehr dankbar für deine gnade für deine errettung für die ewigkeit lieber jesus in jesus namen christus ich bete für die muslime für für die atheisten für die satanisten wirklich lieber jesus christus nimm sie in deinen armen mit deiner liebe lieber jesus in jesus christus namen amen 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 so sieht es aus die muslime denken immer wir hassen sie nein wir hassen sie nicht wir haben nur ein riesen problem mit den islamischen schriften die erstens dazu aufrufen uns zu unterdrücken zweitens der koran lügen erzählt gegenüber der bibel drittens die sohnschaft des herr jesus christus leugnet die gottheit alles möglich also ein kompletter angriff auf die bibel unseren glauben und dann haben die christin beziehungsweise ich jetzt auch eine berechtigung darüber zu sprechen und das ganze dann klar zu rücken das ist ja genauso wenn jemand irgendwie unsinn über euch erzählt und ihr das ganze dann klarstellen wollt es ist ja normal dass die christen sich dann wehren und sagen hör mal zu das was dein was dein buch da über mein buch verbreitet ist eine lüge wie meine schriften sind verfälscht nein die sind akkurat und perfekt in unsere zeit reingekommen denn gott bewahrt sein wort so einfach ist das aber wir verteidigen unsere das wort gottes natürlich mit verstand und mit der mit der schrift was es da drin gibt mit beweise mit alles was da in der bibel steht und natürlich sehr wichtig mit liebe wir müssen das auch mit liebe rüberbringen das gegenteil aber was die machen also die wollen das halt mit gewalt durchsetzen halt den koran und das ist das unterschied macht zwischen uns und die ja sie wollen ihre ideologie mit gewalt durchsetzen wir mit köpfchen und scham und dem jesus christus der an unserer seite ist genau wir lieben die wir hassen sie nicht im gegenteil wir hassen einfach nicht wir hassen nur satan der einfach diese menschen in die irre geführt hat durch der koran und durch muhammad genau aber die muslime hassen wir sie nicht im gegenteil und so sieht's aus ja so sieht's aus einen moment hören wir mal weiter denn nicht der vater spricht das urteil über die menschen er hat das richteramt vielmehr dem sohn übertragen vielmehr dem sohn hat er das übertragen der vater gibt das ganze gericht dem sohn ja wie soll der sohn denn gerecht richten wenn er nicht selber gott ist wenn er nicht fähig das gibt keinen sinn es sei denn jesus christus ist gott der richter richtig den sohn ehren genauso wie den vater wir sollen den sohn ehren genau wie den vater den sohn nicht anerkennen will wer den sohn nicht anerkennen siehst du so ist das so ist das die wahrheit wer meine botschaft führt und dem glaubt er mich gesandt hat jetzt kommt der berühmte fern ihn wird das urteil gottes nicht treffen er hat die grenze vom tot zum leben schon überschritten ich versichere euch die zeit wird kommen ja sie hat schon begonnen in der die toten die stimme von gottes so hören wir und wir diesen ruf hören die toten werden die stimme des sohnes gottes hören ich dachte wir werden nur die stimme wir hören nur die stimme gottes ach die stimme des sohnes gottes werden wir hören aha ist das krass er wird leben denn in meinem vater ist das leben und nach seinem willen hat auch der sohn dieses leben ins siehst du nach seinem er hat ihm die macht gegeben die ganze menschheit zu richten weil er der menschen so ist aha er wird die gesamte menschheit richten und ihr wisst ja ihr lieben es gibt kein gerechtes richten als das richten von gott gott ist der richter und jesus christus beansprucht der richter zu sein amen so ist das er hat ihm die macht gegeben ja hammer ne wem würde denn einfach gott sein sein richter dasein geben anstatt sich selber verstehst das ist ein quatsch nur es ist gott selber richtet doch richtig so ist das da steht in johannes 5 wundert nicht der tag wird kommen an dem die toten in ihren gräbern die stimme von gottes sohn hören werden dann dann werden alle menschen ihre gräber verlassen die gutes getan haben werden auferstehen um ewig zu leben die aber böses getan haben um verurteilt zu werden dabei kann ich nicht eigenmächtig handeln sondern ich wenn ich mein eigener Zeuge wäre dann wären meine Worte nicht glaubwürdig aber es gibt einen anderen Zeugen der für mich spricht und ich weiß dass es wahr ist was er über mich sagt ihr habt zwar eure Leute zu johannes dem täufer geschickt um die wahrheit über mich zu hören und er hat sie euch bezeugt doch ich brauche keine aussage von menschen nur um euretwillen nenne ich johannes als zeug weil ich nur dass er gerettet werde johannes war ein strahlendes ihr aber habt euch damit zufrieden gegeben euch eine zeitlang daran zu freuen doch ich habe noch wichtigere zeugen als johannes die taten nämlich die ich im auftrag meines vaters vollbringe sie bestätigen dass der vater mich gesandt hat und selbst der mich gesandt hat ist ebenfalls mein zeug aber ihr habt noch niemals seine stimme gehört habt ihn nie von angesicht zu angesicht gesehen ihr gebt seinem Wort keinen Raum in eurem Leben sonst würdet ihr dem glauben den Gott zu euch gesandt hat ihr durchforscht die Heilige Schrift weil ihr meint in ihr das ewige Leben zu finden und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen um dieses Leben zu haben ich suche nicht die Anerkennung von Menschen ihr dagegen seid anders ich kenne euch und weiß genau dass ihr keine Liebe zu Gott in euch trachtet mein Vater hat mich zu euch geschickt doch ihr lehnt mich ab wenn aber jemand in eigenem auftrag zu euch kommt den werdet ihr aufnehmen kein wunder dass ihr nicht glauben könnt denn ihr seid doch nur darauf aus voreinander etwas zu gelten aber euch ist völlig gleichgültig ob ihr vor dem einzigen Gott bestehen könnt es wird gar nicht nötig sein dass ich euch vor dem Vater anklage Mose ist euer Ankläger genau der auf den ihr eure ganze Hoffnung setzt denn in Wirklichkeit glaubt ihr Mose gar nicht sonst würdet ihr auch mir glauben schließlich hat doch Mose von mir geschrieben Mose hat von ihm geschrieben habt ihr es gehört das ist so krass oh Jesus Christus mein Herr mein Gott gelobt sei der Herr Jesus Christus gelobt in alle Ewigkeit Amen Amen Ja ihr Lieben wundervoll Dankeschön für die ganzen Likes die wundervollen Möge der Herr segnen, blüten und beschützen Amen Doktor Schick der Booty ist auch hier drin Doktor Schick der Booty Doktor Schick der Booty Gottes Segen Geschwister Gottes Segen mein Lieber Gottes Segen Gottes Segen Hallo mein Bruder Wie geht's euch? Gut, gut und ja Handel Jesus Handel dich niemals Niemals vergessen immer Handel Jesus sagen Und? Wie war es gestern? Ist da alles okay? Ja Sie hat so ein Ding Gehwagen Ich weiß nicht warum Du weißt du diese Schiebwagen zum Laufen die wohl helfen zum Gehen weißt hat die bekommen und da steht vorne ich weiß nicht ob dir das auf Spaß machen steht da McLaren drauf McLaren 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 und auf andere steht Mercedes Benz und Ferrari Verstehst du? Nochmal was sagst du? Nein, keiner hat's verstanden Ja, du bist einfach da draufgeklebt oder wie? Wir schreiben auf die Gehhilfen McLaren Ferrari Lamborghini Ich hatte nicht richtig zugehört Ich hatte nicht richtig zugehört Ich hatte gerade hier was geguckt Ich hatte nicht richtig zugehört Genau, Rollator Genau, Rollator Sorry Rollator Und da steht so diese Dinger drauf Ich fand das komisch Ich fand das komisch Ich fand das komisch Ich hab gedacht, was ist das denn? Was ist diese? Ja Machen die sich indirekt irgendwie lustig oder so? Oder machen die so keine Ahnung Einer schreibt Ist doch gut Ein schneller Wagen Angetrieben durch Füße Das ist das Das hast du auch übersetzt, ne? Das ist diese Rede von diesen heftigen Die meisten religiösen Männer unserer Zeit Wir warten seit Jahren Hier, guck mal Hier ist dein Paket Guck mal ganz kurz dir Bitteschön Da hast du dein Paket Da hast du dein Paket Da ist Stumpzeit-Paket Aller Stumpzeit-Pakete Hättest du bloß gesagt Dein Paket Deutsch ist noch nicht angekommen Ja, dein Deutsch-Paket ist noch nicht angekommen, genau Das ging schnell Das ging schnell Aber wirklich Habst du mich auch nicht erwischt? Das, was du hier übersetzt hast, ist heftig, ne? Das ist echt gut Das ist richtig heftig Oftmals werden diese Leute sagen, dass die Fieten eine religiöse Vorstellung Raben fangen Der war eben, wollte der hier rein Hallo Hallo Warum hetzt ihr so? Wir sind Hetzologen Spaß, ich bin Aramère Bruder Das sieht so aus wie Dings Wie jemand der gleich auswandern geht Ich erkenne Aramère sofort von einem Kilometer an ihre Nase Wie schlomo Wie schlomo, wie schlomo Wie schlomo Meine Nase ist auch noch schief, weisch? Das erkennt man Genau deswegen Ich wollte eigentlich nur ein Live-Konzert zu euch geben, weisch? Live-Konzert? Wie schlomo, 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 wie Was sprichst du denn? Dirk, sprichst du auch? Na, nur so ein paar Wörter. Ich sprich Aramäisch, Deutsch, Englisch. Deutsch, Englisch, okay. Ja, das lasse ich ja immer laufen, wir müssen lieber anfangen zu lügen. Und ich das dann erkenne, dann sage ich, warte. Du brauchst dein Lied, ich muss das Lied für dich wieder anmachen. Bombastisch, bro. Ich wollte eigentlich mal ein längeres Thema mit dir bereden, aber ich bin jetzt gerade auf Arbeit, wollte nur kurz mal Hallo sagen. Gott segne euch. Gott segne auch dich, mein Lieber. Dankeschön, Gott segne dich. Vielen Dank. Jesus Christus ist Gott, werdet es nicht verstehen, ist einfach ein unehrlicher Mensch. Sehr gut, ja? Richtig. Ganz einfach. Und ja, ich gehe jetzt ein bisschen weiterarbeiten. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag zusammen und bis nächste Woche. Gottes Wege, mein Gott. Gott segne dich. Danke. Kannst du mich kicken, bitte? Ich kann mich kicken, ja, genau. Beleidige mich noch ein bisschen dem bei, wenn du... Nein, um Gottes Willen, Mann. Ciao, mach's gut. Spaß, Spaß. Beleidige mich ein bisschen. Ja, das ist das, ne? Wenn die Muslime dann anfangen zu lügen, dann kommt immer wieder dieses heftige Lied von mir, ne? Why you always... Der Raud Christian in einem seiner Streams hat dann auch immer das Lied gesungen, ne? Ich hab den verrückt gemacht mit Why you always line. Der hatte so einen Ohrwurm davon. Diese Lied passt wirklich, die Dien. Passt wunderbar zu denen. Ja, aber ehrlich, jedes Mal, wenn ich das höre, ne, was die da so von sich geben, da muss dieses Lied kommen. Das geht nicht anders. Hast du nicht anders? So, weiter. Der Sheikh hat was Gutes übersetzt. Hast du es erst jetzt gefunden? Aber ich sage Ihnen, wir haben ebenfalls religiöse Vorstellungen. Die Entscheidung, für die Nationalhymne zu stehen, ist religiöse Vorstellungen. Mann, wir haben sogar eine Missjahrehe. Das bedeutet, eine Art Ehe zu haben, wo der Mann eine zweite, dritte oder vierte Frau heiratet und die Frau sich in einer Situation befindet, die sie dazu zwingt, bei ihren Eltern oder einem von ihnen in ihrem eigenen Haus zu bleiben und der Ehemann zu unterschiedlichen Zeiten zu ihr geht. Unglaublich, ne? Das nennen sie Heiligkeit, Missjahrehe, Ehe. Missjahrehe, das ist so kaputt. Amir, das heißt, das nennt sich auf Arabisch, Jawesul Musjar. Ja, Jawesul Musjar, genau. Mariam, erklär uns das mal. Genau, ich habe das schon mit meinen eigenen Augen gesehen in Tunesien, diesem Beispiel. Also das ist, wenn ein verheirateter Mann seine Frau betrügen möchte, möchte, da kann er sie sozusagen betrügen mit Zewesul Musjar. So ist das. Das heißt, er kann eine zweite Frau haben, die erste muss auch nicht unbedingt wissen und er kann ein zweites Haus aufmachen oder einen Wohnen, Haushalt und er kann diese Frau besuchen und er kann sogar auch mit ihr Kinder machen, wenn er möchte. Aber er kann auch zum Beispiel heiraten, nur für eine Woche auch. Nur für eine Woche. Das heißt, er kann mit ihr Spaß haben für eine Woche und dann kann er sich von ihr scheiden lassen. Das ist so gut. Ja, Jawesul Musjar. Das ist sozusagen, das ist der Halal, Halal Betrügerei. Halal, seine Frau betrügen. Ich lese mal vor, guck mal hier. Die zu 100% korrekte deutschsprachige Übersetzung für diese islamische Ehe würde die, die sorglose Ehe lauten. Die Frau tritt im Rahmen einer zeitlich befristeten Ehe all ihre Rechte ab, der Mann muss sie also nicht mit Nahrung, Kleidung oder gar mit einer Unterkunft versorgen. Und der Mann gibt ihr auch kein Geld. Endet diese Ehe, so wirkt sie wie eine Scheidung. Der Mann verliert hierbei nicht einen Pfennig. Absolute geisteskranke Prostitution, ohne nur noch nicht mal einen Cent zu bezahlen. Und dann sagen sie zu den Schiiten, guck mal was ihr da praktiziert, Hurerei. Ja, aber die Frau, die ich kannte, Amir, das war ein... Ich kannte so einen Fall. Die Frau, die ich kannte, die wollte nicht, dass sie ohne Geld rauskommt von der Sache. Die hat Geld verlangt. Die hat ihr gesagt, die hat ihn bedroht. Die hat gesagt, wenn ich kein Geld von dir bekomme, dann geh ich zu deiner Frau und ich zerstöre deine Familie. Und am Ende, die hat ihn einfach komplett arm gemacht. Die hat sein ganzes Geld weggemacht. Heftig. Hat sie gut gemacht. Ja. Wusstet ihr, dass Mohammed und Umar homosexuelle Männer in ihren Häusern hatten? Ja, wir wussten das, aber die Muslime natürlich nicht. Da steht in Sahih al-Bukhari 6834, überliefert von Ibn Abbas, der Prophet verfluchte Männer, die sich wie Frauen verhielten und Frauen, die männliche Verhaltensmerkmale annahmen. Und er sprach, werft sie aus euren Häusern. Der Prophet warf solche Männer aus seinem Haus und Umar warf solche Männer aus seinem Haus. Das ist so krank. Da befinden sich einfach homosexuelle in Mohammeds und Umars Haus. Das ist so krank. Wie hieß der Hadith nochmal, wo die Muslime sich sogar sich darüber beschweren, dass sie das Gebet hinter einem Homosexuellen verrichten müssen. Hinter einem homosexuellen Ding, Hodja. Achso, und wann war das nochmal? Die beschweren sich darüber, dass sie, jetzt müssen wir sogar auch noch hinter einem homosexuellen Hodja beten. Ja, aber wo war das denn jetzt nochmal? Was war das denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ich hab's vergessen, ja. Aber der ist gut. Es fehlen noch 5000 zu 200.000. Leute, komm, Pipiko. Ami, du bist King und Jesus ist König der Könige. Nein, nur Jesus ist König der Könige und ich bin gar nichts. King of Kings. Das befindet sich nicht im Koran, sondern in den Überlieferungen, in den Hadithen, mein Lieber. Ja, mein Lieber. Meine Liebe. Hinter einem schwulen Imam beten. Ja, genau, das war das, ne? Ich such grad auch. Hier ist die Überschrift. Ein homosexueller Imam verführt die Mohammedaner. Was sollen wir tun, wenn der Mann... Das ist das, ne? Geil, ne? Was sollen wir tun, wenn der Mann, der unser Gebet anführt, schwul und geil ist? Überliefert von Ubaid. Ulla bin Adi bin Khial. Khial bedeutet auf Persisch Gurke. Bei uns auch. Ja, ja, aber hab ich auch. Aber hab ich auch. Ja, aber hab ich auch. Ich kam zu Osman eben erfahren, als er gerade im Zustand der Überwältigung war und sprach zu ihm, Du bist das Haupt aller Muslime und du siehst, was über dich gekommen ist. Unser Gebet wird von einem Mann, der fittern, Verführung zur Homosexualität und so weiter, angeführt und wir fürchten uns davor, der Sünde einheimzufallen, indem wir auf ihn hören. Osman sprach, Gebete sind die besten Werke von allen. Wenn also die Leute gute Werke tun, tue ihnen dies gleich. Und wenn sie schlechte Werke tun, meide diese schlechten Werke. Al-Zuhri sprach, Wie ich sehe, bleibt uns keine andere Wahl, als hinter einem homosexuellen Imam zu beten. Sahih al-Bukhari, Hadith 695. Sahih. 6095. 695. Sahih al-Bukhari, 695. Unglaublich sowas. Guck mal, die übersetzen hier falsch. Ja, Mariam kann das für uns lesen. Mariam kann in Sahih al-Bukhari 695 reingehen und dann übersetzen. Moment, ich gucke mal. Das ist nur weibliche Person. Effiminate steht hier. Ja, ja, die schämen sich, ne? Das ist das Problem. Realmen. Aber weißt du was? Realmen heißt das? Realmen heißt diese pubertierende Junge, da zwischen 13, 14, so junger Mensch. Warte, nochmal, Hadith. 695. 695. 695. 695. Sahih, hoa, da ist Sahih eigentlich, ja. So, Sahih al-Bukhari. 695. 695. 2. 2. 2. 3. 3. 3. Eine muslimische Seite schreibt zu diesem Hadith, dass unter verweichlichte Person das gemeint ist, also homosexuell. Sonst würde ja der ganze Hadith überhaupt gar keinen Sinn machen. Wenn einer einfach nur ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen, du weißt, wie die Araber sind, so, oh Habibi, ich tschüss doch dein Herz und so. Ich kann ja das nicht auch eine verweichlichte Person nennen. Also eine homosexuelle Person. Die reden ja echt oft so miteinander. Wahrscheinlich die auch. Das sieht man ja auch in dem einen Hadith, wo der eine zu Mohammed sagt, oh Gesandter Allahs, das ist es, was ich von dir erwartet habe. Und dann hebst du sein Hemd hoch und der küsst so seine Seite so. Ja, das ist heftig. Das hast du auch übersetzt, ne? Ja, normal. Das ist der Ding. Bester Hadith, den die Araber zu bieten haben. Unglaublich, ne? Es wäre so schön, wenn man ein Programm hätte, wo man es einfach durchschicken könnte und es übersetzt es automatisch vom Englisch ins Deutsche rein, aber mit Stimme. Bestimmt gibt es das sogar. Ja. Wo hast du das gefunden? Auf Google. Komisch, dass ich das nicht finde hier auf Google bei mir. 695-Zunna.com, Schwester. Sunna.com? Okay. Ja, tu bei Google, gib Sayalbukhari 695 ein und dann schreib noch dazu sunna.com. Sunna.com. Allein, wenn du Sayalbukhari eingibst, wenn du eingibst, Sayalbukhari 695, kommt das schon direkt. Bei mir ist es auch ganz oben direkt. Ja, das kommt direkt als erstes immer. Was ist das? Also, mein Google vielleicht, der streitet gerade mit mir. Bist du auf Handy drinnen? Ja. Von dem Handy, wo du gerade auch in dem Stream drin bist? Nee, dann würde sie rausgehen. Sie hat ein anderes Handy. Nee, 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 mein Lieber. Das Ding, wo du dein Telegram hast, ist das ein anderes Handy? Nee, mein Lieber, das ist das selber Handy, wo ich mit dem schreibe. Wo du gerade benutzt, oder? Ja, ja, das ist das gleiche, wo ich das benutze. Wieso? Sonst hätte ich dir den Link geschickt. Ja, siehste. Ach, Mann. Sonna.com, hier, da habe ich, ich schreibe jetzt. Ach, hier, auch mal. Sechs. Nochmal, sechs, neun, fünf, zwei, sechs, neun, fünf, sechs, neun, fünf, zwei, ja? Nein, sechs, nur sechs, neun, das ist gut. Jetzt haben wir den Fehler gefunden. Ja, sechs, neun, fünf. Ja, einfach sechs, neun, fünf, mal, ja. Ja, ja, jetzt habe ich, ja. Ah, hier, ich habe es gefunden. Wisst ihr noch, wo ich euch gesagt habe, mit dem Dönerfleisch, dass Gott ihm Dönerfleisch gibt, für seine SEX-O-Len, äh, Potenzmittel, so Kebapfleisch. Kebap. Ja, genau, guckt mal hier. In meiner, Leute, zieht euch das mal bitte rein. In meiner SEX-O-Len-Kraft war ich der schwächste Mann der gesamten Menschheit, bis Alami Al-Kufayt, ein Gericht mit Döner vergleichbar, herabsandte. Und jedes Mal, also das ist in Klammern von Christian Prince, herabsandte. Und jedes Mal, wenn ich darum bat, sandte Allah dieses Gericht erneut zu mir herab. Und es war ein Fleischgericht. Al-Kubra von Imames Ziyuti, Band 1, Seite 119, Buch Tabakat Al-Kubra, Hadith 10, 231. Kannst du nur den Schluss nochmal wiederholen, Bruder? Was? Nur den Schluss, von wo das genau steht, und den Hadith. Al-Kubra von Imam Al-Siyuti. Warte, Imam Al-Siyuti. Wird Kubra mit Q oder mit K geschrieben? Mit K. Okay. Al-Kubra, Imam Al-Siyuti. Band 1, Seite 119. Band 1, 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 Und ebenfalls auf derselben Seite, im selben Buch finden wir diesen Hadith. es ist überliefert von Ibn Omar dass der Prophet sprach Jibril kam mit einem Kebabgericht zu mir und ich aß es und erhielt durch diese Speise die Kraft zum Pumppumpen und zum gnadenlosen Töten wie sie 40 Männer zusammen haben Und so schüttest du mir diese Facebook-Links Guck mal wie sie ihn immer als den potentesten Mann der Welt darstellen wollen Anders bin Malik sprach der Prophet hatte SEX und Orgasmen mit all seinen Ehefrauen die auch Orgasmen hatten nacheinander innerhalb von 20 Minuten und es waren 11 Ehefrauen an der Zahl ich fragte Anders hatte der Prophet die nötige Kraft dazu Anders antwortete wir sagten immer dass dem Propheten die Kraft von 30 Männern gegeben war Sahi Al-Bukhari 268 Das ist unglaublich so was Ich frage mich bei deutschen ekelhaften Überlieferungen wie standen die denn da um das aufzuschreiben als der Mohammed seine erste Frau dann beglückt ist die zweite, dritte und er schreibt das oh boah ist der heftig boah der hat die Kraft von 30 Leuten seid ihr krank oder was fällt dir eigentlich auf dass diese Hadife immer von Anders bin Malik kommen ja der Anders der hat schon so eine komische auch Einstellung diese perversen Sachen die kommen oft von Anders bin Malik mir kommt das in mir ich hab manchmal echt das Gefühl als wären die so zwei Bros die wo gemeinsam auf Jagd gehen so zwei Bros ja als ob die so zwei Bros sind gemeinsam auf Jagd so nach Frauen und was weiß ich was und manchmal sogar Männer ja aber das ist doch das ist doch wahnsinnig wie hat denn dieser Anders bin Malik das überliefert wer hat ihm das erzählt war er dabei hat er das gesehen oder wie machen die das denn der Mohammed selbst der Mohammed hat ihm das erzählt ja also der Mohammed geht hin also der Mohammed geht hin und sagt ich hab alle meine Frauen in einer Nacht beglückt und ich hatte die Kraft von 30 Männern und das übernehmen die und zeigen das den Leuten was das für eine Weisheit was die Weisheit denn sein kann es ist ja genau das gleiche wie mit der Prophet legte ein Stück wenn die Frau ihre Tage hatte legte er ein Stück Tuch über ihre Beine so dass er das nicht sehen musste und hatte trotzdem mit ihr seinen Spaß so ist ja auch von Anders bin Malik ja stimmt wenn die wenn die wenn die Frauen des Gesandten Allah sich in der monatlichen Blutung befanden so legte er ein Stückchen ein Fetzen ein Tuch fetzen auf ihre Vagina und hat sie dann beglückt Wahnsinn ne ja alles von diesem Anders bin Malik der ist so oder Dinge andere Situation als ob der so mit so ein Fernglas irgendwie durch seine Fenster hin beobachtet hat oder so keine Ahnung ich weiß nicht absolut Wahnsinn absolut Wahnsinn absolut Wahnsinn diese Anders bin Malik hat Faust dick hinter den Ohren Rocco Sifridi hat das geschrieben Rocco Sifridi der Junior der muss wieder übertreiben selbst der Kot und der Urin von Mohammed ist das schönste was es überhaupt gibt guck mal hier überliebt von Jabel wann immer der Prophet mich hinter ihm reiten ließ war das Siegel Mohammeds Mutter mal nah an meinem Mund und seine Flatulanz sein Furz roch nach Moschus wenn er seine Notluft verrichtete öffnete sich der Boden unter ihm und verschlang seinen Kot und seinen Urin darauf war die Luft durch die Ausscheidung des Propheten von einer wundervollen überaus lieblichen Duft erfüllt ja als wir waren mit Dari Ruk Al Mustafa Seite 154 ja oh mein ich habe auch das ist nicht mehr normal das ist nicht mehr normal guck dir das mal bitte an die trinken sogar seine Pipi es ist aus den Sahih Hadithen überliefert dass der Prophet seinen Urin in einem Behälter sammelte und diesen unter seinem Bett verstaute nachts urinierte er in diesem Behälter und verstaute ihn wieder unter seinem Bett einmal als er ihn hervornahm stellte er fest dass der Behälter leer war so befragte er einer der Frauen namens Baraka die Dienerin von Umm Habiba eine von Mohammeds Ehefrauen über den Verbleib des Urins sie sprach ich habe ihn getrunken gesandt Allah sondern an Nassai Buch der Reine Band 1 Seite 32 die sagen ja noch du hast was vergessen die sagen noch dass das die vom Höllenfeuer rettet sie hat sich vor dem Höllenfeuer geschützt mit Pisse und Ding ey das ist nichts weiter als ein Golden Shower nicht mehr und nicht weniger das sind Perversionen einfach nicht mehr und nicht weniger alle Muslime die zum Beispiel sag mal schnell danke dir alle Muslime die zum Beispiel im Stehen hier urinieren da sollte ihr gewarnt sein denn überliefert von Aisha wenn dir jemand sagt dass der Gesandte Allahs im Stehen urinierte so glaube ich ihm das nicht denn der Gesandte Allahs urinierte ausschließlich in der Hocke sondern an Nassai Band 1 Buch 1 Hadis 29 Bruder aber dann gibt es noch den Hadifen wo er an einer Wand steht und einfach gegen die Wand pisst während ein anderer vorbeiläuft und ihm Salam gibt ich lief vorbei als ich den Gesandten Allahs an einer Wand sah wie er die Wand urinierte ich gab ihm einen Salam aber er hat Salam nicht erwidert ja er hat das nicht erwidert gibt es auch wie widersprüchlich diese Religion ist heftig nur widersprüche wo du das Auge aufmachst nur widersprüche ich suche gerade die Seite wo diese ganzen Sachen stehen Schwester kannst du kurz so lange Entertainment machen ja ja ich bin ich bin sprachlos ich bin sprachlos ich weiß nicht was ich sagen soll also der Mohammed quasi der hat nur teuflische Einflüsterungen bekommen das ist das ist nur der Teufel sein selbst der ihn verführt hat und in sein Ohr eingeflüstert das ist heftig wer diese Hadith versucht die gibt es nicht nur in diesen Büchern guck mal zum Beispiel Sahih Muslim 5762 steht auch zum Beispiel the fragrance of the sacred sweet of sweat of allahs apostle may peace be upon him and getting him blessing from it also sein Schweiß wegen sein Schweiß und so das steht auch dort drin falls ihr das Ding nicht findet weil ich weiß dass es sehr schwer ist immer die Buch Referenzen zu finden ist sehr schwierig immer weil die ist auch meistens auch auf Arabisch und du findest es sehr sehr selten oder du musst sogar Buch kaufen ja genau ja bestimmt ja ich such gerade die Seite von dem Ding mit diesen komischen perversen Dingern ich hab das ich hab das hier auf mein Handy auf mein anderes Handy ich hab erst vor kurzem angefangen alles auf Laptop zu machen weil das war am Ende zu viel das hat nicht mehr alles auf mein Tablet ich hab ein Tablet weißt das hat irgendwann nicht mehr alles drauf gibt mein Tablet funktioniert nicht mehr deswegen richtig weil das ist viel zu viel drauf jetzt mittlerweile deswegen bin ich auf dem Laptop rüber gegangen dieser eine Ding was ich meine ist hier auf dem Laptop noch drauf leider ich muss mal alles irgendwie rüber kriegen Ich finde das gleich, ich finde das gleich. Wie lange war ich nicht mehr hier drauf? Falls mir gerade jemand schreibt und ich nicht antworte, sorry, weil ich bin gerade auf Dinge voll fokussiert auf mein Tablet. Ich schaue gerade nicht auf das Handy. Ich versuche die Seite zu finden gerade. Wie viel habe ich hier, Mann? Bist du noch da, Maria? Ich bin da, ja, ja, ich bin da. Ich gucke gerade einen Artikel über Mohammed, der vom Dschinn besessen war. Dass dieser Dschinn ihn immer eingeflüstert hat im Schlaf. Mohammed sagt ja sogar, ich bekomme von den Dschinn nur gute Sachen überliefert. Nur gute Sachen. Nur gute Sachen, als ob irgendwas Schlechtes, irgendwas Gutes bringen würde. Einmal ein Muslim hier hat geschrieben, wir haben keine Dschinn im Islam. Und da habe ich ihm gesagt, oh doch. Der erste Dschinn, der euch in die Irre verführt hat, ist der Dschinn, wo Mohammed immer in sein Ohr geflüstert hat. Euch alle zerstört hat. Und doch gibt es Dschinn, natürlich, bei euch im Islam. Natürlich, die verleugnen immer alles. Die wollen das alles nicht wahrhaben. Verleugnen alles. Natürlich, die haben keine andere Wahl, weißt du, keine andere Wahl. Das ist aber gut, dass ich hier mal dieses iPad mal wieder aufgemacht habe. Jetzt tue ich alles Mögliche wieder rüberholen. Ich habe zwei Handys. Wie so lügt du? Guck mal, Arthur. Die lügt nicht, okay? Unser Job ist hier nicht zu lügen. Wenn wir hier die ganze Zeit Fehlinformationen verbreiten würden, dann wären wir gar nicht mehr live. Dann könnten wir auch gar nicht live gehen. Weil dann könnte man einfach wegen Fehlinformationen die ganze Zeit diesen Stream sperren. Das beweist, dass es nicht funktioniert. Weil man sich immer wieder hier auf Quellen stützt. Also bitte hör auf, dauernd sowas zu behaupten. Eher geh und mach die Bücher auf, die wir dir nennen. Dann kannst du das auch selber nachlesen. Außerdem glaube ich nicht nur das erste Djinn von Mohamed. Ich glaube, Mohamed ist selber der Teufel. Genau. Wenn du es von mir mal klipp und klar hören willst. Ich glaube, er ist selber der Teufel. Ja. Das kann aber auch nur so sein. Weil, was er getan hat, was er gemacht hat, dass er keinen Menschen mit gesundem Verstand vorstellen kann, was er getan hat. Was er für Sünde gemacht hat, ohne Ende. Er hat von Anfang an bis sein Lebensende gesündigt. Ja. Deswegen schreibt doch Allah im Koran, seine Sünden in der Vergangenheit, im Hier und Jetzt und in der Zukunft, sollen ihm vergeben sein. Was ist ein Djinn? Ein Djinn, das ist so wie ein Dämon. Da steht hier jemand, ein Dämon. Und Mohamed war von einem Dämon besessen. Mohamed war besessen, nicht nur von Dämonen. Natürlich. Von Dämonen, von Männern, von Frauen. Wie kann das sein, dass er mit 595 Followern mir Anfrage schicken kann? Der hatte vorher kein Tausend und hat dann alle gelöscht wahrscheinlich. Das geht doch nicht. Ah, nein, es gibt neue Regelungen. Du kannst ab 400 live gehen, aber du kannst keine eigene live starten. Ah, okay, Leute. Ihr könnt sogar ab 400 Follower hier live reinkommen. Mhm. Zumindest habe ich das gesagt bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Aber ich gehe mal davon aus, dass er es nicht einfach so gesagt hat. Ja, probiert das einfach. Wer weniger als tausend Abonnenten hier reinkommen will, der kann es versuchen. Ähm, Dr. Schäf, ich habe das was, ich habe was gefunden. Was denn? Guck mal. Es steht ja, weil er da Wahnvorstellungen hatte, Mohamed, und er war halt besessen, vom Teufel eigentlich, vom Dschinn. In Sahif al-Bukhari, Nummer 3268, es steht hier, die Aisha überlieferte, dass der Prophet wurde mit einem Zauber belegt, bis er damit anfing, sich einzubilden, dass er etwas tat, was er eigentlich nicht tat. Was er Wahrheit niemals tat, ja. Genau. Eines Tages rief er Allah für eine lange Zeit für Hilfe und sagte, ich spüre, dass Allah mich inspiriert hat, wie ich mich selbst heilen soll. Weil Männer kamen in meinem Traum zu mir und saßen, einer bei meinem Kopf, einer bei meinem Bein und der an meinem Kopf sagte, was stimmt nicht mit diesem Mann. Ja, was ist die Krankheit dieses Mannes? Der andere antwortete, er wurde verzaubert. Der erste fragte, wer hat ihn verzaubert? Der andere antwortete, Lubayt ibn al-Assam. Der erste fragte, welches Material hat er benutzt? Der andere antwortete, einen Kamm, die Haare drauf gesammelt und die äußere Haut der Pollen, der männliche Dattelpalme. Der erste fragte, wo ist das? Der andere antwortete, es ist ihm im Brunnen vom Darwan. Also ging der Prophet zum Brunnen und kehrte dann zurück. Bei einer Rückkehr sagte er zu mir, das sind Dattelpalmen, die Dattelpalmen nahe dem Brunnen. Sind wie Köpfe der Teufel. Hast du gemerkt? Sind wie die Köpfe der Teufel. Ich fragte, hast du ihn Dinge herausgeholt, mit denen die Magie durchgeführt wurde? Er sagte, nein, denn ich bin von Allah geheilt worden und ich habe Angst, dass diese Tat das Böse unter den Menschen verbreiten könnte. Später wurde der Brunnen mit Erde gefühlt. Es gibt auch ein Hadith, wo die Frauen sagen, dass der Prophet mit ihnen geschlafen hätte, aber in fact, he never did. Wie ist der Hadith nochmal, dem, wo du gerade gesagt hast? Der Hadith, Sahih al-Bukhari, Nummer 326. 326. Ich muss alles sehen. Warte, wir haben den gelblichen Ausfluss nie als etwas Wichtiges. Ist es 326, Sahih al-Bukhari, sicher? Das steht, Aisha überlieferte, da hier. Welches Buch ist das? Und dann, Sahih, na warte, hier steht, Sahih al-Bukhari, Nummer 5765, da drunter, wo Aisha überlieferte, dass der Prophet wurde mit einem Zauber belegt. Da drunter, gleich da drunter. Ich habe es. Guck mal, Sahih al-Bukhari, Nummer 57, hast du es? Ich habe es. Super, ja. Ich suche jetzt gerade kurz den mit den Dingen, warte, sexual relations, but in fact, he never did. Ja, heftig, ihr Lieben, gell? Das ist sowas kaum zu glauben, ne? Dass er vom Teufel besessen war. Slept with his wife's friend, slept wife. So, Johannes, Johannes, Imagine Guck hier, ich habe es gefunden. Der Prophet fuhr diese, für so eine lange Zeit fort und stellte sich vor, dass er mit seinen Frauen geschlafen, beziehungsweise sexuelle Beziehungen gehabt hatte. Und zwar tatsächlich, tat er es nicht eines Tages, sagte er zu mir, O Aisha, Allah hat mich in einer Angelegenheit unterwiesen, worüber ich ihn gefragt hatte. Da kamen zwei Männer zu mir, das, was du sagst. Bloß ergänzt um den Fakt, die Geschichte, wo du sagst, bloß ergänzt um den Fakt, dass die Frauen halt noch sagen, dass der Prophet sich vorgestellt hat, mit ihnen SEX zu haben, aber er hatte gar kein SEX, er hat das sich nur vorgestellt gehabt. Und Armin hat mal in einem Livestream dann gezeigt, so von einem Imam ein Video, wie er so einen Tisch rammelt, obwohl da nichts ist. heftig, so totale Besessenheit, das ist so. das Video von dir, wenn du das hast, das wäre der Hammer, wo er den Tisch so rammelt. Hallo? Ey, Ex-Christ, wo ist mein Paket, Mann? Ich warte schon die ganze Woche auf mein Paket. Es kommt ja mit anderen Accounts hier rein. Ist das einer, ey? Hör doch auf, du sollst zum Herrn Jesus kommen. Was Paket? Du brauchst das Paket des ewigen Lebens. Und das ist der Jesus Christus selber. Wo ist mein Paket, Ex-Muslim? Ja, bitte. Guck dir dieses Paket an. Bitteschön, guck mal, zack. Das Paket der Pakete kriegst du gerade, so. Ja, ich bin müde, ey. Ja, durch diese ganzen kleinen YouTuber ist das natürlich sehr, sehr, ja. Die haben es natürlich nach vorne gebracht, ne. Durch die konnte ich ja zig Hunderttausende im Land erreichen. Und auch Österreich und Schweiz. Aber dann hast du natürlich auch so Kinder dabei, die dann sowas dann machen. Ja. Ey, das kann's nicht sein. Wo ist mein Paket, Mann? Das war's. Okay, okay. Alles klar. Jetzt ist Feierabend. Der nächste. Heftig. Jetzt ist vorbei mit dem. Jetzt reicht's mir. Guck mal, was Mohammed sagt. Guck mal, wie pervers eigentlich schon diese Aussage wieder ist. Insayy al-Bukhari 64, 74. Der Gesandte Allahs sagte, wer die Keuschheit garantieren kann, was zwischen seinen beiden Kieferknochen und was zwischen seinen Beinen ist, daher seine Zunge und seinen Intimbereich, dem garantiere ich das Paradies. Ja, nee, du musst rumlaufen und das Ding rumerzählen, so. Was ist das, Mann? Das ist echt kein Wett. Der beste Hadith ist immer noch Esayy al-Bukhari 6968 mit dem Trick. Du kannst unter falschen Zeugenaussagen einfach einen Jungen vornehmen. Und, äh, ja. Ja. Der ist wirklich so wahnsinnig, ey, dass man sowas auch noch da... Und das wird auch noch unter Dingen aufgeführt. Waren wir kurz, ich geh nochmal rein. Unter was die so einen Hadith auch noch aufführen. Wahnsinn, ne? Klar. Unter Ding, äh, unter das, äh, ähm, Ding, äh, Mariet. Unter Ehe, Kapitel Ehe. Kapitel der Ehe, sowas nennen die dann Ehe. Lag, was hat das mit Ehe zu tun? Ja, das hat mit Ehe nichts mitzutun. Stell dir mal vor, Mariam, stell dir mal vor, du als Frau, Mariam. Du lebst jetzt in einem islamischen Staat, du bist jetzt eine Muslima, bist noch Jungfrau, da kommt ein Mann zu dir, pack dich, und, äh, bringt zwei falsche Zeugen und dann sagt er, ja, ich bin mit dieser Frau verheiratet. Und dann geht das vor dem Richter und du willst diesen Mann gar nicht, du denkst dir, hör, was ist denn jetzt los? Und dann musst du mit dem Mann NCX haben. Du bist dann seine Frau. Absolut krank, ne? Ja. Und der Mann, der muss sie nicht mal zu diesem Ding, zu diesem Typ, der, wo sie verheiratet, zu dem Schirr bringen. Es reicht auch einfach nur, wenn er mit den Zeugen hingeht sogar. Ja, genau. Es reicht zwei falsche Zeugen zu nehmen und das, äh, das, die Ehe ist dann gültig. Ja. Er muss nicht mal die Frau dort hinbringen. Ich würde gerne mal Abun Barat zu diesem Thema mal befragen, was er sagt, ne? Wie kaputt, wie kaputt eigentlich seine Religion ist. Wie fix und fertig seine Religion ist. Oder der arme Pierre Vogel. Der Arme, der sich vor 20 Jahren für den Islam entschieden hat und jetzt diese ganzen Sachen ans Tageslicht kommt. Ja. Weil alles kann er nicht erklären. Der muss dann einiges schlucken und sagen, ja, ich muss das halt akzeptieren. Egal. Weißt du, was... Weil der lebt ja jetzt vom Islam auch, ne? Der lebt vom Islam. Diese Leute machen sehr krass und so haben gar keinen Beruf mehr, sondern leben vom Islam und Mekka, und so ein Blödsinn, ne? So ist das. Bruder, weißt du, was mich am allermeisten aufgeregt hat? Da hast du auch ein Video dazu gemacht, wo Pierre Vogel bei Dingen, bei Maischberger sitzt und die Frau redet, die sagt irgendwas, dass die Muslime kämpfen müssen, etc. Und Pierre Vogel war in diese Sendung ja eingeladen. Und er hat Koran dabei gehabt und er nimmt den Koran und er sagt zu der Frau, wenn sie mir diese Stelle hier im Koran, hier ist der Koran, bitte sehr. Er tut den Koran so auf den Tisch vor hier hin und sagt, wenn sie mir diese Stelle im Koran zeigen können, sie lügen gerade, das stimmt nicht, bitte hier ist der Koran, zeigen Sie es mir. Die Frau war so jahil, die hat das nicht gewusst. Nein, das war nicht nur witzig. Das war nicht nur wegen dem Kämpfen, das war wegen dem Ehrenmord. Ja, Ehrenmord, genau. Ja, genau, Ehrenmord. Und dank dieser einen Situation hat dort der Islam einen Riesensieg im Fernsehen errungen, obwohl das eigentlich gelogen, erstunken und erlogen war. Das ist das, was mich so aufregt, bis heute noch. Ja, der Pia Vogel weiß ja, mit wem er redet und was er redet. Das hat er ja selber schon gesagt. Meint er, wir wissen, mit wem wir reden und mit was wir reden. Weil der will ja den Islam überhaupt nicht schaden. Also der geht nicht in Diskussionen mit Leuten rein, die sich auch gut auskennen. Weil der ist ja so unfair, der Typ, dass er mit seinem Halbwissen mehr oder weniger zu Leuten hingeht, die nicht so ein Wissen haben wie er über diese ganzen Thematiken und hast dann den Anschein erweckt, dass er so voll ein größeres Wissen als alle anderen hätte. Dabei hat man den noch niemals richtig so... Der kann ja auch live kommen, der Pia Vogel, oder nicht? Er hat ja so mit dem ganzen Tag nichts zu tun. Er kann Livestreams machen, kann die Leute reinholen und kann mit denen diskutieren. Macht er aber nicht. Er geht doch ab und zu. Also nicht jedem. Er stellt sich nicht jedem. Er geht schon mal ab und zu. Sein Ego ist größer als alles andere. So größer als seine eigene Religion, muss man sich mal vorstellen. Richtig. Aber auch die Frau ist nicht normal, ja? Wenn du da hingehst, dann kenn doch wenigstens einen Vers, ja? Wenn du das schon erwähnst mit den Ehrenmorden... Wie willst du auf Anhieb auf einmal den Vers finden, wo Ehrenmord genannt wird? Wie sollst du denn die Geschichte mit Riddel kennen und das Ermorden des unschuldigen Jungens? Das ist ja Ehrenmord. Das ist ja nichts anderes. Weil der Allah befürchtet hat, dass dieser Junge später durch sein ungläubiges Verhalten den Eltern Schmach bereiten würde. Da hat der Riddel befohlen, den armen Jungen zu ermorden. Wegen Vermutungen. Er wäre sich nicht mal sicher, der Allah. Ich finde es einfach nur wahnsinnig, dass eine Frau dort hingeht und sich dort hinsitzt und sagt, Ehrenmord ist im Islam veranlagt und Pierre Vogel sie quasi dann challengt und sie nicht mal den Vers kennt. Es gibt bei uns ein Sprichwort, wenn du nichts weißt, dann halt die Klappe so und weißt... Genau. Diese Frau hätte ihn dort im öffentlichen Fernsehen, sie hätte ihn bloßstellen können, aber wegen ihrer Jahil-Kopf hat sie es nicht hingekriegt. Ja. Ja, dieses Argument mit dem Kopftuch. Da kennst du das Argument mit dem Kopftuch. Ja, es ist freiwillig. Die Frauen machen das freiwillig. Ich habe doch darüber ein Witzvideo hochgeladen, dass die Taliban jetzt sogar Tieren Kopftuch machen möchten. Ja, Tierburka. Das Video mit Tierburka. Warte. Der Arm hier hängt halt ein bisschen, ne? Ja, ich weiß. Warte, ich gehe rein, dann muss ich sagen, mit dem Tierburka. Ja. Das ist nicht ernst gemeint, das war ein Witz, aber dort tun die einfach nur das wiederholen, was die ja immer sagen. Ja, die Frauen tun es aber freiwillig machen. Guck mal, warte. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Ihr Lieben, Dr. Scheich, hörst du mich? Ich glaube, an mir den hängt noch. Ich komme gleich. Ja, ich muss kurz raus, ihr Lieben, ja, kurz segne euch, ich konsumiere nochmal. Okay, mach's gut, Maria. Mach's gut, ihr Lieben. Tschüss, gute Segen. Tschüss. Hörst du mich? Hörst du mich? Jake? Ja. Ja. Warten wir kurz. Bitte verteil mal ein Stimmstallpaket. An wen denn? Hört man mich? Ja, jetzt schon, du warst gerade weg, du wolltest was sagen. Wer möchte denn ein Stummschallpaket, wer ist hier rumtreu? Der mit deinem Profilbild, mit Nordiraner Sinti. Weiß der. Bruder. Bruder, gib mir mal halt Modi, dann kann ich das auch nicht mehr machen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Hast du ihn schon? Okay. So, auf Wiedersehen. Du wolltest gerade mir was sagen, aber. Hängt der Stream, oder ist der gut? Der ist perfekt gerade. Du hast gerade das Shake gesagt, und dann warst du weg auf einmal. Ja, super. Der Stream, der hängt ein bisschen. Ja. Ja, normal, du fährst wieder rum. Ja, gut, geht wieder, dieser geht wieder. Gott segne Arme, Leute liken, unterstützen, tippen. Ja, sehr gut. Danke, Lisa B. Genau, sie hat recht, die Lisa, die Lisa hat recht. Tippen, wo ist eigentlich Leser? Ja, genau, wo ist dieser Hetzbacke? Abu Hetzerei. Wo ist der? Wo ist Abu Hetzerei? Ich glaube, der Tummel hat sich wieder hier rum. Ich war gestern. Oh, was jetzt passiert wieder? Na, das ist übel, wenn man immer mit fährt, in Funklöcher reinfährt. Bei den Afrikanern, ich habe mit gestern, beim afrikanischen Stream war ich drin, englischsprachig. Und das war auch Ding, viele Afrikaner wissen Bescheid über die, über die rassistischen Sachen, die wo in den islamischen Schriften sich befinden. Aber viele wissen auch nicht Bescheid. Und dort ist voll viel Action immer. Da kommen dann immer Muslime hoch, schwarze Muslime, die wo dann den Islam verteidigen. gestern war ich da oben, ich habe einige Sachen gezeigt, der Host ist fast den Kopf von den Hals gefallen. Mit dem ganzen Zeiglob. Amir, kannst du bitte zum Maischberger? Ja, würde ich ja am liebsten, aber ich lade mich ja nicht ein. Ich bin zu hart für Fernsehen. Maischberger, macht das nicht. Hamid Abdel Samad hat ja offengelegt, dass die ein Gelübde, die haben 2018 ein Schreiegelübde gemacht, dass die keine negative Sendung mehr über den Islam bringen. Bei Maischberger, Anneville oder Hart aber Fair. Und seit 2018 gibt es auch keine islamkritische Sendung mehr. Ja, heftig. Siehst du, wie krass. Hast du gesehen, wie Hamid Abdel Samad das offengelegt hat? Nee, was ist denn passiert? Wann? Wie? Hamid Abdel Samad hat das ja offengelegt. Er hat gesagt, es gibt ein Schweigegelübde in den deutschen öffentlich-rechtlichen Medien, dass seit 2018 gilt das, dass man bei Sendungen wie Maischberger, Anneville etc. keine islamkritischen Sendungen mehr machen kann. Guck mal, ich kann es raussuchen. Ich finde es bestimmt. Warte. Unfassbar. Wir haben ein Schweigegelübde. Man muss über sich alles ergehen lassen und einfach den Kopf hinhalten, oder wie? Zumindest man verhindert, was das deutsche Volk aufgeklärt werden sollte. Das verhindert man dann. Also, Kopf hinhalten und einfach dumm sein. und dafür zeigen wir genau das. Siehst du? Einfach nur crazy. dass wir verarscht werden. da hat es in einem Video gesagt. Amir, wann gehst du wieder mit Rob live? Ich weiß nicht, wann der Rob wieder hier live kommt. Der ist ja auch noch beschäftigt, irgendwie der Rob Christian. Ich war gestern mit ihm live. Ja? In einem afrikanischen Stream war ich mit ihm zusammen live, wo die Afrikaner, wissen, habe ich ja gerade hier erzählt, während du ein Ding gehängt hast. Da waren wir dort und Ding, Rob Christian wurde dann erst rausgebannt, dann bin ich dort geblieben, dann habe ich denen die ganze Zeit so Dinge, rassistische Sachen gezeigt und irgendwann ist dann wieder auch Rob gekommen. In den englischsprachigen Streams geht viel mehr Action ab. Dort kommen die Muslime hoch, aber die lügen am laufenden Band die ganze Zeit. Heftig, ne? Mach mal, ich lache den. Soll ich mal versuchen, ihn einzuladen? Ja, mach mal. Ist er live? Ne, ich habe aber hier einen Account von ihm, mit dem er gestern live war. Weil ich habe eine Zeit lang aufgehört, ihm zu folgen. Du hast ihm nicht mehr gefolgt? Eine Zeit lang habe ich aufgehört, ihm zu folgen, weil ich bin nicht mehr klargekommen, wie viele Accounts er hat. Ich habe gar kein Überblick mehr gehabt. Ja, das ist das Heftige, ne? Dr. Scheer hat den Livestream geteilt. Ja, sehr gut, Leute, wir haben 139 Teilungen, ne? 139 Leute haben den Stream geteilt. Hammer. Sehr gut. Leute, jetzt wieder zwei, drei Minuten Tipperei. Drei, zwei, eins, los. Jetzt, tippico. 140, komm, eins, zwei, drei, jetzt, let's go, tippi tippi machen. tippico mal 100. Jetzt, tippen. Alle zusammen, Gas geben. tippen. tippen. Der Doktor Scherer ist auch noch hier, Animator. Der animiert euch auch noch dazu. Gott segne, Leute liken, unterstützen, tippen. Ja, sehr gut, Lisa. Die allerbeste war diese Mariam Hübsch. Man, ich konnte Cola Mariam Hübsch, ja, genau, Cola Mariam Hübsch. Warte, wir müssen das einfach. Warte mal. Ich habe ein Video zusammengeschnitten. Ich habe ein Video zusammengeschnitten, eins ganz unten bei mir, wie die sagt, der Ehrenmord ist im Islam nicht angelegt. Da habe ich ein altes Video von dir und Reza genommen, wo ihr dann diese Dinge, ich zeige dir ein paar Sachen, die du vielleicht noch nicht kennst, wo dann das kommt. Das ist umgekehrtweise eins der meistgeklicktesten Videos auf meinem Konto. Ich mache mich kurz stumm, damit ich das mal mit Abdel Samad kurz raussuchen kann. Ja, okay, alles klar. Ja, ist dein Konto. Hamed Abdel Samad gegen Cola Mariam Hübsch. Ja, genau, das war eine Lügnerin vor dem Herrn. Es war, es gibt so ein Zusammenhang zwischen Gewalt und Religion. Extremisten kämpfen auch in Deutschland für ihren Glauben. Wir wollen, dass die Islam und die Jungen um einen sind. Einige Muslime im Land wehren sich. Wir wollen alle Hand in Hand gegen die Salafisten kämpfen. Für sie steht der Islam für Nächstenliebe und Toleranz. Doch die IS-Terroristen sind erbarmungslos. IS steht für keine Religion. IS steht für keine Religion. Die Masakriere unschuldige Menschen. Ja, erheblich, ne? Keine Religion steht für das Masakrieren von unschuldigen Menschen. Der IS steht nicht für den Islam. Das ist so kaputt, ne? Wie die Lügen. Wie die Täuschen. Die Täuschung hört nicht auf. Das ist so krass. Diskutieren Sie jetzt mit live im Blog auf login.zdf.de auf Facebook oder Twitter mit Hashtag ZDFBlogin. Friedensprediger oder Glaubenskrieger ist der Islam gefährlich? Ist der Islam gefährlich? Und damit einen wunderschönen guten Abend live aus Berlin. Der erste in unserer Runde heute Abend hat eine 180-Grad-Wenn. Abo, Henswacke! Lass mich doch reinfeifen. Ich grüße dich, mein Bruder. Hallo, mein lieber. Mein lieber Bruder. Och, alle ihr Lieben im Chat. Wir fühlen uns das herzheil mit euch. Amen. Was hast du schon wieder gehetzt gerade? Ja, wir sind gerade hier bei Hammendorf im Sammatt gegen Cola und war ja hübsch. So kaputt das deutsche Fernsehen. Wir lügen und sagen, dass er jetzt nicht für die Islam zu tun hätte und dass seine Religion das Töten unzuliger Menschen erlauben würde. Ja, das ist die verdrehte Wahrheit. Im Christentum ist das ja so, dass die gewalttätigen Christendarsteller damals im Mittelalter, also die katholische Kirche, entgegen der Lehre von Jesus Christus gehandelt haben. Das heißt also, die meisten Christen damals waren gar keine Christen, auch die katholische Kirche damals, aber sie haben im Namen des Herrn Jesus Christus das Gegenteil getan, was der Herr Jesus befohlen hat. Nämlich die Feindesliebe, andere Wange hinhalten und so weiter und so fort. Für die Leute, die einen verfolgen, beten und das Gegenteil ist genau beim Islam der Fall. Die meisten Islamdarsteller, Muslimdarsteller sind friedlich, obwohl der Islam das Gegenteil verlangt, obwohl der Mohammed das Gegenteil getan hat. Es ist genau anders, es ist verdreht. Die Gewaltlosigkeit der Masse der Muslime ist entgegengesetzt der Lehren der Islam und die Gewalttätigkeit der Christendarsteller damals ist entgegengesetzt der Lehre in Jesus. Verkehrte Welt. Total verdreht, das ist die Wahrheit, absolut, das macht der Satan. Der Satan verdreht. Der Djamolo. Dieser Durcheinanderbühler, Durcheinanderwirker. Djamolo. 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 Das ist die verkehrte Welt, wenn er alles auf den Kopf stellt, die Wahrheit. Die Muslime sind dann unfähig gemacht worden, die Zusammenhänge zu erkennen, woher die Gewalt kommt, worauf sie berufen, diese ganzen Terrororganisationen, Samen-Terrororganisationen. Ja. Das ist deine Kopfhörer, das ist da. Achso, ich erwarte, ich denke, richtig. Ich bin schon noch da, ich suche es gerade. wenn der Mensch hört man mich? Ja. Ja. Perfekt. Ja, okay. Was wolltest du sagen, Résar? Ja, und weil der Mensch sich eben nicht weiterbildet, weil er so faul ist und ignorant und vertraut einfach eine Führerschaft, eine Elite, sei es Diktator oder Politiker oder einfach Sektenführer und prüft die Dinge nicht. Deswegen geht der Mensch immer wieder ins Verderben. Immer wieder. Und lernt nie, niemals aus der Geschichte. Das wäre so absurd, dass wenn jetzt Deutschland, nachdem es eben dadurch gelernt hat, was der Nationalsozialismus ist, das wäre so absurd, dass wenn das jetzt dasselbe übertragen, Deutschland würde jetzt hunderte Millionen von Skinheads aus ganzer Welt importieren, die Nationalsozialisten sind und nicht wissen, dass das gefährlich ist, dass die auf einmal das Land in Schutz und Asche legen werden. So verrückt ist die Sache. Obwohl die das durchgemacht haben. Verrückt, echt? Obwohl sie das durchgemacht haben. Aber der Mensch lernt nie, nie aus der Geschichte. Deswegen werden die Iraner nie wieder die Muslime und den Islam dulden in unserem Land. Niemals. Wenn der Islam einmal weg ist, wird er auch nie wieder geduldet. Ja. Ja, genau. Aber warum? Weil sie die wahre, das wahre Gesicht des Islams gesehen haben. Nicht dieses Shisha, wir haben uns alle lieben, Islam. In Shisha was abhängen und sagen ich küsse dein Herz. Das ist nicht Islam. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse deine Augen, deine Kniekehle, dein Herz, deine Augen empfällen, das alles ist nicht Islam. Ja, genau. Das ist alles ein anderer als Islam. Es ist so schwer diese Leute zu erreichen und dieses vorprogrammierte wahnsinnige Denken da rausholen und neu zu programmieren. Das ist was manchmal so unmöglich ist zu unterfangen. Ja, weil der Mensch vertraut einfach der Masse. Das ist auch zum Beispiel bei Amazon. Siehst du ja, wenn jemand zum Beispiel 4,5 Sterne hat, dann fragt man sich nicht mehr, ob der jenige gute Ware hat oder nicht. Man vertraut einfach. Warum? Weil eine Masse schon vor dir das Ganze als gut befunden haben. Wahnsinn. Und so vertraut der Mensch dann auf die Rezension des Anderen. Ja, das ist genau wie bei allen anderen Angelegenheiten. Restaurantbesuch, Hotel. Natürlich ist das okay. Klar kann es nicht vor vielen Fehler und so weiter schützen. Aber die Menschen sind ja nur so. Die haben überhaupt kein Selbstbewusstsein und die haben ja gar keine Selbstbestimmung, sondern sie sind fremdbestimmt. Durch und durch. Und das kann eben ins Auge gehen. Das kann von bösen Mächten ausgenutzt werden. Und das nützt auch das Böse aus. Von durch. Können ich weiß ganz genau, dass es bei einem Bild Interview ist, aber das ist wahrscheinlich der andere, dass der Islam in seinem Mittelalter ist. Dort sagt er es wahrscheinlich. Ich bin hier gerade bis stoppt den radikalen Islam von Hamad Abdel Samad. Das ist einer seiner letzten Interviews gewesen, wo er das gesagt hat. Ich suche das nochmal außerhalb wenn ich mal nicht im Spielen bin. finde das. Ich hasse es voll, wenn ich etwas suche, aber nicht finde. ich weiß ganz genau, ich weiß so ganz genau, ich kennst du. Ja, manchmal vergisst man etwas abzuspeichern. Ja. Ja, kenne ich nur zu gut. Auf jeden Fall habe das gesagt 100%. Aber da siehst du mal, dass die Leute aus unserer Geschichte lernen Islam in irgendein Land reinlassen oder vertrauen oder als Religion akzeptiere. Sollten sie nicht tun, auf keinen Fall. Versteht ihr, liebe? Das kann es ja nicht sein. Man muss auch schon ein bisschen das Gehirn einschalten und merken, was der Islam davor hat und was die Muslime da machen wollen. Und nicht einfach sagen, das hat mit Islam nichts zu tun. Islam hat mit Islam nichts zu tun. Ja, so in etwa, das ist echt geisteskrank, Mann. Oh, Cowboy! Gott, nein, jo! Das ist der Schnurrback, Gott, das wäre, aber hier ist der Cowboy hier in Deutschland. Mit Schnurrback. Ja, traurig, traurig, traurig. Und die Türken, die sehen halt, was der Iran da, wodurch der Iran durchgegangen ist, durch diese Islamisierung, Scharia und sowas. Und viele Türken und Ägypter und sowas haben keine Lust auf diese, auf einen Gottesstaat. Die wollen, dass Religion und Staat getrennt bleiben. Aber das geht leider nicht. Das ist das Problem. Die wollen Ägypten nicht. Da ist ja richtig schlimm. Das kann jeder von euch nicht durchlesen. Suche 5 Vers 44. Wenn jemand nicht mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, der gehört wahrlich zu den Freblern. Ägypten zerstört. Boah, ich krieg langsam voll Hunger. Ich hab voll Hunger. Sag Allah, er soll dir ein Dönergericht schicken. Adel Dank. Ja, ich bin echt am Verhungern gerade. Ich weiß wie mein Magen gerade am 10 ist. Jetzt haben wir auch genau Mittag Mahlzeit. Ja, genau, 13 19 und nichts gegessen. Geh doch in einen McDrive rein. Mir kommt das vor, als würde ich jeden Tag Ramadan machen. Das ist echt heftig. Ich praktiziere mehr Ramadan als die Muslime selber. Jeden Tag. Das ist heftig. Geh was essen, Bray. Okay, mein Bray, ich gehe gleich was essen, mein Bray, Leon. Gibt's kein McGrath. Kamelurin Energy Drink, ja? Da hast du recht, einen schönen, leckeren Schluck vom Kamelurin und dann geht's wieder prächtig. Habt ihr den Geschichtsausdruck dieser Muslime gesehen, wie die sich so geekelt haben davor? Die fanden das einfach nur scheußlich. Und daran merkt man, dass das einfach nur der letzte Müll ist mit Kamelurin. Die konnte den noch nicht schwarz einen kleinen Schluck davon nehmen und die so einfach Kamelpisse. Und dann sagen die, damit kann man Krebs heilen. absolut geisteskrank heilen. Das kann nicht wahr sein, wirklich. Da kommt der eine Dinge, der Abomargin kommt dann, macht die Debatte mit mir, sagt er, das kann Krebs heilen, dann schickt er mir auch noch eine Uniklinikstudium und der sagt, guck, hier in der Uniklinikstudium steht das drin. Ich suche extra nach das Ding, weil er kann mich ja belügen, weißt, Reitjowicz, er hat ja nichts von den Studien gezeigt. Ich suche das Ding diese Studie, hier, ich bringe die Studie. Ich habe die Studie gefunden, aber da stand nicht das drin, was er sagt. Da stand das Gegenteil drin. Er hat gelogen. Es gibt keine validierende Studie, dass Kamelurin Krebs heilen könnte. Gibt es nicht. Es gibt keine einzige Studie. Eher das Gegenteil. Ja, die ganzen Institutionen warnen davor, Kamelurin zu nehmen, weil das sehr, sehr toxisch ist. Ja, sogar die Milch von Kamelen sollte man nicht trinken. Sogar die Milch. Weil die Milch von Kamelen auch trinken. Milch und den Urin. Wahnsinn. Sogar die Milch von Kamelen enthält manche Bakterien, die von anderen, von Kühen und so dort nicht enthalten sind. Sogar diese Bakterien von diesem Kamel können dich krank machen. Also nicht mal das Milch von die Kamele ist wirklich sicher. Einfach krank. Und die trinken den Urin. Ich verstehe das nicht, wieso man anstatt das in Frage zu stellen, was für Kamelen Urin trinken. Und du siehst in dem Hadith geht es ja darum, dass das Klima in Medina unerträglich war und Mohammed empfohlen hat so Kamelen Urin zu trinken. Nicht wegen Medizin, sondern wegen dem unerträglichen Wetter dort. Das helft nicht. Es geht überhaupt nicht um medizinische Zwecke, die Muslime uns weismachen wollen, sondern in dem Hadith geht es darum, dass die Leute das unerträgliche Wetter nicht ertragen konnten. Warum sollten sie dann den Schäfer töten, wenn sie geheilt wurden? Das gibt auch keinen Sinn. Sie wurden geheilt, aber sie töten den Schäfer. Warum denn? Man tötet nur jemanden, wo man unzufrieden ist. Die waren also unfassbar unzufrieden mit dieser Kamelurinsache. Bruder, da steht nicht, dass sie geheilt wurden, da steht geht und trinkt Milch mit Urin, bis ihr geheilt seid. Bis ihr geheilt seid, ja. Muslime argumentieren dann so, ja, da steht doch, die sollen das trinken, bis sie geheilt werden. Ja, aber die sind doch gar trinkt, wenn sie geheilt werden. Sie waren also sehr, sehr zornig darüber, dass das überhaupt nicht gewirkt hat, sondern das Gegenteil bezweckt hat. Ja, Wahnsinn. Absolut krank, absolut krank. Ey, nein. Ja, genau, warum trinken die dann nicht ihr eigenen Urin? Ja, genau, das frage ich verkauft als Delikatesse, seine eigene Bisse, man hat das als Kamelurin so abgestempelt. Der wurde erwischt und in den Knast gesteckt. Ja, weil er sich dachte, guck mal, wie blöd die Leute sind, die denken, dass Kamelurin irgendwas bezwecken kann, dann gebe ich den Weinurin. Was ist denn der Unterschied? Gibt es keinen Unterschied, Urin ist Urin. Trink Weinurin. Ich hab sogar, warte. Trinken Urin. Machen viel Spaß. Urin heilen von Krebs. Viel lecker, lecker. Oh, lecker, lecker Urin. Lecker, lecker, lecker Urin. It tastes so good. A big, fat look from the Kamelurin. A sip, a sip from Kamelurin. Sip in the bottle of Kamelurin. Ist da krank, Wo ist mein Bruder schon wieder hingegangen? Dieser Abo Hetzbacke. Abo Hetzbacke. Ah, da kommt der Bruder aus Irak. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Wie läuft es in Irak? Was erfahren dir aus den muslimischen Quellen über Mohammed? Hallo, hörst du mich? Ich kann dich nicht hören. Ich komme nochmal rein. Schmeiß mich raus. Moment mal. Er ist ja gerade nicht da. Guck hier. Geh kurz raus. Geh einfach selber raus, weil er ist gerade nicht da. Schau, da ist das mit dem Kamelurin. Aber muslimische Händler verkaufen Kamelurin weiter als Heilmittel. Ein Händler wurde sogar erwischt, seinen Regenurin als Kamelurin zu verkaufen. Hier kamelurin wurde wohl über die Jahrhunderte von der muslimischen Gemeinschaft getrunken. Zweitens, ich habe Warte, ich muss wieder den Kamelurin Rezitieren. Kamelurin schmeckt so wundervoll, mit Milch noch besser. Kamelurin brauchst du den ganzen Tag, vielleicht in 758 Milliarden Jahre wirst du geheilt. Darauf ein paar Gewichte. Wie war meine Rezitation? Wie hat es euch das gefallen? Kamelurin für euch alle den ganzen Tag mit Milch vielleicht wird das den Krebs heilen in 748 Millionen Jahren Wer will noch eine Rezitation von einem Doktor Schäden? Wer möchte wer hat noch nichts? Kamelurin als Wassereis. dies wird doch der Schäden erkennt. Du bist aber besser mit Reime, Bruder. Du hast eine beste Reime Vergangenheit. Einfach machen, da fällt dir schon vieles ein. Ich suche eine Reime Maschine, guck mal, warte, eine Reime Maschine. Also siehst du, der Dr. Schäden hat das gerade gezeigt. Da gab es einen Inder, der auf einmal in die Dosen reingepinkelt hat und das den Muslim verkauft hat als Kamelurin. Unglaublich. Oder jetzt, ich habe Reime Maschine angemacht und Eis aufgemacht. Ich versuche auch so das zu machen. Kamelurin als Wassereis gibt es hier in Arabien zu hohem Preis, weil es ist hier leider die ganze Zeit heiß. Den Kamelurin trinke ich zu meinem Reis und der Kamelurin ist gelb wie Mais und er behebt meinen Gelenke Verschleiß. Sehr gut. Sehr gut. Du bist ein guter Schüler von Dr. Schäden. Oder es geht weiter. Und dass es hilft, dafür gibt es keinen Beweis. Dr. Schäden. Bruder, hast du gehört? Wir sind die Buchradio Muslim. Bruder, guck mal, den letzten Satz. Du hast dich gehört, den letzten Satz. Und dass der hilft, dafür gibt es keinen Beweis. Okay, jetzt haben wir jetzt den Reiter. Und dann kriegst du rechtlichen Reis. Besser, hast du auch einen Verschleiß? Schreckliche Stimmen, schreckliche Melodie, schrecklicher Gesang. Alles schrecklich. Was? Er macht den dieser Molin. Schreckliche Gesang. Man hört dich nicht, Schäden. Hörst du mich? Jetzt. Ja, das war sehr, sehr schrecklich. Der ganze Gesang, die Stimme. Das musst du auf CD pressen. Auf CD pressen, haben wir verkauft. Auf CD pressen, verkaufen, ab auf Spotify. zwei. Melorin für alle hier, wer will, der hat noch nicht den Krieg von mir. Melorin den ganzen Tag, der dir verpasst einen richtigen Schlag. schrecklich. Der war gut, ne? Ja, Mann. Wunderschöne, wunderschöne, wunderschöne Lyrics, wunderschöne Lyrics. Das sind Lyrics aus dem tiefsten, der tiefsten. Heute Nacht werde ich besser schlafen. Lyrics aus dem tiefsten Kamel. Als gute Nacht, Lieder für Kinder. Amir, machen wir zu dem fest. Oder schrecklich, wenn die Kinder hier spinatlich sind. Leser, Leser, ich komme abends live, bevor wir alle schlafen gehen. Und dann singe ich euch nur Lieder, damit ihr einschläft. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, das ist einfach. Leser, das wäre heftig, das wäre so heftig. Da kommt Dr. Schäfer, abon wir live und singen nur gute Nacht Lieder für die ganzen Leute hier. Amir. Wenn die Leute das alle laut machen so nachts. diese Lieder. Die kriegen Albträume vom Feinsten. Die denken über Freddy Krüger und Chucky die Mörderpumpe ist gerade am Kommen. Der Anti-Azarn Ruf. Anti-Azarn Ruf. Willst du dich einen Adan machen, Amir? Ja, ich würde gerne mal so ein Lied für den Herren zu komponieren. Aber so schön, nicht so Rap, sondern einfach so gesagt. Mach doch. Ja, könnt du mal machen. Ich habe vor loben. war das kamel urin aus dem tiefsten des kamils das kamel zu essen das kamel sollen wir nicht in uns aufnehmen warum weil das kamel ein nachtragendes tier ist dieses tier kann sich irgendwas merken über jahre und es ist nachtragend so dass es sich trotzdem nach jahren sich immer noch erinnert und ich dann weiß oder tritt ja aber das kamel ist im charakter nachtragend also verzeiht nicht was trägt dieses in sich deswegen heißt es ja im wort gottes man soll das kamel nicht aufnehmen also kamel sind unrein das heißt also wir sollen nicht so einen charakterzug in uns aufnehmen wenn wir schon so ein charakterzug haben sollen wir uns davon frei machen wir sollen nur das urin aufnehmen der herr hat ja die tiere eben mit ihren speziellen charaktereigenschaften erschaffen um uns eben eine lektion zu geben wie wir nicht sein sollen oder eben wie wir sein sollen zum beispiel hat der herr das tier den strauß erschaffen eben mit einem riesen körper und aber ein kleines gehirn ja der körper ist schön gewachsen aber das gehirn ist klein und das tier passt auch gar nicht so richtig auf die eier auf es ist so dumm dass es sich so hin und her reizen lässt und dann kommen die räuber und fressen ihre eier und das ist eben die charaktereigenschaft einer frau die dumm ist und nicht auf ihre kinder aufpasst und mit dingen des lebens beschäftigt ist und abgelenkt ist und sich nicht um die kinder kümmert deswegen sollen wir den strauß nicht in uns aufnehmen weil eben dann der geist ist klein das gehirn ist eingeschrumpft und der körper ist aber gewachsen das sind eben die tiere und die weisheiten dahinter warum gott sie so erschaffen hat mit ihrer eigenschaften und ihre charaktereigenschaften vor allem in ihrer physiologischen beschaffenheit es hat alles eine weisheit dahinter deswegen sollte man eine studie unternehmen mit den ganzen tieren in der bibel warum der herr sagt das weißt du noch wo wir bei roger lini waren weil sein vortrag und er und du etwas gesagt hast wo du das gehört hat und er dich nach vorne gebeten hat wo er gesagt hat erzähl das den leuten dein vergleich der war sehr erstaunt von deinem vergleich was du gesagt hast erinnert du dich noch mit dem nil fährt erklärme das die leute habt ihr das nicht aufgenommen nein der der roger lini hat sofort mein bruder nach vorne gebeten meinte komm hier nach vorne erzählen leute schade schade dass es nicht aufgenommen hat ja ja mein bruder hat sofort gemerkt wenn mein bruder ist die vergleiche sein sein habt ihr kontakt zu ihm persönlichen nein wir waren einfach bei ihm beim erst beim vortrag damals damals das war sechs sieben jahren oder was keine ahnung und da hat der roger lini dann saß mein bruder da vorne so und dann hat mein bruder etwas gesagt und hat der roger lini gesagt komm mal hier hatte den puls freigeräumt für meinem bruder was für eine ehre das ist dieses tier was im wasser lebt das ist der sogenannte der wendogung genannt das ist ein sehr friedliches tier fischartiges tier ist aber ein säugetier und aus seinen also die werden in der bibel seekühe genannt die leben in florida und in ägypten und die sind sehr sehr friedlich aber sie haben auch keine gestalt die sehen aus wie würstchen wie eine riesenwurst mit einer flosse dran aber die sind sehr sehr friedlich und man kann mit der tauchen und man kann die auch umarmen die umarmen dich auch und schwimmen mit dir wirklich sehr sehr süße schöne tiere eigentlich seekühe die werden auch durungs genannt und wir lesen ja eben dass die stiftshütte mit der haut der seh mit der haut der durungs eben bedeckt wurde und das ist eben ein bild auf den herrn jesus christus das geben durch seinen tod die stiftshütte bedeckt wurde und dass man ihm nicht geachtet hat ja der roger liebi hat ja diesen vergleich gezogen anhand dieser tierwelt und so ne da hast du das dann erwähnt gehabt ne das war das ne der sah ja genau heftig ja die leute waren erstaunt in dem moment ne dass man da drauf kommt wie bist du da drauf gekommen das ist heftig seekühe waren eigentlich überhaupt nichts geachtet also das sind so wie dreck für die letzten tiere auf erden und aber seine haut hat die stiftshütte bedeckt und wenn jemand von außen die stiftshütte gesehen hätte hätte er gesagt was für ein armes schrottding wie hässlich so mit diesem seekühe fell also voll arm der kann sich nicht was richtiges leisten aber innen drin die stiftshütte nach außen war die stiftshütte eben für die für die menschen die das nicht geschätzt haben oder nicht verstanden haben sah aus wie so ein armes wertloses zelt und aber was da drin los war nämlich die ganzen goldenen goldenen altar und so weiter und so fort der sieben arm leuchtet aus gold alles gold und wertvolle dinge waren versteckt nicht für das auge sondern für diejenigen die da rein gingen die wussten was da drin ist wie schätze also nach außen hin wertlos nach innen voll wert und das ist eben ein bild auf die welt die eben den herrn jesus christus also den wertlos erachtet aber wenn die menschen sich bekehren wenn sie den heiligen geist empfangen dann sehen sie es was für schätze sich im herrn jesus christus befindet das sind jetzt daher 53 was da steht das verachtet war und das nichts geachtet wertlos erachtet das sind diese ganzen weisheit in den tieren der bibel leser bruder kannst du was zum lesen empfehlen was sowas ähnliches wie eine erklärung zur bibel es gibt viel literatur ich empfehle eigentlich gar kein mensch mehr also am besten nur selber lesen und den herrn bitten dass der herr jesus euch die schrift öffnet und euch erkenntnis schenkt ja das mache ich sowieso nur seit ich christ geworden bin ich lasse mir nie wieder in mein glauben so rein quatschen wie vorher wo ich moslem war dass ich immer nur auf imame und schiuch gehört habe die ganze zeit die mich belügen ich will es immer nur noch selber jetzt ich habe früher immer den roger liebi empfohlen oder ein eber so ist aber das mache ich heute nicht mehr weil diese herrschaften hingegangen sind und weltliche dinge von sich gegeben haben seitdem die das getan haben habe ich die nicht mehr empfohlen obwohl ich die früher sehr empfohlen habe trotzdem ist das nicht schlecht immer noch das was der roger liebi da macht mit der bibel und so was die auslegung ist schon gut deswegen sage ich wenn ihr schon roger liebi auslegung der bibel hört oder liest sobald er anfängt über die welt zu reden seine meinung und seine weisheit über die welt da muss er einfach vorspulen oder vorblättern bis er wieder zu der bibel zurückkehrt weil diese weltliche sache was er von sich gibt dass es gibt das ist einfach nicht deine meinung ja das ist ein weltliches weltliche sicht also mit einem weltlichen geist die welt zu erklären und die nähe der welt und das geht nicht das ist wiederum gift aber sonst wenn er die bibel auslegt und so weiter ist das schon alles ganz gut ja ich fand das auch ganz gut selber lesen selber lesen und den herrn jesus bitten der herr wird euch die schrift öffnen es dauert nur länger ja klar wenn ihr von jemandem lernt der schon jahrelang so da angesessen hat an bestimmten dingen dann nehmt ihr einfach seine seine sachen an die er selber herausgefunden hat dass er zeit viel kostet dann könnt ihr natürlich viel zeit sparen aber diese gifte da mit reinkommt von ihren eigenen gedanken von dem eigenen fleisch das ist das problem was wir haben da muss man immer gut auseinander halten wie man sagt ich habe mich guck mal ich habe mich an letzter zeit die bibel habe ich ja komplett durch ich habe mich daran hingehockt apokryphen schriften zu lesen zum beispiel den nikodemus evangelium was sagst du zu sowas ja wie so ein roman wenn du dich interessiert für den inhalt einfach so wie wenn du dich interessiert für einen buch wie man ein auto repariert wie man ein auto repariert wenn du das so ist es in ordnung aber wenn du das liest um das aus gottes wortsicht das ist falsch weil die apokryphen sind nicht von gott inspiriert ja ich weiß schon aber die kunden zum beispiel steht ja auch drin dass nikodemus einer der pharisäer war die wo ja auch dinge loyal gegenüber christus waren deswegen habe ich mir gesagt komm ich lese das mal durch dieses nikodemus ding und dort in dem nikodemus evangelium sieht man quasi die andere seite der sicht von den parisäern du siehst das erzählt von parisäern sicht aus verstehst du also wie gesagt aus allgemeinbildung ja ja aber wie gesagt wenn du weil diese schriften nicht von gott eingehauft sind ja kannst du dann verführt werden kannst du auf eine falsche fährte gelockt werden geistig gesehen weil diese schriften eben vom feind sind vom satan ja bruder ich lese die dinge guck mal hätte ich zum beispiel syrisches kindheitsevangelium nicht gelesen also kannst du lesen als allgemeinbildung ja krass ich gebe beispiel wenn ich das syrische kindheitsevangelium zum beispiel nicht angefangen hätte zu lesen wäre ich niemals darauf gekommen zum beispiel dass das sich im koran befindet verstehst du weil da sind ja sachen vom syrischen kindheitsevangelium im koran hätte ich nicht angefangen das syrische kindheitsevangelium zu lesen dann hätte ich niemals entdeckt sachen wie zum beispiel jesus haucht in einen vogel aus tone leben ein oder solche sachen ja genau weil die befinden die sind ja von dort raus in den koran reingenommen wurden das ist krass ja genau wie ich das meine ja genau wie ich das meine ja genau wie ich das meine das ist krass ja wie gesagt aus allgemeinbildung kannst du die lesen aber nicht daraus jetzt zu entnehmen dass das wort gottes ist ja klar das versteht sich von selbst aber einmal die bibel gelesen zu haben ist also wie einmal ins fitnessstudio gegangen sein ja einmal sollte man schon die bibel gelesen also ein tag oder eine woche ja also mindestens einmal im jahr das ja einmal im jahr sollte man die bibel einmal durch haben pro jahr wenn nicht sogar zweimal und dann wieder von vorne und die erkenntnis fest so sieht es aus hast du selber mal gelesen weißt du mich ja hast du dich mal an diese apokryphen texte mal hingehaut nein nur ganz ganz sporadisch nein nein nicht ganz weil sobald ich weiß dass das nicht dass das wort gottes ist verliehe ich sofort das Interesse mit allem im Leben man kann sich natürlich in der Literatur komplett verlieren weil man einfach interessiert ist an allem möglichen Müll was auf der Erde ist jetzt sollte man das wort gottes an der erste stelle stehen und dann wenn man ein bisschen Zeit findet dann halt den restlichen Müll Amen na so gehe ich auch vor ist auch das richtige so Lass uns mal den Herrn Jesus Christus selber hören was der Lohn der Nachfolge ist pass mal auf danach wurden Kinder zu Jesus gebracht er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten aber die Jünger wiesen sie barf ab da sagte Jesus lass die Kinder zu mir kommen hindern sie nicht daran denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich Amen und er legte den Kindern die Hände auf dann zog er weiter ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn Meister was muss ich tun um das ewige Leben zu bekommen warum fragst du mich nach dem was gut ist entgegnete Jesus du weißt doch gut ist nur einer wenn du den Weg gehen willst der zum Leben führt dann halte die Gebote welche Gebote fragte der Mann Jesus antwortete du sollst kein Mord begehen du sollst nicht die Ehe brechen du sollst nicht stehlen du sollst keine falsche Aussage machen ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst alle diese Gebote habe ich bevor erwiderte der junge Mann was fehlt mir noch Jesus antwortete wenn du vollkommen sein willst geh verkaufe alles was du hast und gib den Armen den Erlös und du wirst einen Schatz im Himmel haben dann komm und folge mir nach als der junge Mann das hörte ging er traurig weg der war reich denn er hatte ein großes Vermögen der ist reich gewesen er wollte dein Besitz nicht weggeben da sagte Jesus zu seinen Jüngern ich versichere euch für einen Reichen ist es schwer in das Himmelreich zu kommen um es noch deutlicher zu sagen eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt als die Jünger das hörten waren sie zutiefst bestürzt und fragten wer kann denn überhaupt gerettet werden Jesus sah sie an und sagte bei den Menschen ist das unnötig aber für Gott ist alles möglich daraufhin sagte Petrus zu Jesus weißt wir haben alles zurückgelassen und sind dir nackt was werden wir dafür bekommen Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt wahrlich ich sage euch wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt werdet auch ihr die mir nachgefolgt seid auf 12 Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israel jetzt richten und jeder der um ein 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 oder alles hat wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten aber viele die jetzt die ersten sind werden dann die letzten sein und viele die jetzt die letzten sind werden dann die ersten werden dann die ersten denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer der sich früh am Morgen aufmachte um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar dann schickte er sie in seinen Weinberg gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen er sagte zu ihnen dann geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten ich werde euch dafür geben was recht ist da gingen sie an die Arbeit um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein er sagte als er gegen 5 Uhr ein letztes mal zum Marktplatz ging er fragte sie Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Jetzt hat jetzt niemand eingeführt, antworteten sie. Das sagte er zu ihnen. Geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten? Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fangen wir den letzten an und hör bei dem ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen den Namen. Als nun die ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder nur einen den Namen. Da bekehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese Männer, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Sagten sie. Und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet. Und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen. Damit tue ich dir aber kein Unrecht, mein Freund. Hattest du dich mit mir nicht auf einen den Namen geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf? Ich komme gleich wieder. Räser, Bruder, da fragt dich jemand wieder. Wo hat Roger Libby falsche Dinge, Ansichten? Was die Welt betrifft. Hat einer in den Kommentaren gefragt. Ja, weil der Mann weltliche Sachen von sich gibt. Was einen dazu bringt, was einen dazu bringt, dass der Mann eben nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, sondern auch lehrt aus seinem eigenen Fleisch und aus seinem eigenen Geist. Das heißt, er ist teilhaftig. Das habe ich herausgefunden, als er eben gesagt hat, dass man wählen darf. Und dass im AfD gibt es schlechte Sachen, gute Sachen. Und so etwas hat er von sich gegeben. Und da eben hat er sich verraten, dass er einen weltlichen Geist hat. Und dass er der Welt noch nicht abgestorben ist. Dass er eben die Welt noch lieb hat. Und außerdem hat er im Vortrag gesagt, in diesem E-Mail, hat er doch gesagt, dass die Schweizer linke Obrigkeit, also die sozialistische Obrigkeit, also die linkssoziale Obrigkeit, das Problem sind für die Schweiz. Also nicht das Schweizer Sündervolk ist das Problem für die Schweiz, sondern die linke Obrigkeit. Und wenn man die linke Obrigkeit beseitigen würde, durch ein bisschen rechtsliberale, rechtskonservative Politiker, dann würde die Schweiz gut gehen. Und als er das gesagt hat, dann war es für mich vorbei. Was denn? Also Libi? Ja, genau. Das Problem für die Schweiz, ami, hat er gesagt, ist die linke Obrigkeit, die linksgrüne Obrigkeit. Da fängt das an, siehst du, genau wie Marmari. Er ist sehr gut in seiner Predigt und er predigt auch gut das Wort, aber dann auf einmal kommt zwischendurch auf einmal sowas. Was ist das? Ja, das ist das Problem. Und wie erst Johannesbrief, eben sagt Apostel von Johannes, wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und AfD ist eine weltliche Partei. Reza, Bruder, ist das problematisch, wenn ich zum Beispiel bei Streams, egal ob AfD, SPD oder was weiß ich was, wenn ich dort hingehen würde und über Islam aufklären würde, ist das problematisch? Nein, du kannst aufklären, über alles. Du kannst über den Islam aufklären, du kannst den Leuten erklären, wie satanisch eben... Okay. Aber der Herr hat ja die Obrigkeit eben eingesetzt. Ja, alle Obrigkeit sind vom Herrn eingesetzt. Römer 13. Genau, alle Obrigkeit sind vom Herrn Jesus eingesetzt. Und im Buch Daniel sagt er, der Herr, ich setze Könige ein und ich setze Könige ab. Nicht die Menschen und auch nicht ein Roger Lieb. Genau, genau das Argument bringe ich auch immer, um zu zeigen, dass man Dinge, weil Christus gesagt hat, dass mein Reich ist nicht von dieser Welt, gerade weil er solche Dinge gesagt hat, dass diese Trennung von Staat und Kirche funktioniert, weil Christus sein Reich nicht von dieser Welt ist. Im Gegensatz zur muslimischen Theologie jetzt zum Beispiel. Ja, Mohammed war ja selbst ein Feldherr. Genau. Das ist genau das Gegenteil. Warum? Weil der Islam eine weltliche Religion ist. Das fühlt sich hier heimisch. Deswegen kämpfen die Muslime, um wo ein Paradies zu errichten? Wie auf Erden, ja. Wie auf Erden. Das ist eine weltliche Religion für eine weltliche... für die Welt. Wofür kämpft die AfD? Für das Himmelreich? Was will die AfD? Was will sie ändern? Das Himmelreich? Kämpft die AfD für das Himmelreich? Nee, AfD will einfach ihre eigenen Leute nur halt. Nein, ich meine, die wollen hier auf der Welt es gut, sich gut gehen lassen. Sie sind weltlich. Sie sind von der Welt. Wir aber sind nicht von der Welt. Also mit wir meine ich wir wahrhaftigen Wiedergeborenen, die der Herr Jesus aus der Welt herausberufen hat. Na ja, die Ansicht vertrete ich auch. Egal was, auch wenn die AfD an die Macht kommen würde und so etc. Trotzdem ist das nicht von Dauer. Das, was Christus vorher gesagt hat, wird trotzdem eintreffen. Genau. Nicht die Menschen verhelfen AfD an die Macht, sondern der Herr. Wenn er der Meinung ist, dass das so sein muss. Genau so sieht es aus. Und wir ordnen uns unter. Ob jetzt ein AfD oder linksgrüne Politik, Politik oder was weiß ich, eine rechtskonservative Politik. Es ist uns egal, weil wir nicht von der Welt sind. Wir haben unsere Aufgabe, das Evangelium in die Welt zu tragen. Licht zu sein für die Welt. Und nicht Politiker zu sein. Oder Politik zu unterstützen. Eine Politik, die weltlich ist. Selbst wenn es Politiker gehen mit Bürgern. Unser Bürgerrecht ist im? Himmel. Und wo wir auch den Herrn Jesus erwarten. Wo sollen wir uns Schätze sammeln? Im Himmel. Damit ist alles gesagt. Aber das ist das Problem. All die weltlich und geistig. Ja, deswegen sollte jeder von uns sich eingestehen oder sich selbst mal fragen, was möchte ich? Bin ich ein Erd? Ist mein Bürgerrecht hier auf der Erde oder ist mein Bürgerrecht im Himmel? Was sagt mein Herr? Ich habe ja einen Herren über mir. Das Heftige war ja auch, als der Roger Liby da eingeladen war, bei der Polizeigewerkschaft. Amir, Polizeigewerkschaft, christliche Polizeigewerkschaft. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ein sehr guter Job, was ihr habt da. Ihr habt einen sehr verantwortungsvollen Job. Ihr müsst das mit viel, viel Verantwortung und Gewissenhaftigkeit diesen Job ausführen. Ja, und ich hätte gesagt, ja, genau. Wenn der Befehl ergeht von Obrigkeit, jetzt auf die Mengen mit Klüppel einzuschlagen, dann macht das aber nicht so festschlagen. Schlagt so ein bisschen auf den Hals, aber nicht auf den Kopf. Oder wenn der Befehl ergeht, die Menge über den Haufen zu schießen. Was dann? Da hast du Schießbefehl. Da kannst du nicht sagen, nein, möchte ich nicht. Also was denn? Die Polizisten tragen Waffe. Das heißt, bei jeder Sache, wo die sich dann, was weiß ich, wo sie sich in Gefahr sehen, da könnt ihr dann die Knarre nehmen und jemanden erschießen. Wir haben nicht den Auftrag, jemanden zu ermorden, sondern ihm das Evangelium zu verkünden. Christliche Polizeigewerkschaft. Anstatt, dass der Roger Levy denen gesagt hätte, was tut ihr da? Ihr müsst von neuem geboren werden, ihr müsst die Waffen zur Seite tun. Und raus aus der Polizei. Raus aus dem Militär. Raus aus dem Staat. Die Obrigkeit. Wir haben mit der Obrigkeit nichts zu tun. Nein, ihr habt einen super Job. Wenn ihr auf die Leute schießt, dann schießt nur auf die Knie. Oder schießt schnell in den Kopf, damit die nicht leiden, Amir. Damit die so wenig wie möglich leiden, die armen Menschen. Weil wir sind Christen, wir dürfen nicht Menschen Leid antun. Hast du bitte direkt Kopfschuss, bitte. So was muss man predigen sonntags bei Roger Levy in seiner Gemeinde. Und da würde er gucken. Da würde er gucken. Da würde die Welt dann nicht mehr begreifen. Da sind einige Fragen an dich, Theresa, im Chat. Aber wie würde die Welt ohne Polizei funktionieren? Du sollst als Christ, als wiedergewohner Christ, sollst du sie heraus aus dieser Matrix und die Obrigkeit Obrigkeit lassen und stolzige Obrigkeit werden. Warum versteht man das nicht? Weil das ist das Problem. Mein Bruder redet einfach und das kommt gar nicht an. Das ist heftig. Das kommt einfach nicht an. Sich mit der Welt eins gemacht zu haben und nicht diese Trennung vollzogen haben. Deswegen versteht man das nicht. Aber deswegen siehst du auch, dass die meisten Staatsdiener auch gar nichts mit Jesus eigentlich zu tun haben. Die leben einfach ihr Leben. 0,0. Die einen auf Christ du, der Trump. Der ist ja auch kein Christ. Das ist auch nur Satansdiener, der die Laudizea verführt. Wie würde eine Welt ohne Polizei funktionieren? Wenn der Herr so eine Welt macht, dann ist das schön. Wenn der Herr aber eine Welt gemacht hat, wo der Polizisten einsetzt, zeltliche Menschen, die eben die Matrix schützen, dann ist das so. Dann hat er das gemacht. Aber wir dürfen uns nicht mit der Welt eins machen. Versteht ihr, wenn der Herr ein Volk von Kananitern zusammenrauft und gegen Israel antanzen lässt und die Israeliten zerbummt, dann hat der Herr das entschieden. Aber wir dürfen nicht die Kananiter sein, die Israel angreifen. Versteht ihr das? Wir haben uns rauszuhalten aus der Welt, aus der Böse. Wenn der Herr aber das Böse benutzt, um jemanden zu züchten, zu bestrafen, dann hat der Herr das entschieden. Aber du darfst nicht das Böse sein, das der Herr benutzt. Verstehst du? Du musst dich rauszuhalten, du musst heilig sein, abgesondert sein. Das ist so, als wenn jemand sagt, ja, guck, da steht im Akten, der Herr hat die Kananiter benutzt, um Israel anzugreifen, um sie zu bestrafen, um sie zu töten. Also gehe ich jetzt nach Palästina, schließe mich den Palästinenser an und töte die Juden. Weil der Herr das im Alten Testament die Kananiter benutzt hat. Ja, so einen Jogi. Dann ist das ja was Gutes. Dann ist das ja was Gutes, wenn man Israel tötet. Ja, da steht ja da. Der Herr benutzt die Kananiter, um Israel zu töten. Also ist das ja gut, Israel zu töten. Richtig? Oder doch nicht richtig? Richtig oder nicht richtig? Es steht ja in der Bibel. Und alles in der Bibel ist ja wahr. Also soll man es machen, richtig? Es war, es ist bestimmt wohl, dass Judas den Herrn verrät. Aber sollen wir Judas werden? Damit die Kreuzigung stattfindet. Sollen wir den Herrn kreuzigen? Ja, die wollen sagen, ja. Lass uns den Herrn kreuzigen, damit er für unsere Sünden stirbt. Lass uns den schnell ans Kreuz nageln. Weil ohne, dass der gekreuzigt wird, können wir nicht gerettet werden. Lass uns die Nägel durch seine Hände hauen. So sind diese Leute. So bösartig. Wenn ich sage, diese Leute haben nicht den Heiligen Geist. Angefangen mit von Roger Liby bis ins kleinste Detail aller Brüdergemeinden. Es ist alles derselbe Brei. Laodizeer. Verdorbene Laodizeer. Die den Geist Gottes nicht haben. Die einen weltlichen Geist empfangen haben. Weil es ihnen zu gut geht. Warum? Warum kommt es kaum zu Wiedergeburt? Nur so Laodizeer-Brei, Gläubige. Warum? Weil es den Menschen nicht ihr zu gut geht. Weil die alles haben. Die haben hier alles. Die haben Sicherheit, Arbeit, Urlaub, alles, was sie brauchen. Warum sollen die in dieser Welt absterben? Wer ist so bekloppt und stirbt eine angenehme Welt ab? Und macht sich selber Probleme? Da muss man doch dumm sein, oder? In der Welt abzustermen, wenn es einem gut geht. So ist diese ganze Brei. Und dann wundern sie sich, warum hat der Herr nur acht Leute errettet von Millionen? Damals in der Sintflut. Warum hat der Herr nur vier Leute errettet von Solomon Gomorra? Zwei Großstädte. Gab es denn nicht fünf Leute, die gerecht waren? Nein, gab es nicht. Alles Schrott. Auch die Gläubigen. Schrott. Die denken Gott, Bekehrung, Himmel, Hölle, ist alles so ein bisschen Larifari. Ein bisschen Anzug anziehen, Krawatte anziehen, sich an die Karten zu stellen, um eine gute Zeit zu haben. Die denken, das ist Wiedergeburt. Das ist mit Gott zu wandeln. Mit dem Allmächtigen Gott zu wandeln. Dann die denken, das ist Bekehrung. Dann ist man ein Mann Gottes. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, was das ist, mit Gott zu wandeln. Wiedergeburt zu sein. Mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein. Null Ahnung. Ich verstehe es nicht, dass Gott zum Beispiel sechs Milliarden Menschen töten wird demnächst. Das verstehen die nicht. Das raffen die nicht. Das raffen die nicht, wenn Gott sagt, so, vollstrecke den Bann an Amalek. Lass niemanden am Leben. Vom Kreis bis zum Baby, schwangere Frauen und ihre Tiere auch noch. Kein Schaf am Leben lassen. Verbrennt noch die ganze Stadt dazu. Zusätzlich. Das verstehen die nicht. Mit was denn Gott wir jetzt zu tun haben. Die denken, das ist alles Larifari. Das ist das, was mich ankotzt. Was wir haben. Du kannst nichts dagegen tun. Was ist das? Du kannst nichts dagegen tun. Der Herr hat das schon in seinen Sendschreiben dargestellt. Ob du dich darüber aufregst oder nicht, das ist alles schon geschrieben. So wie es ist. Du kannst einfach nur sehen, was hier zur Zeit abgeht. Um sich jetzt darüber aufzuringen oder nicht, bringt gar nichts. Wie oft habe ich das erklärt, Damir? Wie oft? Wie oft habe ich erklärt, dass wir nicht von dieser Welt sind? Wir dürfen uns nicht verunreinigen mit der Welt. Und AfD ist Welt. Ja, die meisten haben halt Angst. Das ist diese menschliche Instinkt. Angst, ich weiß nicht was. Das ist diese innere Unruhe, weil sie halt merken, dass die Schlinge um ihren Hals immer fest dazugezogen wird. Verstehst du? Und die meisten denken halt nicht biblisch gesehen, sondern halt so ein bisschen auch noch weltlich gesehen. Das ist das Problem. Natürlich ist das Fleisch. Ich verstehe, dass das Fleisch ist. Natürlich ist das Fleisch. Die Leute wollen hier ein schönes Leben haben hier auf der Erde. Natürlich weiß ich, dass das Fleisch ist. Aber da müssen sie zugeben. Da müssen sie sagen, wenn sie wiedergewohnt werden. Aber wir müssen sagen, du hast recht, aber ich bin so schwach. Ich bin ein Sünder. Ich will es nicht. Aber ich schaffe es nicht. Ich gehe zu Ohne und mache das Kreuz da. Bei AfD, ich will, ich weiß, dass das Sünde ist, aber ich schaffe es nicht. Ich bin schwach. Das wäre wieder was anderes. Das heißt, du erkennst es, dass du da gerade sündigst. Du erkennst es, dass du gerade weltlich bist. Du erkennst es, dass du nicht auf Gott vertraust. Dass du dein Vertrauen auf Menschen setzt, dass die dich retten. Obwohl das die größte Beleidigung ist für Gott. Dass du auf Menschen vertraust. Da musst du mir sagen, ich will es nicht reden, aber ich schaffe es nicht. Ich weiß, dass das Sünde ist. Aber nein, das sagen die nicht. Aber die sagen, das ist keine Sünde, das ist gut so. Das heißt, die haben kein Sündenserkenntnis. Die haben kein Sündenserkenntnis. Wo ist denn der Heilige Geist in ihnen, der ihnen sagt, dass das fältig ist? Moment, halt dich raus. Halt dich raus. Dich nicht verunreinigen mit sowas. Du bist der Welt abgestorben. Wieso gehst du wieder zurück? Wieso verunreinigst du dich wieder mit der Welt? Und die denken, wenn hier demnächst alles zusammen berichtet, dann waren das die Ausländer. Die rafften das ja nicht, dass Gott dem Satan das alles übergibt, damit er das alles kaputt macht. Das ist wegen dem Zorn Gottes über diese Welt. Das hat nichts mit den Ausländern oder muslimischen Einwanderern zu tun. Sondern Gott steht hinter dieser Sachen. Gott will strafen bald die Menschen. Und es ist noch Gnade. Es ist rein Gnade vom Herrn, dass er noch das Ganze zurückhält, noch ein paar Tage, ein paar Monate. Ich weiß nicht, wann das hier alles zusammenbricht. Aber es wird zusammenbrechen. Nur ich weiß nicht wann. Das ist alles nur Gnade. Wir können jeden Tag danken, Herr, dass wir noch einen Tag ohne Verfolgung, Mord und Totschlag dein Wort verkündigen können und dich anbeten dürfen. Das ist reine Gnade. Und die Leute leben hier, als ob es hier so ganz normal weitergeht. So ganz lockeres, easy Leben hier in Europa oder was weiß ich wo, in den westlichen Ländern. Verstehen das nicht, dass das Verderben vor der Tür ist. Jede Sekunde kann es losgehen. Erstmal mit der Entrückung und dann sprechen die ganzen apokalyptischen Gerichte aus über die Menschheit. Aber das hat der Roger Libidei-Polizisten nicht gesagt. Der hat die sogar bestätigt, dass sie eine Waffe tragen auf Leute schießen. Er hat die bestätigt, dass sie Mörder sind. Dass das gut ist, Mörder zu sein. Haben wir den Auftrag vom Herrn Jesus bekommen, auf Menschen zu schießen oder den Menschen das Evangelium verkünden, damit er errettet wird? Was haben wir für einen Auftrag gehabt? Evangelium zu verkünden. Ach, nicht schießen auf Menschen? Absolut nicht. Aber der Herr Jesus hat doch sehr oft gesagt in der Bibel, nehmt die Knarre, werdet Polizisten und erschießt die anderen Menschen. Verkündet ihnen nicht das Evangelium. Ja, er hat das sehr oft gewählt, er hat das sehr oft gewählt, den Paulus 13 gesagt. Der erste Paulus 13, hat doch der, hat doch die, ihre Jesus Christus von Roger Libidei, hat er das doch gesagt. Man soll Polizisten werden auf Leute schießen. Stefanus, Stefanus hat doch Kalaschnikow genommen und alle Leute erschossen, die ihn steinigen wollten an mir. Apostelgeschichte 7. Stefanus ist mit Knarre herumgelaufen und hat gesagt, wer mir was tun will, wer mir an die Wäsche will, den gebe ich sofort Kopfschuss. Und hat sofort beide Kalaschnikows gezogen. Wie Joe und Rambo. Wie Rambo. Und hat die ganzen Leute... Ja, Stefanus Rambo. Teil 3. Ich weiß, worauf du hinaus willst, du musst das den Leuten auch sagen, die sollen halt aus dieser Matrix rauskommen und nicht ihre, ihr Vertrauen und ihre, ihr, ihre, wie nennt man das, ja. Ja, das Vertrauen einfach auf Menschen ins Ganzen zu setzen, sondern Gott hat alles unter Kontrolle, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Wir haben den Auftrag vom Herrn Jesus, das Evangelium zu verkünden, aufzuklären, Finsternis aufzudecken. Und wenn es sein muss, dann gehen wir für den Herrn Jesus Christus sterben. Der Christus ist unser Leben und Sterben ein Gewinn. Philippa 1,21. Wir müssen das Wort ja auch verinnerlichen, oder nicht? Genau so sieht es aus. Amen. Amen. Amen oder nicht eine Bibel? Amen. Anna, Anna hat was falsch verstanden. Bruder Reza, guck mal Anna, du hast was falsch verstanden. Reza sagt nicht, als könnte ein Mensch ohne Fehler und ohne Sünde sein. Du hast was falsch verstanden da. Weil sie schreibt, Reza, du tust so, als könnte ein Mensch ohne Fehler und Sünde sein. Du hast das falsch verstanden. Nein, ich verstehe das einfach nicht. Ja, das ist das Problem. Mein Bruder will einfach, dass wir nicht unser Verstoß durch Reza. Siehst du, der Reza war zu heftig. Er sagt, du hast uns einen Verstoß gegeben. Wahnsinn. Mein Bruder war zu heftig für TikTok. Muss ja wieder runter und rauf, gell. Ja, der hat die ganzen Wörter gesagt, ne, mit Garten. Ja, ja, ja. Lass dich auch raus. Genau. Ich bin dankbar für Libi, dass er vieles der Bibel erklärt. Ja, sollst du auch sein, kannst du ja auch sein. Ist ja nicht verboten. Er hat ja nichts anderes gesagt. Mein Bruder hat ja auch gerade ihm gesagt, es ist gar kein Problem, Roger Libi zuzuhören und von ihm sehr viel zu lernen, weil er hat auch ein großes Wissen. Das ist gar kein Thema. Aber wenn er auf einmal anfängt, über weltliche Instanzen und sowas zu reden, dann sollte man das Gute behalten und das Schlechte verwerben. So ist immer das Prinzip. Weil es gibt nicht Menschen, die perfekt sind. Versteht ihr das nicht? Das ist das Problem. Ich bin auch nicht perfekt. Ich bin nicht ein perfekter Mensch. Ich bin auch Fehler. Das Gute, was Dr. Scheer Aboami sagt, behalte ich. Und das, was er so negativ ist, sagt, das verwerfe ich. Ganz einfach ist das. Das sollte immer das Prinzip sein. Ihr könnt doch nicht blind mir auch vertrauen. Und deswegen rufe ich euch immer wieder dazu auf, prüft die Sachen. Prüft das, was ich euch sage. Genau zu den Muslimen. Muslime, guckt hier, was ich euch zeige. Ich rede nicht aus mir selber. Ich zitiere eure Gelehrten. Ich zitiere den Koran. Ich zitiere Mohammed. Versteht ihr? Genau. Und ihr sollt mir nicht vertrauen. Jedes Mal sage ich das. Aus Ehrlichkeit heraus. Weil ich bin ja auch noch ein Mensch. Ich könnte ja auch hier und da Fehler machen. Deswegen prüft das, was die Leute euch sagen. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen. So sieht es aus. Ja, wir können uns alles anhören. Alles. Selbst diese komischsten Leute. Aber sobald man merkt, dass da irgendwas nicht stimmt, dann verwerfen. Einfach verwerfen. Brauchen wir nicht dann. Das Gute, dass er gesagt hat, behält man und das Schlechte dann wird verworfen. Wir müssen ein wenig auch Geistesunterscheidungen drauf haben. Nein, wir müssen uns ja auch anhören, dass Jesus Christus nicht Gott wäre und so. Müssen wir das jetzt deswegen annehmen. Nein, natürlich nicht. Das kommt dann auch noch. Wir haben also innerhalb der Christenheit selbst Leute, die die Götter des Herrn Jesus leugnen. Das musst du dir mal geben. Bloß weil du ein Ohr hast, heißt das nicht, dass du alles, was deine Ohren aufnehmen, auch speichern musst. Genau so sieht es aus. Nicht so wie Mohammed, der das Ohr genannt worden ist und alles, was er gehört hat, einfach genommen hat. Ja, genau, 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 das Ohr. Sein Spitzname war das Ohr. Sein Spitzname war das Ohr. Ja, nicht einfach alles, was gesagt wurde, ist einfach als Wahrheit übernommen. Ja, also nicht falsch verstehen. Ihr Leute, wenn ihr euch doch schon selber wiedergeboren nennt oder dem Herrn Jesus Christus folgt, dann kann man ja nicht der Welt und Jesus Christus dienen. Er selber sagt es auch. Entweder ihr dient dem einen und verlässt den anderen oder ihr verlässt den anderen und dient dem anderen. Also, du kannst nicht Marmon und Dings dienen dem Herrn, das geht ja nicht. Du kannst nicht der Welt angehören und Jesus, das geht nicht. Daher sollten wir die ganzen weltlichen Instanzen beiseite lassen und dem Herrn nachfolgen. Unser Kreuz auf uns nehmen. Guck mal, Armin, Kosinus steht eine Frage. Und zwar, der Obrigkeit unterordnen, aber Gesetze und Pflichten, die weltlich sind, nicht einhalten, geht ja auch gar nicht. Solange die Obrigkeit nicht gegen dein Glauben ist und die dich zum Verkündigen aufhalten, sollst du dich immer unterordnen. Verstehst du, aber die Verkündigung geht vor. Der Apostel Paulus hat ja auch die ganze Zeit in Rom, wo er unter Todesdrohungen gesagt wurde, dass er es nicht machen soll, oder hat er es getan. Er wurde die ganze Zeit in das Gefängnis geschmissen, weil er verkündigt hat. Verstehst du, dann sollte man nicht drauf hören, weil Gottes Wort vorgeht. Aber nicht in Gewaltbereitschaft, so wie die Muslime das machen, sondern in der Verkündigung. Falls du dich fragst, Kosinus, du hast ja Ed Sheik geschrieben gehabt. Falls du dich fragst, warum ich nicht auf solche Fragen antworte. Ich bin seit zwei Jahren jetzt Christ. Und an Fragen, wo ich die Antworten nicht zu 100% kenne, die antworte ich dann auch nicht. Verstehst du, nimm das mir nicht übel. Ich bin erst seit zwei Jahren, ich lerne erst quasi, weißt. Wenn ich eine Antwort nicht zu 100% weiß, dann antworte ich erst gar nicht. Bevor ich falsche Informationen gebe, gebe ich lieber gar keine Informationen. Genau, du erhältst auch das doppelt und dreifache Strafmaß, wenn du falsch lehrst. Für Islam kannst du mich fragen. Da war ich quasi muslimisch mit den Schriften, da habe ich mich auch über 30 Jahre. Da kann ich reden, aber mit Bibel habe ich mich nicht 30 Jahre auseinandergesetzt. Wenn ich da mich, ich bin erst zwei Jahre, wie gesagt. Wenn ich noch ein bisschen weiter, ein bisschen mehr, ein paar Sachen kann ich schon richtig gut beantworten. Da macht mir auch keiner was vor. Aber so viel, so viel, niemand ist mit Allwissen gesegnet halt. Ja, in der Gottheit des Herrn Jesus Christus müssten wir alle das so mehr oder weniger drauf haben. Man muss sich Gedanken, wer ist der Jesus? Was hat er gesagt über sich selber? Genau das ist das, worauf ich mich fokussiere. Auf die Gottheit von Christus. Das ist das Erste, worauf ich mich gerade fokussiere, dass ich das komplett verteidigen kann. Das ist für mich, Fokus habe ich nur auf das, als Kapitel 1 quasi bei mir in meinem Christentum, dass ich das verteidigen kann. Ich fokussiere mich nur auf das, dass ich dort keine Löcher lasse. Und dann gehe ich zu den anderen Dingern rüber. Weil wenn die, wenn das, sagen wir mal ehrlich, wenn das fällt, dann fällt damit auch das Christentum. Deswegen fokussiere ich mich auch zu 100 Prozent, zuerst Kapitel 1, auf das, das zu verteidigen. Das ist für mich das, in erster Punkt, allerwichtigste, das ist, danach gehe ich auf die anderen Sachen über. Ich meine, wo würde ich landen mit meinem eigenen Glauben, wenn ich meinen eigenen Glauben, also meine Gottheit Christus nicht verteidigen könnte? Das würde bedeuten, ich wäre einer von diesen Muslimen, die, wo du fragst, was ist Allah und die wissen das nicht. Im Endeffekt wäre ich dann auf diesem Level. Und genau das mache ich nicht. Wir sind alle Sünder, aber keiner topt Mohammed. Ja. Ja, Mohammed hat von seinem Gott die lizenzierte, also die Lizenz bekommen zum ewigen Sündigen. Das ist heftig. Während der David um Vergebung gebeten hat und geweiht hat, zu Gott geschrien hat und Gott ihn gestraft hat, was für Sachen er getan hat, sagt der Allah, geh, mach Mohammed, kein Problem. Ich habe es dir erlaubt. Du hast die Lizenz, so viel zu machen, wie du willst. Ja, er hat diplomatische Immunität. Er hat diplomatische Immunität, da hat es der Lizenz gesagt. Carlos, richtig, der Carlos. Er hat diplomatische Immunität. Er ist wie ein Politiker. Du siehst, die Politiker kann man nicht zur Rechenschaft ziehen, obwohl sie diese falschen Aussagen treffen. Obwohl sie dieses Land quasi demolieren. Eigentlich müsste man sie vor ein Gericht stellen und sie dementsprechend dann hinter Gittern bringen. Aber sie genießen Immunität. Und so auch Mohammed, der steht über dem Gesetz. So wie die Politiker. Genau. Stimmt. Denn so viel vom Koran ist ja auch wirklich so gebaut. Guck mal, was da Sachen drinstehen. Sachen wie, Mohammed hat Gäste zu Hause und er schämt sich denen zu sagen, dass die nach Hause gehen sollen. Damit kann die ganze Menschheit nichts anfangen, außer nur Mohammed. Ja, das ist für die ganzen Menschen, dieser Vers im Koran ist für die ganzen, ganzen Muslime nutzlos. Weil es gibt keinen Mohammed mehr, wer lebt. Er ist tot. Und da steht drinnen, wie Allah die auffordert, seine Wohnung zu verlassen. Ja toll, was bringt das jetzt dem Muslim? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Genauso wie die ganzen anderen Befehle, die nur für Mohammed sind. Im Endeffekt ist das Buch ein Ding für Mohammed. Wie so zugeschnitten auf Mohammed, seine Bedürfnisse und was er befriedigen möchte. Das ganze Buch ist eigentlich nur so zugeschnitten. Wieso kommt bester Mensch bei Google Mohammed raus? Das ist doch krass. Ja, du siehst ja, wie heftig das ist, ne? Ich weiß, warum das so ist. Wenn der beste Mensch ist, dann ist Jesus eindeutig Gott. Ich weiß, warum das so ist. Da hat jemand ein Buch geschrieben, die 100 einflussreichsten Personen der Menschheit. Und dort hat dieser Autor auf Platz 1 Mohamed gesetzt. Und deswegen kommt es überall raus. Ah, deswegen, ja, okay. Kennst du das Buch, die 100 einflussreichsten Personen der Geschichte? Ja. Ja, mit dem, übrigens, das hat ein Nichtmuslim geschrieben und Muslime nehmen das Buch als Beweis her, dass Mohammed die Wahrheit ist auch noch. Wie kann jemand wichtiger sein als Jesus Christus, wenn sogar unsere Zeitrechnung nach ihm geht? Ja, aber, ne? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Da können die Moral und jeden, der jetzt an den Tag lebt, ne? Das ist unbeschreiblich. Ja. Unbeglaublich. Genau. Da könnt ihr schreiben, wie ihr wollt. Daher müssen wir sofort wieder nicht den Herrn loben. Sofort müssen wir den Herrn loben. Amen. Psalm 103 Wir müssen viel den Herrn loben, ihr Lieben. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst, wie ein Adler, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege, Mose, bis sie ist, die Kinder Israel, sein Tor. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergeht uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade weiten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebäude wir sind. Er gedenkt daran, dass wir staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nie mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Mund halten. Gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Ehrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn alle seine Ehrscharen, Melanie Zene. Amen. Was sieht das aus? Lobet den Herrn alle seine Ehrscharen. Amen. Amen. Ich bin der Gott, der dich heilt. Halleluja, der Herr. Amir, besseres Vorbild als Mormit. Ja, das ist das Heftige. Wie kannst du denn jemanden als Vorbild nehmen, wo du doch zehnmal besser als er gelebt hast? Das ist doch nicht normal. Das ist der Wahnsinn. Amir, als man dich töten wollte, hast du dann die Polizei verständigt? Nein. Ich wusste ja gar nicht, dass die mich töten wollten. Ich bin ja einfach gefahren und ich vertraue ja die ganze Zeit dem Herrn. Der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Festung, der Herr ist mein... Mein Ein-und-Alles. Herr, auf ihn vertraue ich. Ich laufe ja überall ohne Polizeischutz-Uro. Überall, überall wo ich bin. So wie Daniel in der Löwen-Grube oder was, ne? Heftig, ne? Schussreste, ja. Der wollte dich töten. Ich wusste ja doch gar nicht, dass die Leute mich verbeugen. Die Polizei hat diese Leute abgehört, die wussten auch gar nichts von mir. Hast du dir mal vorstellen. Und dann sind diese Polizisten denen hinterhergefahren, ohne dass ich das wusste. Also der Staatsschutz. Der Herr hat mich bewahrt. Wahnsinn, ne? Gewalt ist keine Lösung. Ja, genau. Gewalt ist keine Lösung. Aber für die das einzige Mittel, um ihre... Mehrere Sachen durchzuziehen. Kritik abzuwenden. Kritik abwenden, nur mit Gewalt möglich. Ja, wenn du anfängst, mit Gewalt deine Ideologie durchzusetzen, dann weißt du ganz genau, dass das teuflich ist. Teuflich. Leider ist das so. Durch die ganze Geschichte hinweg können wir nichts anderes sagen, außer die ganze Zeit wird Gewalt eingesetzt. Die ganze Zeit, sobald Kritik ist, versucht zu morden. Mittlerweile wird es ein bisschen schwieriger, weil die Masse immer größer wird. Ja, für mich ist es ja auch nicht einfach, die ganze Zeit das Ganze durchzuziehen. Und den Herrn ist das natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze weiterzumachen. Ja. Oh, der ist auch noch Christ. Gleich sperren. Was sagst du? Ja, da, der war auch noch Christ. Ich habe ihn einfach gleich gesperrt. Ich habe gedacht, das wäre ja ein Muslim, aber jetzt habe ich gesehen, dass er Christ ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, er hat einen dummen Kommentar abgelassen, wo ich gar nicht verstanden habe, wieso er es überhaupt getan hat. Ich habe gedacht, okay, gut, er ist halt ein Muslim, bin ich gewohnt. Und jetzt habe ich gesehen, dass er ein Christ ist. Ja, ihr Lieben, mit dem Herrn hat es nicht passiert. Selbst wenn uns was passiert, was? Amen. Ja, selbst wenn uns was passiert, wisst ihr ja, der Herr nehmt euch dann auf. So ist das. Wenn ihr in Christus stirbt, so gibt es keine Verdammnis. Oder kann es sein, dass gerade ein anderes Handy bei dir voll vibriert? Nee. Da kommt die ganze Zeit so drrrrrr, drrrrrr. Jetzt geht er weg? Ja. Das wurde es. Nee, das ist dieses, ähm, die Handyhalterung. Sobald es hier so holperig wird, dann fängt das an zu vibrieren. Hm. Jetzt mobil vibriert. Ja, genau. Kommt Reza nochmal rein, oder wurde er jetzt ganz gesperrt? Ja? Kommt Reza nochmal rein, wurde er nur für 10 Minuten gesperrt, oder wurde er jetzt ganz gesperrt? Ähm, warte mal ganz kurz, mein Vater wurde rumgebracht und die Polizei wurde verständigt. Ist das falsch? Nee, warum? Natürlich musst du die Polizei verständigen. Du musst dich den hiesigen Gesetzen ja auch unterordnen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Du musst die Polizei verständigen. Verstehen wir nicht, ne? Komischerweise. Wir nehmen so alles so ein bisschen, ähm, falsch wahr. Gibt es den Kaisers, was den Kaisers ist? Zum Beispiel. Wie denn? Ist die Polizei jetzt doch auf einmal gut? Ja, ich hab dir gar nichts mehr. Also die Leute, bei einigen geht das ein Ohr rein, ein Ohr raus. Ich weiß nicht, glaube ich beende das Ganze jetzt auch. Ich bin langsam, äh, total runtergefahren. Ich hab so Hunger, ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, ne? Viel mal essen, besser, ja. Ja, ich denke, eventuell komm ich dann später live oder dann sehen wir uns dann morgen, ihr Wundervollen. Machen wir das so, ne? Gott segne euch, ihr Wundervollen. Gesegnet, bis allerhöchsten. Wandelt immer im, äh, im, äh, im Glauben, nicht im Schauen. Macht nicht diese Huhu, Huhu, Jaa, sondern der Herr Jesus Christus hat euch aus dieser Welt rausgeholt und ihr seid sein Eigen, der Herr Jesus Christus liebt euch und will euch retten. Und haltet immer am Herrn Jesus Christus fest, egal was für Fehler, egal was für Sünden ihr begangen habt. Lasst die Hände des Herrn Jesus Christus niemals los, sondern verlasst euch auf die Gnade des Herrn und die Gnade allein wird euch retten. Macht euch keine Sorgen. Habt Vertrauen auf den Herrn. Sein Werk am Kreuz hat alles vollbracht. Amen. Denn Gott hat sein Werk vollbracht und das Werk der Vergebung ist für jeden offen. Wir müssen einfach nur Ja sagen und Danke, Herr. Ich nehme dein Geschenk der Gnade an. Gott segne euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Wir sehen uns dann, äh, so Gott will, dann morgen in alter Frische oder heute Abend oder so. Mal gucken. Weil ich bin ja heute mit dem Hauptaccount in, äh, neun Minuten. Äh, neun Minuten bin ich, äh, wieder freigeschaltet auf dem, äh, auf dem Hauptaccount. So. Dann kann man da wieder weitermachen, ne? Aber, ne, ihr wisst ja, jetzt ist der gefährdet, der Hauptaccount. Wie lange hast du gesperrt, was? Zehn Tage oder eine Woche war das, glaube ich. Okay. Okay, ihr Wundervollen. Möge der Herr Jesus Christus euer Herz bewahren und euch Ruhe schenken, ne? Dankeschön. Bewahrt, bewahrt immer, äh, den Glauben tief in eurem Herzen und stärkt euch. Stärkt den Heiligen Geist, der hier drin ist. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Gott segne euch. Gott segne euch. Gott segne euch. Gott segne euch. Gott segne euch.